das ist das spiel legend of asun ein spiel was mich ja extrem beeindruckt hat also was ich absolut großartig finde und ja wo ich natürlich auch eine sehr sehr starke und große meinung habe besonders beim thema remaster ja und zwar tue ich also überwiegend mache ich mache ich halt meinen mikrofon weg so dass ich halt sozusagen nur das spiel aufnehmen und natürlich was ich natürlich auch gerne machen noch ist auf jeden fall diskutieren über über gothic auch vor allem natürlich auch wie man irgendwie jemanden dazu bringen könnte dann remaster zu machen und da habe ich auf jeden fall sehr sehr viele starke meinungen und deswegen dachte ich okay mache ich quasi so ein walkthrough legend of asun ist halt auch nicht dieses perfekte werk sondern ich wünsche und ich fordere ganz klar hier noch ein remaster und weil ich dieses remaster unbedingt haben möchte werde ich auch dieses spiel komplett spielen mit englischen untertiteln also ich habe jetzt extra legend of asun so installiert dass ich das spiel halt englische untertitel hat und englische texte hat so dass ich quasi dann auch meinen meinen hier meinen walkthrough dann halt auch verlinken kann zu englisch sprachigen entwicklern dass die dann vielleicht auch mal endlich mal aufmerksam werden auf die spiele so ok los geht's ich habe hier legend of asun englisch ja dann tue ich mein mikrofon weg und tue einfach vor mich hinspielen und ja das spiel halt quasi walkthroughen also ich zeige euch mal meine einstellungen also erstmal normal schwierigkeit dynamischer respawn habe ich auch an freies zielen habe ich aus das habe ich angemacht sehr sehr lange angemacht wo ich das spiel das erste mal gespielt habe und es hat mich so krass irritiert also das mache ich auf jeden fall aus und vor allem ist es ja so der fernkampf ist für mich zum beispiel auch in in gothic 2 so dass ich durch den fernkampf ja dann auch erst so entfernte entfernt die gegner dann überhaupt erst erkenne weil durch den fernkampf werden die entfernten gegner dann anvisiert und wenn der wenn ich freies zielen habe dann war das so dass die entfernten gegner gar nicht angezeigt wurden und das war halt immer so so irritierend für mich und dann habe ich gott sei dank gesehen okay man kann es jederzeit kann man das jederzeit ausmachen also meine steuerung so wie ich immer gothic spiele also klar natürlich hier alles auf maximal so aber meine steuerung so wie ich das spiele so wie ich das liebe ist das hier und zwar ich spiele am liebsten mit falltasten und dann ganz wichtig ist das hier noch da habe ich entfernen und bild ab dann springen habe ich leertaste und action habe ich num 1 und a und da kann ich dann und genau und draw weapon also waffen ziehen habe ich num 1 und s und da kann ich dann quasi dann wählen ob ich da eben mit einer hand spiele also nämlich mit der rechten hand nur mit der rechten hand alleine oder ob ich mit beiden händen spiele nämlich und dann benutze ich nämlich action a wenn ich nur mit einer hand spiele action num 0 und so ja kann ich dann mit einer hand spielen natürlich kann man aber auch wasd und dann so mit einer hand spielen also dass man einfach gothic 2 mit einer hand spielen kann das ist einfach das ist für mich einfach dieses dieses absolute retro flow genießen was ich so in diesem spiel so liebe so genau inventar habe ich auf num 2 oder auf y immer so das ist auf jeden fall die controls so dann zeige ich nochmal ganz kurz so ein bisschen die steuerung und das kampfsystem so ein bisschen also ich habe jetzt hier so gerade bin ich ja im startgebiet weiter habe ich jetzt gar keinen spielstand so starten wir mal bevor es los geht das spiel ist so man blockt halt also man hat die anvisiert so und dann blockt man und dann kann man immer schlagen so ein rhythmus oder natürlich bei monstern da gibt es den backstep dodge also das monster springt mich an und dann kann ich so einen schritt zurück gehen und ja ich werde auf jeden fall spielen dieses spiel mit ein hand nahkampf ob ich legend of the zoom mal anders spielen möchte also zum beispiel mit bogen oder als magier ich glaube ich weiß es nicht 100 prozent aber ich glaube dass in legend of the zoom gibt es auch keine magieregeneration und dementsprechend finde ich jetzt magier zu spielen nicht so wirklich sinnvoll und dann geht es los mit diesem abenteuer auf oder oder es nicht nur Das ist die letzte Warnung. Verschwinde! Das ist die letzte Warnung. Ich wollte jetzt erzählen von der Geschichte. Und zwar ist es so, dass die Story von Legend of Azone ist absolut großartig und absolut relevant. Und ja, es ist nun mal so, dass viele, gerade in Deutschland, haben die Geschichte von Legend of Azone nicht verstanden. So, das ist aber auch immer so bei Gothic, dass die Deutschen eben die Story nicht verstanden haben. Aber in den USA, da gibt es eben schon Leute, die auch gerade jetzt über die Geschichte nachdenken von Legend of Azone. Und gerade heute, gerade heute von dem, also heute ist ein Video erschienen, hier von diesem wichtigsten Internet-Guru in den USA, in Kalifornien, San Francisco. Der eben darüber nachdenkt, hier über das Internet und was das alles ist und überhaupt über Politik und so weiter. Und bei ihm, also was er jetzt hier so erzählt in dem Video, da geht es eben genau darum, worüber eben die Story handelt von Legend of Azone. Und zwar, in Legend of Azone geht es ja, geht es nämlich um Italien. Italien ist ein Land, also wenn man das jetzt hier besucht, also weitgehend Italien, dann wird einem auffallen, dass Italien sehr, auch sehr stehen geblieben ist und zwar im 16. Jahrhundert. Also im 16. Jahrhundert war das ja, ist es, war ja die Renaissance in Italien. Und ja, Italien, also wenn man Italien besucht, überhaupt jetzt, wenn man, wenn du bei, bei Google, ja so weitgehend, so Italien, also gerade Zentralitalien, dir anschaust, dann wirst du feststellen, oder es ist offensichtlich, dass eben Italien auch sehr stehen geblieben ist. Also Italien ist weitgehend ein Museum. Und zwar aus dem, ein Museum aus dem 16. Jahrhundert, der Zeit des, der Zeit der Renaissance. Und Legend of Azone erzählt eben genau diese Geschichte, warum Italien weitgehend, also gerade auch in der Architektur, im 16. Jahrhundert stehen geblieben ist. Und das hat nämlich den Grund, dass alle evangelischen Römer sind nämlich ausgewandert. Und zwar sind die natürlich ausgewandert nach Deutschland, also die, die Hauptgeschichte, also jedenfalls ist das meine Meinung, die Hauptgeschichte von Gothic spielt nämlich in Deutschland. Und ja, was ist die, die Hauptgeschichte von Gothic? Die Hauptgeschichte Gothic dreht sich um den Äldergott. Also um eine Frau, die eben profitiert oder einen Nutzen hat von Gothic. Und in Italien hat man eben festgestellt, im 16. Jahrhundert, dass die Menschen dort keinen, also in Italien keinen Nutzen haben und dass Gothic nicht wirklich ausgelebt werden kann in Italien. Und deswegen haben alle evangelischen Römer dann im 16. Jahrhundert, haben die dann Italien verlassen und sind dann eben ausgewandert, zum Beispiel vor allem nach Deutschland und dann auch in die USA. Und Legend of Azun erzählt dann eben genau diese Geschichte, wie es eben dazu kam, zu den evangelischen Römern. Also Legend of Azun ist sozusagen das Prequel von der Gothic, von der Gothic. Und ja, also Legend of Azun hat eine so große, auch vor allem insgesamt für Kultur und Kunst, eine so große Geschichte. Und klar, in Deutschland ist es so, dass viele oder eigentlich die meisten, also gerade jetzt auch von dieser Eurochain-Community, die Story gar nicht verstanden haben oder eher die Story so gesagt haben, ja, die ist langweilig oder die fühle ich nicht. Und aber in den USA, da wird auf jeden Fall über die Geschichte nachgedacht. Und da gucken wir uns jetzt hier mal das Video, was ihr hier sagt. Und also nochmal zusammengefasst. Legend of Azun ist Retro, es ist Gothic. Und Legend of Azun ist Gothic und Retro. Also absolut das Beste überhaupt, was ich überhaupt je gesehen habe. Also aus dieser Community und auch ein Spiel, wo ich einfach auch so krass mir denke, das muss es doch jetzt mal ein Remaster geben. Und wer soll das Remaster machen? Ja, das können ja eigentlich nur die US-Amerikaner, weil die denken nämlich über diese Themen nach, die in Legend of Azun eben behandelt werden. So, jetzt schauen wir mal hier das an, was er hier sagt. Gucken wir uns mal rein. Das ist eine Art Siegel-Amer-Drivedung. Und es hat nicht nur die Traditionelle-Power-Goal. Es ist mehr so ein bisschen das Kind-of Nerd-Supremacy ohne eine bestimmte Direktion oder Sensibility. Es ist wirklich anders, ich denke, als die vorherigen Concentrations von Power. Ich meine, wenn Sie nach dem Silicon Valley und jeder andere Center of Power in History hat sich auf eine Art Siegel-Amer-Beautet und eine Art Siegel-Amer-Beautet und die Silicon Valley hat nicht. It's just kind of another shitty suburb, you know, and that's strange, but it reflects this kind of incredible nerdiness. Uh, and so, um, if you talk to Zuckerberg, it's just this kind of very formulaic, um, first order approximation of what an idea would be. Like the world should be more connected. So we'll make it more connected and that's to the good, but there's nothing more. There's no, there's nothing there. I mean, of course, the individuals like getting rich, but they don't necessarily have anything to do with that, you know? Um, same thing at Google, it's, it's kind of an odd thing, it's like we will organize the world's information, which I think, by the way, is a misnomer, but that, we don't need to go to the philosophy of that. But the thing is, it's a weirdly neutered thing, and so, the main problem... Okay, also, das hören wir uns jetzt nochmal an, weil ich mach mal mein, mein Mikro aus, und, äh, weil das ist nämlich, jetzt nämlich eine ganz, ganz wichtige Stelle gewesen. So war das 28, 48, so, also, ich mach jetzt nochmal mein Mikro aus und dann hören wir uns das nochmal an. ...to it, that in a way, it's not exactly traditional power seeking, and it doesn't have traditional power goals. It's more just this kind of nerd supremacy without a particular direction or sensibility. It's, it's, it's truly different, I think, than previous concentrations of power. I mean, like, you go to Silicon Valley, and every other center of power in history has made itself beautiful and impressive, and Silicon Valley has not. It's just kind of another shitty suburb, you know, and that's strange, but it reflects this kind of incredible nerdiness. And so, um, if you talk to Zuckerberg, it's just this kind of very formulaic, um, first order approximation of what an idea would be. Like, the world should be more connected, so we'll make it more connected, and that's to the good. But there's nothing more. There's no, there's nothing there. I mean, of course, the individuals like getting rich, but they don't necessarily have anything to do with that, you know? Um, same thing at Google. It's, it's kind of an odd thing. It's like we will organize the world's information, which I think, by the way, is a misnomer. Let's, but that, we don't need to go into the philosophy of that. But the thing is, it, it's a weirdly neutered thing, and so the main problem with it is different from the problem of, um, oh, I don't know, um, a Putin-like figure who wants to conquer a neighbor, or a Xi-like figure in China who wants to create this sort of, So, okay, also was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass diese ganzen Internet-Tech-Giganten einfach nur ausprobieren, ja, also die probieren einfach aus, die probieren einfach rum, und genau da, das ist die Story von Legend of Legend of Ersohn ist das Gothic-Prequel. Und in Italien, da wird, äh, in Zentralitalien, da wird einfach Gothic ausprobiert. Und um genau dieses Ausprobieren von Gothic in Italien, da geht es in der Story. Das ist die Story von Legend of Ersohn. Das heißt, die Story von Legend of Ersohn ist eine so große Geschichte, wo ich mir denke, ja, da muss doch jetzt mal ein Remaster passieren, oder sowas. Also, es kann doch nicht sein, dass, äh, dass die jetzt so eine große, gigantische Geschichte erzählen, die auch so relevant ist, auch vor allem, äh, hier die ganzen US-Amerikaner so gerade bewegt, und, äh, dann, äh, passiert da kein Remaster, passiert da kein Patch, und die Geschichte ist einfach als nichts weggeschmissen. Oder die wird dann einfach so abgetan, äh, das ist ja diese Gothic-Mod. Nein, das ist nicht diese Gothic-Mod, das hat überhaupt nichts mit diesem Eurochain-Franchise zu tun. Das ist eine ganz eigene, ganz, ganz große, relevante Geschichte. Und, ähm, ja, und deswegen, ähm, versuche ich jetzt ja auch wirklich nochmal, ähm, drauf einzugehen. So, ich erzähle jetzt dann auch jedes Mal, bevor ich hier, ähm, jedes Kapitel spiele, erzähle ich hier, spoilere ich hier nochmal, ähm, was überhaupt die Story ist, also worum es zu diesen Kapiteln geht. Jedes Kapitel, also nochmal, Legend of Ersohn ist ein 80-Stunden-fertiges Computerspiel, mit einer komplett konsistenten Geschichte, wo, ähm, also das in sechs Kapitel geteilt ist, wo jedes Kapitel eine ganz, ganz wichtige, relevante, ähm, Geschichte erzählt und, äh, wo jedes Kapitel auch ganz, ganz wichtig ist. Jetzt natürlich erstmal, Kapitel 1 ist jetzt gar nicht so interessant, da geht es jetzt einfach nur darum, dass wir die Region und die Spielwelt erkunden und, ähm, ja, es ist offensichtlich, oder das interpretiere ich, ähm, dass eben Asun eine metaphorische Darstellung ist von Zentralitalien und zwar von der Region der Romagne. Und, ähm, ja, was ist die Romagne? Die Romagne ist eine Region in Italien, eine historische Region, also keine politische, gesellschaftliche, völkische Region. Es ist, im Endeffekt ist die Romagne sowas wie in Deutschland das Allgäu. Ja, also das Allgäu ist eine Region in Deutschland, die eben erfunden wurde oder definiert wurde durch den Äldergott. Also der Äldergott hat eben die, ähm, Romagne erfunden und, ähm, also für den Äldergott ist diese Region, ähm, ähm, der, ähm, das Allgäu eine wichtige Region. Und, wenn man sich jetzt überlegt, okay, was ist das Allgäu? Also das Allgäu ist keine politische Region, es ist keine, äh, völkische Region, man kann nicht sagen, da lebt jetzt das Volk der Allgäu oder sowas, sondern, ähm, das Allgäu ist eine reine, ähm, ähm, ist eine Region, die nur durch den Äldergott erfunden ist oder, ähm, weil für den Äldergott eben diese Region eine Bedeutung hat. Und genau das haben wir eben auch bei der, bei der Romagne. Also ich interpretiere die, ähm, äh, Asun sozusagen, also die Region als die Romagne. Und, ähm, es macht natürlich auch Sinn, dass man natürlich dann die Romagne in einem Low Fantasy erzählt, metaphorisch. So, das ist eigentlich im Endeffekt die, die Spielzahl jetzt, ich denke mal so 25 Stunden oder mehr, wo es einfach nur darum geht, eben diese, die Romagne in einer metaphorischen Darstellung zu erkunden. In der Romagne sind als interessante Orte eben die Stadt Bologna. Die Stadt Bologna, ähm, also wird halt metaphorisch dargestellt durch die Stadt Asun. Und, ähm, die Stadt Bologna ist eben deswegen eine sehr wichtige, ähm, ähm, Stadt, denn, ähm, die Stadt Bologna ist eben dafür berühmt, dass es dort, ähm, nämlich die, äh, die Familiengeschlechter gibt. Also in der Stadt Bologna leben keine großen Gruppen, also es leben dort keine Vereine, keine, ähm, Tribes, also keine großen Gruppen, sondern es leben dort Familien. Jede, äh, Familie hat da ihren Turm, ihren, ihr Geschlecht, Turm errichtet. Und, ähm, sozusagen ist dann auch die Stadt Bologna eines der, ja, eine, eine Musterbeispiel italienische Stadt, wo Familien leben und, ähm, eben das eben die Italiener auch in Familien leben und nicht in so riesigen Horden und in so, in so irgendwelchen Vieh, ähm, das ist eben auch sehr, sehr wichtig, eben das zu erzählen. Und, genau, darum geht es. Also es geht eben um diese Stadt Bologna. Dann haben wir, ähm, wo wir jetzt am Anfang erkunden im Spiel, ähm, das Slum von Bologna. Äh, dann den Hafen. Also den Hafen, da bin ich der Meinung, der muss auch nochmal anders gebaut werden in einem Remaster. Und zwar, ähm, sollte der auf jeden Fall gebaut werden wie der Hafen von Ravenna. Aber die Stadt Ravenna, ähm, überhaupt hier in der Geschichte, ähm, in der jetzt hier Legend of the Sun spielt, in der Renaissance, ähm, spielt, ähm, eine große Rolle. Also Ravenna spielt eine sehr, sehr große Rolle im 15. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts. Und, ähm, genau, gehört auf jeden Fall auch ganz wichtig zu der Geschichte. Also hat ja auch dann eine ganz, ähm, dramatische, dramatische Geschichte in Legend of the Sun. Aber es sollte noch ein wenig besser gebaut werden. Ich meine, klar, Legend of the Sun wurde jetzt gebaut von, ich glaube, sieben Leuten. Also wenn man dann Remaster macht, sollte man dann auch nochmal den Hafen auf jeden Fall nochmal besser und, ähm, mehr an Ravenna erinnernd, ähm, dann eben bauen. Dann haben wir noch, ähm, die Fraktionen, die mit dem Katholizismus konkurrieren. Also, ähm, es ist nicht so, also wie das vielleicht auch manche empfunden haben, dass wir hier wieder so wie in Eurochank einfach nur so, äh, drei Fraktionen so hingerotzt bekommen haben. Nein, wir haben hier ganz, ganz wichtige Fraktionen, die unbedingt erzählt werden müssen. Und zwar, also wir haben einmal die Fraktion, die mit dem Katholizismus, äh, konkurriert. Ja, das ist einmal die Aufklärung und die Säkularisierung. Also das haben wir hier, das wird hier genannt, das freie Lager. Also es sind Leute, die, ähm, ja, über Säkularisierung und über die Aufklärung nachdenken. Und dann haben wir noch eine Fraktion, die mit dem Katholizismus, ähm, konkurriert. Und das ist, ähm, das jüdische Kloster oder auch die Akademie. Und dann gibt es natürlich noch das Ödland, wo einfach jetzt nichts Besonderes ist. Und, ähm, ja, da werden wir dann auf jeden Fall, wenn wir die Banditen finden. So, und, ähm, im, ähm, im, ähm, im Remastered ist es auf jeden Fall so, dass wir ganz klar erzählt bekommen sollten, ein, ein Low-Fantasy-Setting und einen Low-Fantasy-Protagonisten. Und zwar, wir spielen jemanden, äh, eben aus der Fraktion des Katholizismus, der eben erkundigen, sich erkundigen möchte, warum eben die Stadt Bologna oder überhaupt die Stadt der Romagne sich verweigert, dem, dem, äh, dem Papst oder der päpstlichen Armee Steuern zu bezahlen. Und, ähm, ja, zunächst finden wir erstmal natürlich kein Gothic, sondern wir erstmal beschäftigen uns natürlich erstmal mit den, ja, trivialen Konkurrenten des Katholizismus, ähm, genau. So, das ist einfach der, der Anfang. Also, wir sind jetzt hier in diesem, in diesem Slum von, also von Asun. Und, äh, jetzt ist es schon, äh, dunkel geworden. Aber wir erkunden jetzt hier mal das Bordell hier von, von Asun. Was ich mit Maden wie dir mache. Aber man kann sogar blocken, ohne dass man, also, Menschen blocken, ohne dass man sogar eine Waffe hat. Also, mit den bloßen Fäusten kann man die, kann ich seine Waffe blocken. Aber auch der macht zwei Schläge, zwei schnelle Schläge hintereinander. Und, äh, den kann ich eigentlich noch gar nicht besiegen. Also, wie man hier sieht, ich kann ja noch gar nichts. Ich hab ja, ein Prozent Einhand. Anders als im Originalspiel hat man ja, also in Gothic 2 hat man ja nicht fünf Prozent, sondern hier nur null Prozent oder ein Prozent am Anfang. Und wir haben, äh, ein Prozent, ähm, Nahkampf uns verbessert. Wie man hier sieht, jetzt haben wir zwei Prozent Einhand. Also, die wirklich, ähm, also die Animation, die man dann bekommt, wo man dann so, ja, so ein bisschen vernünftiger dann auch kämpfen kann, und auch schöne Seitwärtsschläge machen kann, die ist dann erst ab 30 Prozent. Moment, schauen wir mal. Und da liegt was, da ist er, der Bogen, Felvins Bogen, da haben wir ihn gefunden. Also, ich spiele natürlich immer ohne Quick Loot. Also, Quick Loot ist für mich, gerade auch in, in Gothic 2, in dem Gameplay, ist für mich eine absolute Sünde. Jedenfalls, wenn ich, ähm, wenn ich Gothic spiele. Weil ich finde auch dieses Looten, ähm, zum Beispiel, genauso auch zum Beispiel, ähm, Days Gone. Ja, Days Gone mit Quick Loot spielen oder so könnte man ja auch, aber dieses Scavengen und dieses Looten, das gehört für mich einfach so krass einfach zum, zum Spielspaß. Also, das hier sind die, äh, die Scavenger, da kann ich nochmal ganz, ganz klar sagen. Also, wir spielen ja jetzt hier nicht Eurochank, sondern wir spielen hier Legend of Azun, also, oder Legend of the Romagne. Okay, und, äh, inwieweit jetzt hier, äh, Scavenger vorkommen müssen in dem Spiel, ähm, das würde ich jetzt auch mal, äh, diskutieren. Und zwar, ich finde, man sollte, ähm, große Vögel, äh, lassen im Spiel, aber man sollte sie umändern, und zwar zu Wachteln oder zu dem Fasan. Ja, das würde doch Sinn ergeben, dass man so Vögel hat, so, die friedlich halt auf der Wiese grasen und dann halt dann angreifen, wenn man ihnen zu nahe kommt, aber die eher aussehen wie Wachteln oder wie Fasanenvögel. Also, dass man die Scavenger halt sozusagen hier so, äh, umändert zu einfach mehr Low-Fantasy, ähm, Tieren, die, wo man einfach, die man einfach besser wiedererkennt, so, ah, okay, das soll jetzt eine Wachtel sein, ah, das soll jetzt ein Fasan sein. Genau. Und dass man nicht einfach hier diesen, also gerade die Monster, also, was ist an Legend of Azun alles Eurochank? Also, Eurochank, also, zum Beispiel sind vor allem auch die Monster. Ja, also, warum, also, Mindcrawler gehören in diesem Spiel überhaupt nicht hin. Dann auch sowas wie, ähm, 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 ja, alle möglichen Fächer, wo ich mir denke, hä, warum sollen die jetzt in der metaphorischen Darstellung der Romagne vorkommen? Und, ähm, ja, bei den Scavengern ist es halt eher trivial, einfach so ein bisschen umändern zu so einem Wachtel oder zu einem Fasan-Design und dann, ähm, ist alles perfekt. So, ich, äh, denke, wir können die noch nicht besiegen. Ich kann's ja, ich kann's ja mal probieren. Wir können dann wieder laden. Aber die werden uns, die werden uns sofort killen. Also, man lockt die dann hier so einfach raus. Ähm, hier, der Vogel, der springt mich an mit seinem Angriff. Dann mach ich Backstep-Dodge. So, ich geh ins Schlitz zurück. So, wenn ich, jetzt seh ich nix. So, jetzt bin ich tot. Aber man kann's, man kann's schaffen. Man kann's schaffen, wie man gesehen hat. Aber ich hab's nix gesehen und, ähm, beherrschte den Backstep-Dodge anscheinend doch nicht so perfekt, wie vielleicht jemand anders. Aber ich glaub, die sind jetzt schon recht im Weg, ne? Die sind jetzt schon recht im Weg. Das heißt, ich probier's jetzt noch einmal. Wenn ich jetzt noch mal sterbe, dann ignorier ich die und dann renne ich einfach weiter. Also, ich renne dann einfach an denen vorbei. So, jetzt hab ich einmal geblockt, anstatt dass ich zurückgegangen bin. und dadurch hab ich jetzt Schaden genommen. Okay, dann probier ich den auch noch mal. Okay, also, ich würd' sagen, dann ignorier ich den jetzt. Ah, jetzt könnte ich mich hier ewig lang aufhalten. Auch wenn ich jetzt das Kampfsystem eventuell, eventuell nicht ganz so perfekt beherrsche, also ich jetzt zum Beispiel den Backstep-Dodge nicht so perfekt beherrsche, finde ich das Kampfsystem doch absolut großartig. Absolut großartig. Es ist eines der besten und geilsten Kampfsysteme überhaupt, die ich überhaupt kenne. Also, gerade im Bereich, ähm, Nahkampf. Ich mag auch dieses, ähm, und ich liebe auch dieses, äh, Sperrige. Also, dieses, ähm, ja, das, dass man, ja, dass man nicht einfach, ähm, zum Beispiel, dass man sich nicht, äh, umsieht und bewegt, sondern das Umsehen und sich bewegen, dass das, ähm, gleichzeitig ist. Das liebe ich auch. So. Hier liegt, hier ist was. Lass mal. So, jetzt sind wir hier angekommen, beim Jägerlager. Das war jetzt hier einfach nur hier unten. Diesen Vögeln ausweichen, so ein bisschen. Und ja, da rede ich mal hier mit all den Leuten hier. Ach so, ja genau. Erstmal muss ich natürlich hier alle erschlagen. Aber jetzt, da die große Mutter weg ist, spawnen die nicht mehr nach. Naja, ob das jetzt so eine tolle Quest ist. Aber die Quest ist jetzt auch nicht zu irritierend. Aber so ein bisschen irritierend ist die Quest. Finde ich. So, ich bin dann zurück. Ich bin zurück. Na, das sehe ich. Cool, jetzt haben wir schon mal einen mächtigen Zauber. Wolf-Beschwörung bekommen. Und 50 Roperi. Wow. Guck mal, wo war das? Hier, genau. Wir haben noch keine Failed-Quest, also gescheiterte Quest. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ja, also da muss ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, ich hasse die technische Umsetzung dieser Zen-Engine oder Piranha Bytes Mod-Lizenz. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier so entlangläuft, man hat immer dieses Stocken. Ja, man hat immer dieses Stocken. Also die Kamera, die stockt so immer so hinterher. Dann hat man dieses Textur-Flattern. Textur-Flattern, das Stocken. Also ich muss sagen, mich nervt das. Mich nervt das so krass. Deswegen sage ich ja, bitte macht endlich mal jemand einen Remaster. Hey. Ich habe dein Bier. Dann her damit. Hier. Ach, das war gut. Danke. Zur Belohnung bekommst du auch etwas von mir. Also jetzt zum Beispiel wieder. Ich bin jetzt hier gerade reingegangen in die Hütte und das Spiel hier stockt dermaßen. Also das ist ein, ähm, also mich nervt sowas so dermaßen krass. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie viele Leute, also in der, in der, in der Community, ähm, immer die Technik und immer hier diese, diese Engine und, ähm, diese Zen-Engine loben können. Ich meine, das ist doch, das ist doch eine technische Katastrophe hier. Zum Beispiel, ich drehe die Kamera, es stockt die ganze Zeit. Ich muss sagen, gerade wenn ich, gerade wenn ich sowas spiele, ne, wie zum Beispiel Days Gone, was keine Ladezeiten hat, was keine Ruggler hat und was, keine Ahnung, äh, zehntausendmal besser aussieht, einfach von der Grafik und so, ähm, da frage ich mich, wie können Leute dann immer noch sagen, hey, das ist eine tolle Technik und die macht, die Technik macht mir Spaß. Nein, bitte, macht endlich mal ein Remaster. Und es ist ja so, es ist ja so. Ich habe die Musik hier auch auf, ähm, besonders leise eingestellt. Hier, damit sie mich, ähm, nicht so stört, weil ich muss sagen, ich liebe, ich liebe die Retro-Sounds. Ich liebe die Retro-Sounds, einfach dieses Vogelgezwitscher und diese, dieses Knacken hier, dieses Knacken, äh, vom Feuer und, und überhaupt dieses Vogelgezwitscher, Gezwitscher und so. Ich liebe das, das ist für mich einfach so eine krasse Atmosphäre, aber auch teilweise, wie die Leute hier so laut rumreden und rumschreien und hier in der Gegend und so. Das zum Beispiel liebe ich auch. Das ist für mich Retro. Das ist für mich Retro. Und, äh, da stört mich die Musik eigentlich eher. Deswegen mache ich die eigentlich immer aus, gerade im Originalspiel. Diese, dieses, 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 dieses Stocken da. Die ganze Zeit, dieses Stocken, wenn die Kamera sich dreht, dann stockt das so alles. Ähm, diese, diese, diese Ruckler, diese, diese Mini-Ruckler, dieses Stocken. Oh mein Gott, das, mich nervt das so krass. Also, ich denke mir da immer so, bitte, bitte Remaster, bitte. Ich, ich kann diesen, diesen alten Rotz da auch vor 20 Jahren. Also, ich kann mir sowas, ich kann mir sowas wirklich fast nicht mehr geben. Also, es ist, es ist wirklich so. Ja, also hier auch die ganze Zeit, dieses Stocken. Also, boah. Also, gerade wenn ich jetzt so 500, 600 Stunden Days Gone gespielt habe. Also, diese Stocken hier, die ganze Zeit, diese Stocken, das, äh, boah, das, das nimmt mir schon echt, echt krass den Spielspaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich ja, mach doch endlich mal ein Remaster, das gibt's doch nicht. Und, ich hab ja dann diese polnische Mod gespielt, ne, diese polnische Mod, die ja auch alle so gelobt haben und so, wo ich, wo ich gar nicht verstehen kann. Ne, ich kann auch mal wiederholen, das ist kein Gothic, das ist kein Retro. Und es hat diese technische Katastrophe, ja, dieses Stocken, noch krasser, noch krasser. Aber immerhin kann ich dir hier im Viertel helfen. Also, da kann man jetzt, ähm, auch nochmal ganz besonders Augenmerk legen auf diesen NPC hier. Denn den sollte man sich jetzt merken, denn das ist nämlich dann der quasi beste Freund von unserem hier, dem Protagonisten. Also hier mit ihm, äh, wie heißt er denn überhaupt? Warte, ich gucke mal gleich, wie heißt er. Also hier, äh, Calvin, das ist unser bester Freund hier, also der Protagonist. Also der beste Freund hier von, von unserem Protagonisten. Wir müssen uns hier merken, ne. Also jetzt zum Beispiel, der hilft uns jetzt hier schon mal ganz erheblich, indem er uns hier, äh, dazu verhilft, dass wir mal, endlich mal eine Kleidung haben und nicht mehr die ganze Zeit nur nackt in der Gegend rumrennen müssen. Ja, das ist auf jeden Fall auch so der Grund, warum ich dieses Spiel eigentlich, also jetzt immer, ähm, kommentiere, dass ich, dass ich immer mit so einem, mit so einer Quick-Hotkey, äh, das Mikrofon einstelle und das Mikrofon wieder ausstelle mit einem Hotkey. Weil dieses Stocken, ich muss wirklich sagen, diese, diese Stocken, diese, diese Technik, die, 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 die senkt meine, meine Laune, ja, die senkt meine Laune und meinen Spielspaß so dermaßen. Das ist unfassbar. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit, ähm, das Mikro an hätte, ne, ähm, ich würde halt die ganze Zeit nur, ähm, es würde die ganze Zeit nur so rüberkommen, als würde mich dieses Spiel, äh, nur nerven, mich nur ankotzen. Dabei ist es aber so, dass die Dialoge und die Story ich einfach so genieße, die Atmosphäre ich so genieße, das Setting so genieße, die, ähm, einfach so ein geiles Gefühl mir gibt, aber die Technik, also die technische Umsetzung von dieser, von dieser Original, äh, Gothic 2 Engine da, ähm, von vor 20 Jahren, also die, die, die kotzt mich an. Ich möchte, ich möchte endlich mal ein Remaster erleben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also zu den Laufwegen kann ich sagen, also die Laufwege sind in Ordnung. Also zum Beispiel in der polnischen Mod, das ist mir gleich aufgefallen von Anfang an, ähm, die Laufwege sind eine absolute Katastrophe. Und die Polen, also gerade bezüglich den Laufwegen, verstehen Computerspiele im Allgemeinen nicht. Denn bei Computerspieleentwicklung geht es doch vor allem darum, dass ich eine Geschichte erzähle und Laufwege vermeide. Das heißt, dass ich nicht ewig lang durch die Gegend laufe und es passiert nix und es passiert gar kein Spielspaß und nix, sondern dass ich einfach auch, ähm, ja, dass ich eigentlich möglichst keine Laufwege habe. Und, ähm, bei Legend of Asun ist es eigentlich, ja, so, eigentlich wie bei Gothic 2. Das heißt, die Laufwege sind natürlich da. Es gibt natürlich ein bisschen Laufwege, die auch immer mal wieder so ein bisschen einen nerven. Aber sie sind jetzt nicht so extrem schlimm, wie jetzt zum Beispiel dieser polnischen, ähm, Version. Also, die Laufwege sind eigentlich okay. Was mir jetzt auch noch auffällt, also gerade beim, beim Remaster, was man auch noch besser machen kann, äh, zum Beispiel der, der Regen. Also, der Regen ist ja, naja, also, das sind jetzt irgendwelche hellblauen, grauen Strahlen, die jetzt irgendwie vom Himmel herunterstrahlen. Also, klar, man kann beim Regen auch viel falsch machen. Also, ich will jetzt den Regen nicht zu viel kritisieren, aber, also jetzt hier im Original, aber, ja, ich glaube, dass man den Regen auch noch besser machen könnte. So, bitte. So, also. Hier haben wir das Paket und das wird jetzt geplündert. So, und da habe ich jetzt endlich Kleidung. So, und ich finde, ich finde die Kleidung, die Kleidung finde ich jetzt eigentlich auch richtig cool. Das ist ja jetzt quasi so eine neue Kleidung. Und, ähm, klar, die polnische Mod, die, achso, ja, genau, das ist vielleicht das, was ich, ähm, also das Einzige, sag mal, das, sag mal, das Einzige, das Einzige, was ich an der polnischen Mod loben möchte, sind, äh, sind, äh, Kleidung-Designs und, ähm, und dass man eine Quick-Taste hat für die Fackel. Denn, äh, wie man jetzt auch schon sieht, das Spiel ist nämlich wirklich teilweise sehr, sehr, sehr dunkel. Und, ähm, man benutzt auch dann oft eine Fackel. Und leider kann man jetzt in diesem Spiel, in Legend of the Sun, kann man keine Fackel schnell benutzen. Und in der polnischen Mod, da haben sie es so gemacht, dass man hier bei, ähm, bei Controls, dass man da dann eine Taste hat, eine Extra-Taste hat für, für Fackel. Und, ähm, das hat man hier leider nicht. Das ist natürlich auch sehr nervig. Also, das haben die Polen auf jeden Fall, ähm, gemacht. Das fand ich auf jeden Fall, das muss ich loben, das fand ich sehr gut. Und, äh, sie haben, ähm, auch einige sehr schöne Rüstungen und so Designs sich überlegt. Also, hier in Legend of the Sun gibt es sogar eine Rüstung oder ein Rüstung-Design, was ich überhaupt nicht mag, also was mir gar nicht gefällt. Und das ist nämlich hier von den Rekruten. Also, hier dieses Design von den Rekruten, dieses, vor allem dieses Weiße da oben, finde ich richtig hässlich. Also, hier vorne das mit diesen Punkten und dann ist das Weiße. Ähm, dieses Design, dieses Rüstung-Design gefällt mir gar nicht. Ähm, also das auf jeden Fall in dem Remaster muss auf jeden Fall nochmal anders gewählt werden. Also, wie auch immer, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und hier, äh, den Leuten zuzuhören, was sie so reden. Also, die reden hier über das Ödland, die reden hier über die Schiffe, würde ich mal erfahren. Die reden hier über die Türme, über die Geschlecht-Türme der Stadt Bologna in Italien. Auch natürlich hier Roperi, das klingt natürlich auch super italienisch. Also, ich mag das einfach, diese italienische Stimmung und so. Hier jetzt auch so dieses, dieses eckige Design von den, von den Türmen und so. So, und jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt können wir in die Stadt. Und, äh, da werden wir auf jeden Fall sehen, dass das eine sehr italienische Stadt ist. So, genau, sie reden immer über die Türme. Denkst du, die Türme bringen was? Und das bezieht sich nämlich auf, äh, Bologna, wo ja die Geschlechter-Türme stehen. Wo ja, wo jede Familie, also jede Familie, also die Italiener leben nicht in Viehhorten, ja, wie viele Deutsche. Viele Deutsche leben ja, also zum Beispiel die Piranha by Zyru-Cheng-Community. Das ist eine reine Viehhorte. Aber Italiener leben in Familien. Und, äh, das, äh, spiegelt sich ja auch ab in der Architektur. Also hier zum Beispiel in den Geschlechter-Türmen. Wovon die auch hier die ganze Zeit reden, ne? Halt! Was gibt's? Nichts! Weitergehen! Lass mich in Ruhe! So, da haben wir einen Markt. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es eine italienische Stadt. Hier haben wir einen Prangerplatz. Hier sind auch nochmal Märkte. Hier haben wir bürgerliche, freistehende Häuser mit Garten. Auf jeden Fall sehr italienisch. Hier so richtig schön angelegt. Und was natürlich das ganz, ganz Tolle ist an Asun, es ist kein Labyrinth. Die Stadt ist einfach klein genug, sodass sie, ähm, dass man sich alles merken kann, dass man den Überblick hat. Jetzt bewegen uns, wie wir uns jetzt hier im Handwerkerviertel. Hier, wo die großen und wichtigen Handwerker sind. Hier die Schmiede. Und hier ist die Arena. Und hier haben wir den Tempelplatz. Wobei, ähm, ich mir eventuell auch nochmal eine Kirche wünschen würde in einem Remaster. Das ist also die aufstrebende Kolonialstadt Asun. Mal sehen, was ich hier alles finde. Ich sollte am besten direkt zur Burg und dem Fürsten berichten. Okay, dann gehen wir mal das erste, äh, zuallererst gehen wir mal zum, zum Fürsten. Ne? Mal schauen, was jetzt da passiert, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir zum Fürsten gehen. Aufgrund der allgemeinen Knappheit an Waren aus Übersee, werden alle Bürger angewiesen, mit den Restbeständen sorgsam umzugehen. Und ja, mit denen, mit denen muss man natürlich, oder möchte man natürlich auch mit, mit denen allen reden. Aber wir ignorieren die jetzt erstmal. Wir wollen natürlich jetzt erstmal unsere Nachricht, ähm, überbringen. Denn wir sind ja nicht da, um hier Asun und, und so weiter, mit den ganzen Leuten allen zu reden. Sondern wir wollen ja über die Steuern wissen. Wir wollen ja wissen, warum zahlt das Fürstentum hier Asun, beziehungsweise hier von Romagne, keine Steuern. Und, äh, ja, wer erzählt uns das jetzt am besten? Natürlich der Fürst. Deswegen gehen wir erstmal zu ihm. Also hier haben wir seine, seine Festung, hier ist seine Burg, sein Bergfried. Halt, dreh sofort um. Halt, dreh sofort um. Hm, ohne einen Beweis werde ich wohl nicht zum Fürsten vorgelassen. Am besten suche ich mir einen anderen Weg rein. Ich sollte mich hier beim wichtigen Militär umhören. Genau, also dann, anscheinend, okay, wir können jetzt noch nicht zum Fürsten, weil wir sehen ja auch aus wie so ein Bettler. Aber, der Militärchef können wir in die Kaserne, die Kaserne können wir auch nicht, ne? Halt, du kommst hier nicht durch. Halt, du kommst hier nicht durch. Okay, also wir dürfen auch nicht hier mit der, ähm, mit der Stadtgarnison hier sprechen. Dann fragen wir uns, okay, wer ist denn jetzt hier die wichtigste Person beim Militär, mit der wir hier sprechen können? Und das haben wir ja schon erfahren. Das ist der Argos. Und das Erste, was wir natürlich wissen wollen, ja, was ist denn mit den Steuern? Ja. Wie ist es mit den Steuern hier in Assou? Das ist das, was wir wissen wollen. Deswegen sind wir hier. Das ist doch nichts Neues. So, jetzt haben wir endlich die wichtigste Information, die wir haben wollten. Und zwar, die Steuern. Wie sind denn die Steuern hier in Assou? So, dann haben wir das gelesen. So, hier hast du wieder... Warte mal. Das freie Lager... Ich möchte die Steuerliste zurückgeben. Du bist ein Albrecht, bitte. Na, wir müssen uns mal abwarten, was wir stehen. Schöne große Äpfel aus dem Assounschen Norden. Warum erfahre ich das erst jetzt? Alles klar, also unsere Aufgabe jetzt hier ist es, ja, aufgenommen zu werden bei den Rekruten. Natürlich können wir auch noch aufgenommen werden beim Kloster oder beim freien Lager, aber das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Also ich möchte ja auf jeden Fall hier aufgenommen werden bei den Rekruten, damit ich dann endlich mal zum Fürsten komme. Weil ich möchte ja den Fürsten befragen, warum er einfach die Steuern verweigert. Und ja, das ist halt unsere Aufgabe hier. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema hier, zu einem ganz wichtigen Detail. Und zwar gerade hier auf dem Marktplatz. So, und zwar... Und zwar, es gab einige Leute, die ich so, gerade, also wirklich bei dieser ekligen Eurochank-Piranha-Bites-Community, die gerade an dieser Stelle kritisiert haben, dass die auf dem Marktplatz hier so durcheinander schreien und man dann teilweise die Dialoge gar nicht versteht, weil die da dazwischen brüllen. Und da muss ich sagen, und das ist zum Beispiel eines der Sachen, die mich auch wieder total aggressiv machen und wo ich mir denke, du hast einfach dieses Spiel gar nicht verstanden. Also wirklich gar nicht. Denn wir befinden uns hier in Assun, also in der metaphorischen Darstellung der Stadt Bologna oder einer zentral-italienischen Stadt. Also der metaphorischen Darstellung einer zentral-italienischen Stadt. So, und was für ein Volk sind die Italiener? Richtig! Kein Vieh! Das heißt, wenn ich mich in einer italienischen Stadt auf den Marktplatz stelle, dann verstehe ich jeden Satz, jedes Wort, was die Menschen dort reden. Denn die Italiener leben in Familien und nicht in Viehhorten, wie das zum Beispiel sehr viele Deutsche oder in den USA leben. Und wenn ich mich in Deutschland auf einen Marktplatz stelle, oder zum Beispiel auch, man erinnere sich ja auch an die Schulzeit, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mich zurückerinnere, bei mir an der Schulzeit, wo ich da zum Beispiel stand da im Pausenhof und habe mich dann so daneben gestellt, neben irgendwelche Leute, die haben dann so geredet miteinander. Und was war die übliche Erfahrung? Wenn ich einer deutschen Gruppe zuhöre, was ist die übliche Erfahrung? Richtig! Dass ich kein Wort verstehe. Das Vieh klappert, wild, viehisch rum. Ich verstehe kein Wort, was gesagt wird. So, aber das ist hier in diesem Setting anders. Wenn die Leute hier reden auf dem Marktplatz, wenn die Leute hier reden oder zum Beispiel auch in Deutschland, teilweise auch, wenn du im Garten sitzt und du lauscht, okay, was reden die Nachbarn so? Du verstehst kein Wort. Das Vieh plappert, nuschelt, irgendwas Unverständliches rum. Aber hier in Italien, da versteht man jeden Satz und jedes Wort, was die Menschen reden. Denn sie sind nun mal solche Menschen, wo ich einfach jedes Wort verstehe. Und deswegen ist das nicht verbuggt oder irgendwie hier schlecht umgesetzt oder was auch immer. Tag der Herr, was darf sein? Ja. Schauen Sie sich mein Angebot ruhig genauer an. Alles frisch, alles preiswert. Ich fragt ja keiner. So, jetzt bevor ich jetzt die Tour mache durch die Stadt, muss ich dieses Detail nochmal wirklich ganz deutlich hervorheben. Klar, klar, die Leute schreien hier wild durcheinander. Aber genauso muss es sein. Genauso muss es sein. Ja, auch im Remaster. 100% muss das so sein. Das ist ganz wichtig. Wir sind hier nicht in einem fieschen Land mit Horden, sondern wir befinden uns in einer Stadt mit Familien, wo man alles versteht, was die Menschen mit Würde verständlich äußern. Und klar, man kann natürlich davon genervt sein, dass man alles versteht und dass alle durcheinander reden. Aber das ist genau das. Das ist ein so wichtiges Detail. Und weswegen ich das dann auch sage, okay, das ist Zentralitalien. Und das sind hier Italiener. Das sind hier richtige Italiener. Herr Kleiner, scheinst zwar ein bisschen schwach auf der Brust zu sein, aber sicherlich brauchst besonders du eine gute Waffe. Ich habe hier nur die besten Stücke. So, auch hier die Frauendarstellung. Das sind so richtige italienische Frauen mit Temperament. Auch so, das finde ich auch so authentisch. Also die Frauendarstellung mit italienischen Frauen. Überhaupt, wie die hier reden. Das im Endeffekt sind ja die Italiener. Die Italiener sind ja auch so ähnlich, auch der Menschenschlag, wie Litauer. Also, Corines ist ja Litauen. Also eine metaphorische Darstellung von der Stadt Kleipeda, Memel. Und wenn du da auf den Marktplatz gehst und die Litauer, die reden halt, unterhalten sich auf dem Marktplatz, dann verstehst du auch jedes Wort, was die sagen. Und genauso ist das auch hier im italienischen Setting. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail. Und das hat mich auch schon wieder so aggressiv gemacht, wo dann Leute das kommentiert haben, dass sie gesagt hat, die schreien so wild durcheinander. Boah, ich bin jetzt immer noch so aufgewühlt von dieser technischen Katastrophe, von diesem ganzen Ruckeln und diesen Stocker die ganze Zeit. Wahnsinn. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss mich da auch erstmal wieder dran gewöhnen. Also ich habe mir jetzt nochmal die Qualität angeschaut und mit dem Ton bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber natürlich kann ich mit der Bildqualität jetzt nicht zufrieden sein. Also es ist alles super krass verwaschen. Okay, also beim letzten Mal habe ich ausführlich erklärt über Legend of Azun, warum es ist Gothic, warum es ist Retro, was mich stört, nämlich der Eurochank, wollen wir uns nochmal das Setting anschauen von Legend of Azun. Und zwar, habe ich ja gesagt, also das Setting-Thema, das Setting-Thema ist die Romagne. So, was ist die Romagne? Also die Romagne, das ist hier, ist die Romagne. Diese Region, also sagen wir mal so diese Region eher. Sagen wir mal so hier, Ferrara, Bologna, Ferrara, Bologna, sieht man hier schon hier die Türme. Ravenna, hier der Hafen, und Forlì. So, das ist die Romagne, also nördlich von der Toskana, also hier quasi richtig zentral Italien. Und ja, das ist das Setting. So, schauen wir mal uns das an. Also hier haben wir die Stadt Bologna, hier so eine richtige Mittelalterstadt. So, und dann haben wir hier noch Ravenna. Hier ist diese alte römische Stadt und hier der Hafen. So, das ist das Setting von Legend of the Zone. Und ja, gucken wir uns das nochmal an. Also hier bei Wikipedia Hier ist natürlich interessant die Geschichte eben der Romagne. Hier Neuzeit. So 16. Jahrhundert. Hier die Stadt Bologna. Das ist hier, hier sehen wir die Türme. Hier gibt es noch dieses, also diesen Geschlechtertürm. Hier heißt es Künstlerische Impressionen des Mittelalterlichen Bologna mit rund 180 Geschlechtertürmen. Hier haben wir diese Stadtmauer mit diesen eckigen Türmen. Und hier sind auch diese Geschlechtertürme. So, und wir haben ja auch beim letzten Mal haben wir ja schon Legend of the Zone eben gesehen. Wir waren ja schon in der Stadt. Und ja, man sieht ja eindeutig, also das ist eben die Story. Also das ist die, also Asun ist ja die metaphorische Darstellung eben von dieser Stadt. Und hier auch nochmal zur Romagne. Also hier, das sind die Provinzen der Romagne und die Romagne ist halt einfach, ja, ist halt einfach so eine Region wie das Allgäu. Es gibt halt hier kein einziges konkretes, keine einzige konkrete Region, die halt wirklich Romagne genannt wird. Also das ist dann auch immer so subjektiv. Also ich würde sagen, so die wirkliche Romagne ist halt einfach Bologna und halt Ravenna. Und dann hier vielleicht noch Folie, Sessena, Rimini, Ferrara. Gut, dann haben wir hier den Hafen. So, das ist der Hafen von Ravenna. So, dann haben wir hier bei Ravenna haben wir die Geschichte. Und zwar haben wir hier die Gründung der Liga der Kamperei. Das ist auf jeden Fall noch sehr relevant. Also das wird auch metaphorisch dargestellt in Legend of Asuna noch in der Story. Aber erst in Kapitel 4. Genau, in Kapitel 4, also dann eher später, erleben wir dann halt hier Liga der Kamperei und der der Papst erobert dann eben Ravenna. Genau, das erleben wir dann oder auch eher in Kapitel 5. Da kommt ja dann die die Armee mit dem Heerführer Kronstedt. Genau, General Kronstedt. Genau, das ist dann hier, wenn wenn der Papst dann Julius der Zweite, wenn der Halde Ravenna dann erobert, 1509. Und ja, dann natürlich auch noch wichtig oder sehr interessant ist auch das Werk hier, der Fürst von Niccolo Marc Ciavelli. Darüber erfahren wir dann, wenn wir die Stadt erkunden, etwas, also hier von dieser politischen Philosophie. Und dann habe ich das so verstanden, wen spielen wir überhaupt, wer ist überhaupt der Protagonist? Also, wenn man jetzt den Euro Schenk, den Euro Schenk, wenn man den jetzt wegdenkt oder sich entfernt, dann spielen wir dann spielen wir als Protagonisten einen Kundschafter von ihm, also von Säsere Borgia, der herausfinden soll, warum die Region der Romagne mit der Hauptstadt Bologna und dem Hafen Ravenna sich weigert, Steuern zu bezahlen an den Papst. Also, der Papst ist der Vater von eben Säsere Borgia, also an den Papst Borgia oder dann eben an seinen Nachfolger Julius den Zweiten. Und genau, wir spielen halt als Protagonist einen Mann mit der Ethnie Römisch und handeln jetzt im Auftrag von eben Säsere Borgia oder eben im Auftrag von dem Kirchenstaat. Und da möchte ich jetzt auch noch zeigen und zwar das hier ist jetzt doch wieder weg. Verdammt. Ich muss jetzt nochmal kurz suchen. Und zwar es gab nämlich eine Serie Borgia und da ging es eben um die Eroberung der Romagne Serie und da zeige ich jetzt mal ganz kurz Szenen aus der Serie hier die Serie Borgia aus dem Jahr 2014 FSK 16 Staffel 3 Folge 1 1 das gucken wir uns mal an hier 2 Szenen also erstmal den Anfang also erstmal den Anfang und dann noch eine mittlere Szene 14 1495 und und es ist noch so renne dich von die Calabria ich trage sein Kind mein Kind ich werde gehen das wirst du nicht du hast meine Aussicht auf eine Ehe zertrömmert und jetzt zerstörst du auch meine Familie wir sind fertig doch das Schicksal Italiens liegt weiterhin in den Händen der Borgia keine unserer Provinzen hat den Peters Pfennig seit einem Jahr entrichtet diese also was haben wir erfahren also wir haben erfahren dass die Herzöge in Italien die Steuern verweigern dem Kirchenstaat dass der Kirchenstaat Armeen betreibt also der Kirchenstaat führt Krieg in der Romagne wo haben wir denn die Szene finde ich die und und hier und hier sieht man auch einen ganz ganz interessanten Gegenstand so warte jetzt glaube ich ja genau also hier nämlich dieser Helm hier diesen Helm den werden wir dann auch noch sehen in Legend of Azun sehr sehr eindringlich so jetzt gucken wir uns die nächste Szene an die auf jeden Fall sehr relevant ist sich nochmal anzuschauen zu abgeschnitten doch anstatt Vitelli Delorca seit drei Monaten belagern wir nun schon vor Lee die Stadt ist umzingelt und alle Nachschub und Fluchtwege sind abgeschnitten doch anstatt in die Schlacht zu gehen mit der gepanzerten Schlampe Katharina Sforza tun wir nichts und richten nur den Blick auf Cesar wie er mit dieser Kiste voller Vipan spielt meine Spanier raun dass dem Herzog die Schlangen also wir spielen quasi einer von diesen Leuten also der Protagonist ist einer von diesen Leuten die halt im Auftrag des Kirchenstaates hier agieren in Italien und zu dieser Zeit ist Italien halt auch sehr sehr von ausländischen Kräften bestimmt also dort sind Deutsche dort sind Franzosen Spanier Normannen also ist auf jeden Fall eine sehr 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 interessante Zeit so und jetzt gucken wir uns noch mal die letzte Szene an und zwar die Schlacht Szene gegen die Stadt Folie Folie ist hier das ist Folie also hier in der Romagne so das ist Folie das hier ok und jetzt sehen wir hier wie eine Schlacht gegen diese Stadt dargestellt wird das ist hier 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 Das war's. Ja, also wir sehen jetzt hier so eine richtige Mittelalter Schlacht im 16. Jahrhundert. Hier haben wir halt die Kanonen, die eigentlich auch nichts können, außer halt hier so eine Stadtmauer aufzuschießen. Wir haben hier diese typische italienische Stadt, genauso wie sie halt auch dargestellt ist in Legend of Azun, hier mit diesen eckigen Türmen. Und ja, und hier sehen wir halt die Ritter, die halt einfach mittelalterlich kämpfen. Und ja, das ist das Setting von Legend of Azun. Jetzt nochmal im Detail betrachtet. Und was überhaupt das jetzt für ein Setting-Thema ist von Legend of Azun. Und hier ist, glaube ich, auch Jesolo oder sowas. Nee, oder Jesolo ist, glaube ich, woanders. Aber hier zum Beispiel in Rimini war ich ja schon, ne. Und man hat hier zum Beispiel die ganzen Badestrände und hier, ne, wo man dann hier an der Atria ist. Hier ist ein Hotel nach dem anderen. Ja, genau, also hier in Rimini war ich ja auch schon mal. Hier ein Hotel nach dem anderen. Und hier der Strand. Und anscheinend, also ich zum Beispiel, ich kenne Italien so gut. Also ich war ja schon so oft in Italien. Und ich habe mir sofort gedacht, dass Legend of Azun halt Italien ist. Und ja, und genau, das Gothic Prequel, das Gothic Prequel spielt in Italien. Und ja, wo soll das Gothic Prequel spielen, wenn nicht in der Romagne? Also richtig im Herzen von Italien. Und ja, und Romagne ist eine Region, das habe ich letztes Mal schon erklärt, die allein beruht auf dem Ältergott. Also die, die Romagne, also hier, ist kein, keine völkische Region, keine sprachliche Region, keine kulturelle Region, keine politische Region. Es ist eine reine Region, die wir halt alle kennen, weil der Ältergott halt eben in dieser Region im 16. Jahrhundert eben gewesen ist. Und ja, das ist halt die, die, die Herzensregion war eben das Ältergott. Und ja, jetzt ist, jetzt ist Erkunden, Erkunden der Stadt, was die Stadt zu bieten hat. Und die Stadt hat auf jeden Fall sehr, sehr viel zu bieten an Dolce Vita, also an italienischem Lebensgefühl weiter. Ich erkunde jetzt einfach die Stadt und spreche einfach spontan die Leute an und frage sie halt, wer sie sind und was sie so machen hier in der Stadt Asun, die offensichtlich eine metaphorische Darstellung ist, der italienischen Stadt Bologna. Über die Steuern, warum das jetzt so ein wichtiges Detail ist. Und natürlich auch, habe ich noch erklärt beim letzten Mal, warum es so ein wichtiges Detail ist, dass die Leute hier auf dem Markt alle so wild und so laut durcheinander reden und man jedes Wort versteht, was die so sagen. Ja, also die Arena können wir jetzt noch nicht besuchen und mit der Arena können wir jetzt eigentlich offensichtlich auch sonst bisher nichts anfangen. Hier ist es auch so gemacht, hier ist eine unsichtbare Barriere, also hier kann man gar nicht reinfallen. Also hier die Arena. Also hier kann man sowas dann irgendwo im Norden ein Simps sein? Hey du! Hast du schon das Neueste gehört? Die kochen wir durch die Zelle schon weich. So ein versoffener Koch hat dem Baron ein Wein mit Pisse serviert. Daraufhin wurde er ausgepeitscht. Was für ein Trottel! Interessant. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Es gibt immer viel zu tun. Früh aufstehen, kochen, putzen, die Einkäufe auf dem Markt erledigen, wieder kochen, waschen. Nur arbeiten? Sonst wird es doch auch noch was geben. Lass mich doch einfach ausreden. Natürlich arbeiten wir Frauen hier nicht nur. Auf dem Markt kann man immer mal ein Schwätzchen halten. Es gibt doch so viel zu erzählen. Zum Glück treffen wir uns alle einmal die Woche bei Dora. Da sind wir unsere Männer wenigstens für ein paar Stunden los. Man hört doch immer die Kuhlgeschichten. Wenn du ein Problem hast, nimm es selbst in die Hand. Die Recuten sind zwar gut im Kämpfen, aber wenn irgendwo was geklaut wurde, stehen sie nur dumm rum und wissen nicht weiter. In der Stunde der Not bist du bei Pater Sarker etwas besser aufgehoben. Tagsüber predigt er vor der Arena. Kannst du mir sonst noch was erzählen? Ja, besorg dir wetterfeste Kleidung. Es fängt bestimmt gleich wieder an zu regnen. Ich habe noch nie so schlechtes Wetter wie dieses Jahr erlebt. Aber reden wir nicht davon. Im Moment ist es ja wenigstens trocken. Und da sollte man sich nicht aufregen. Wie komme ich an Geld? Mich fragt ja keiner. Wenn du weiblich und schön wärst, würde ich sagen, such dir einen reichen Mann. Aber du bist weder reich noch schön. Dir wird wohl nur die einfache Arbeit bleiben. Ob du jetzt aber irgendwo noch etwas bekommst? Keine Ahnung. Frag doch mal die Handwerker. Die suchen sicher noch Lehrlinge. Mehr kannst du mir nicht sagen. Sehe ich aus wie ein Mönch? Wenn aus dir was werden soll, musst du dich schon selbst bewegen. Ist in letzter Zeit was Interessantes passiert? Du meinst außer der Schließung der Arena? Genau. Der Händler Danarius hat wunderschöne neue Armreife. Eine hervorragende Ergänzung des Schmuckkästchens einer jeden Frau. Natürlich nur, wenn dein Mann es sich leisten kann. Sonst noch was? Katzen als Haustiere erfreuen sich neuer Beniebtheit. Irgendwas Wichtiges? Gregorius hat in letzter Zeit immer mehr Konkurrenz. Einen aufstrebenden Kleinunternehmer. Mal schauen, wie lange sein Geschäft mit dem Verkauf von Häusern bestehen bleibt. Hey du. Wusstest du schon, dass ein männliches Exemplar der Gattung Gans gänseerig genannt wird? Bisher noch nicht. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Irgendwelche Neuigkeiten? Nicht irgendwelche. Ganz fantastische. Vestitu der Schneider hat jetzt endlich das Geschäft von Tönes übernommen. Es geht das Gerücht um, er arbeitet an einer ganz neuen Kollektion. Großartig. Spotte du nur. Dir würden anständige Klamotten auch mal guttun. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Es gibt immer viel zu tun. Früh aufstehen, kochen, putzen, die Einkäufe auf dem Markt erledigen, wieder kochen, waschen. Nur arbeiten. Sonst wird es doch auch noch was geben. Daran wird sich nie etwas ändern. Lass mich doch einfach ausreden. Natürlich arbeiten wir Frauen hier nicht nur. Auf dem Markt kann man immer mal ein Schwätzchen halten. Der arme Kerl kann man leitun. Es gibt so viel zu erzählen. Zum Glück treffen wir uns einmal in der Woche bei Dora. Da sind wir unsere Männer wenigstens für ein paar Stunden los. Die exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Was sollte ich wissen? Wenn du ein Problem hast, nimm es selbst in die Hand. Die Rekruten sind zwar gut im Kämpfen, aber wenn irgendwo was geklaut wurde, stehen sie nur dumm rum und wissen nicht weiter. In der Stunde der Not bist du bei Pater Sarkerdos besser aufgehoben. Tagsüber predigt er vor der Arena. Kannst du mir sonst noch was erzählen? Ja, besorg dir wetterfeste Kleidung. Es fängt bestimmt gleich wieder an zu regnen. Ich habe noch nie so schlechtes Wetter wie dieses Jahr erlebt. Aber reden wir nicht davon. Im Moment ist es ja wenigstens trocken. Und da sollte man sich nicht aufgeben. Ich kann das nicht mehr hören. Wie komme ich an Geld? Wenn du weibig und schön wärst, würde ich sagen, such dir einen reichen Mann. Aber du bist weder reich noch schön. Dir wird wohl nur die einfache Arbeit bleiben. Ob du jetzt aber irgendwo etwas bekommst? Keine Ahnung. Frag doch mal die Handwerker. Die suchen sicher noch Lehrlinge. Mehr kannst du mir nicht sagen. Genau das habe ich auch gesagt. Sehe ich aus wie ein Mönch? Wenn aus dir was werden soll, musst du dich schon selbst bewegen. Das liegt doch auf der Hand. Ist in letzter Zeit was Interessantes passiert? Du meinst außer der Schließung der Arena? Genau. Der war doch sturzbetroten. Der Händler Dandarius hat wunderschöne neue Armreife. Eine hervorragende Ergänzung des Schmuckhästchens einer jeden Frau. Natürlich nur, wenn dein Mann es nicht leisten kann. Sonst noch was? Katzen als Haustiere erfreuen sich neuer Beliebtheit. Irgendwas Wichtiges? Mal abwarten, was daraus wird. Gregorius hat in letzter Zeit immer mehr Konkurrenz durch einen aufstrebenden Kleinunternehmer. Mal schauen, wie lange sein Geschäft mit dem Verkauf von Häusern bestehen bleibt. Der arme Kerl kann einem leiden... Irgendwelche Neuigkeiten? Nicht irgendwelche, ganz fantastische. Vestito, der Schneider, hat jetzt endlich das Geschäft von Tönes übernommen. Es geht das Gerücht um erarbeitet an einer ganz neuen Kollektion. Großartig. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ja, also auf jeden Fall richtig, richtig geil und richtig gut gemacht. Hier einfach die Atmosphäre hier an diesem Ort. Und hier den Mittelstandfrauen hier zuzuhören, über was sie so erzählen. Allein schon in diesem Moment bin ich eigentlich schon beim... Also als ich das erste Mal gespielt habe, dieses Spiel, war ich eigentlich schon komplett drin. Dachte ich, wow. Und dann auch hier die Leute, die hier auch alle so vorbeigehen. Also da gehen dann hier so die ganzen Leute vorbei und das haben so ihre Tagesabläufe. Und allein schon das, da habe ich gedacht, wow, die haben das wirklich richtig gut gemacht. Also wie die Leute so ihre Tagesabläufe haben und was sie so erzählen, das hat alles irgendwie so eine richtig tolle Atmosphäre, die ich halt so richtig schön fühle. Ja, das ist auf jeden Fall das, was man als allererstes kaufen möchte, wenn man natürlich Legend of Azun Blind spielt, also wenn man es noch nie gespielt hat. Und das ist die Karte. Und als ich das erste Mal Legend of Azun gespielt habe, habe ich natürlich auch all meine Ramsch verkauft. Und ja, dann habe ich sofort die Karte gekauft. Hat sie hier noch die Gürtel. Hier haben sie so Gänze. Die sind natürlich jetzt auch nicht so toll animiert, aber... So, Margot, wer bist du denn? So, dann tue ich jetzt mal den Garten hier komplett plündern. Ne, das mache ich doch jetzt mal. Ja, also jetzt ist Nacht und was kann man jetzt machen in der Nacht? Also ich würde sagen, ich gehe jetzt nicht in die Kneipe, wo jetzt alle sich versammeln, sondern ich möchte die erst mal alle kennenlernen an ihrem Arbeitsplatz, damit ich auch weiß, okay, wo ist jeder? Und ja, deswegen würde ich es... Tue ich mich jetzt halt schlafen legen erst mal. Und dann geht es hier morgen erst wieder weiter. So, schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Wo bekomme ich Arbeit? Also wenn ich jetzt mich so, also mir den Stream so angucke und die Videos, und ich denke mir so, ja, die Video-Qualität ist jetzt aber auch nicht super, ist nicht so schlimm, denn ich habe ja auch schon, glaube ich, bei Folge 2, genau, bei Folge 2 habe ich ja auch ausführlich gesagt, dass mich der Euro-Chank eben extrem stört und dazu gehört auch die absolute technische Katastrophe, welche eben die Original-Engine ist. Dazu zählen die absolut unerträglichen Ladezeiten, die Abstürze. Ich hatte jetzt bisher noch keinen Absturz, aber als ich das erste Mal letzte Versuch gespielt habe, hatte ich sehr, sehr viele Abstürze, die mich auch extrem gestört haben. Dann, was mich unfassbar nervt, ist dieses Stocken. Also man läuft oder man dreht die Kamera und alles stockt und stockt die ganze Zeit. Also das nervt mich so dermaßen krass. Also vor allem, weil ich halt zum Beispiel auch jetzt 500, 600 Stunden ein Computerspiel gespielt habe, das eben auch zum Beispiel Gothic 1 auch sehr ähnlich ist und das ist eben Days Gone. Ja, ich wende mich jetzt erstmal zu den Handwerkern und nehme mal die Quest an von den Handwerkern und erledige die Quests. Die finde ich auch wirklich sehr, sehr amüsant gemacht. Und ich finde, das passt für mich überhaupt nicht ins Italien-Setting. Also ein Sachse, der sechselt in Italien, in Zentralitalien, ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist für mich so... Also hier kann man sich die Karten, die beiden Karten von der Stadt und von der Region kostenlos angucken. Hier, man kann auch in die Ego-Perspektive gehen. Dann kann man sich hier kostenlos die Stadt angucken. Und das hier ist die Region Asun. Und hier, hier in der Mitte, hier, da ist die Stadt. Südlich davon ist das Armenviertel, wo wir waren. Und dann geht es hier runter zum Hafen. Und wenn man eben nach oben geht, dann kommt man eben hier rechts. Ganz rechts oben ist Orienshof. Dann in der Mitte ist Karlshof. Ich glaube, ganz oben war das freie Lager. Nee, nee, hier, hier, links von der Stadt. Das ist das freie Lager. Also hier ganz unten. Und hier ganz links oben ist das Kloster. Und die ganze Gegend hier ist das Ödland. Und vom Ödland gibt es keine Karte. Aber diese Region hier, also hier quasi links unten, die ist sehr, sehr groß. Das ist eigentlich die größte Region hier überhaupt von der ganzen, ja, von Asun die größte Region. Das ist eigentlich die größte Region hier. Ja, das ist auch ein bisschen herausfordernd. So viele Wölfe, weil ich kann ja eigentlich noch gar nichts. Tja, über die Ladzeiten, direkt aus der Hölle. Also ich versuche natürlich, den Backstep-Dodge so gut wie möglich zu machen. Und hier sieht man mal wieder die Technik. Ne, zwei verpackte NPCs, die hier einfach irgendwie gegen die Wand rennen. Tja, die Ladezeiten, wie gesagt, direkt aus der Hölle. Aber bei dieser polnischen Mod, die ja so gelobt wurde, da sind die Ladezeiten ja noch viel perverser. Sondern das hier. Na warte, du Mistkerl. Da ist wieder eine Waffe. Wollt ihr wohl einmal aufhören? Weg dich nie wieder mit mir an. Hier wird nicht gekämpft, klar? Okay, noch mal. Na bitte, geht doch. Weg mit der Waffe. Na bitte, geht doch. Aber das ist doch anscheinend vielleicht noch gar nicht möglich. Also anscheinend muss ich doch so ein bisschen was können im Einhand kämpfen. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Bittere, dass sie alle Gegner so gemacht haben, dass die Einhand geübt sind und keine Anfänger sind. Ja, das ist so ein bisschen das Bittere, weil so kann ich die natürlich auch nicht so leicht besiegen. Weg mit der Waffe. Na warte, du Mistkerl. Weg dich nie wieder mit mir an. Okay, also ich kann die Quest nicht machen. Erst wenn ich geübt bin, kann ich den so richtig da an den Kisten dann so ja, dass er dann Kisten dann so festhängt. Aber ich kann ihn jetzt noch nicht besiegen. das heißt, ich erkunde jetzt einfach mal die Stadt noch weiter zu ändern. Was suchst du hier? Geh! Du hast hier nichts zu suchen. Du hast hier... Und es ist ja auch so, es ist ja auch so, dass man... Also was ist Gothic? Was ist die Gothic-Hauptgeschichte? Die Gothic-Hauptgeschichte ist vor allem eines Reutig. Ja, Reutig. Und es ist so, dass man mit authentischem Reutigem mit authentischem Reutigem kann man sehr, sehr viel Geld verdienen. Also zum Beispiel aktuell Squid Game. Ja, Squid Game. Ein Milliardenerfolg. Ein Milliardenerfolg. Und ich denke, also wenn ich jetzt Gothic machen würde, dann würde ich genau darauf abzielen, dass ich sowas mache wie Squid Game, was wirklich authentisch ist und wo ich dann mir denke, okay, so wie in Squid Game die Milliarden verdient haben, genauso will ich auch so Milliarden verdienen. Ja, bei der Wikipedia-Seite von der Stadt Bologna oder bei Google Earth haben wir ja gesehen, dass die Stadt Bologna auch so an so ein Berggebiet, so ein Gebiet mit so Bergen grenzt. Und genau das haben wir hier auch. Also hier haben wir hier zur Küste haben wir eher so Flachland und hier haben wir so richtig Berge auf einer Seite der Stadt der Stadt. ein ein Es ist die Wienige. Ja, also hier kann ich auf jeden Fall nochmal wiederholen, wie krass dieses Stocken mich nervt. Also man läuft hier geradeaus und man wird die ganze Zeit so nach hinten gezogen, wie krass mich wieder die Technik stört, diese Ruckler und dieses Stocken, weil ich kann mir einfach die Technik nicht mehr geben. Ja, ich habe jetzt so viele Stunden zum Beispiel Days Gone gespielt und Days Gone hat keine Ladezeiten, es hat keine Ruckler, es hat kein Stocken. Und immer wie das so hinstockt und wie man dann die Kamera wieder so nach hinten wieder zuckt und so, ich finde das ganz, ganz schlimm. Bei mir geht da echt die Laune und der Spielspaß da wirklich fast gegen Null. Ich liebe, ich liebe, ich liebe die Grafik, ich liebe das Kampfsystem, ich liebe die Sounds, außer vielleicht die Wasserfall-Sounds, aber insgesamt vor allem auch die Kampfsystem-Sounds und Grafik, Gameplay, vor allem auch das Interface, also das HUD, liebe ich wirklich wahnsinnig, Inventar und so weiter, liebe ich alles. Aber die Technik, wie das immer so rumruckelt und dann immer so dieses hier so Aufploppen, also dieses Aufploppen, dieses Texturflackern, Ruckler und so weiter, das kann ich mir nicht mehr geben. Und ich sage es ganz ehrlich, bis halt das Remaster endlich mal kommt und ich sage ganz klar, ich will endlich dieses Remaster spielen. Das ist einfach das, was ich mir am meisten wünsche und auch am meisten erwarte von der Gaming-Industrie, dass sie einfach dieses Remaster macht, um halt einfach auch nochmal den Retro zu würdigen und zu loben und auch um das Gothic-Prequel zu bringen. Weil ohne das Gothic-Prequel, so und dann vorhin, wo ich halt die ganze Zeit gestorben bin und so, das ist alles in Ordnung für mich. Ich meine, das ist halt nochmal dieses Spiel, dass du am Anfang halt, ja, so weggehackt wirst mit zwei, drei Treffern und dann halt im späteren Verlauf halt dann selber die ganzen Monster dann alle mit ein, zwei Schlägen dann erledigen kannst. Das Remaster ist das, was ich mir wünsche. Das, was mich stört an Legend of the Sun sind eben hauptsächlich zwei Dinge. Das ist die Technik, also die Technik Stocken beim Rennen, stört mich extrem krass. Dann Ruckeln, wenn ich mich drehe, nach links oder nach rechts drehe, das stört mich extrem. Das Texturflattern und auch dieses Aufploppen von Texturen. Also, wie gesagt, die Technik macht es mir wirklich sehr schwer. Dann eine ganz wichtige Idee, auch gerade beim Remaster, ist, dass man ein Tutorial macht. Dass man ein Tutorial macht von dem Spiel, vor allem bezüglich dem Kampfsystem. Also, am besten ist es wirklich so, dass man, dass man es entweder macht, so wie in Half-Life 1, dass man so ein Tutorial macht, was dann so ganz extern ist vom Spiel. Oder man macht sogar ein Story-Tutorial. Also, dass man irgendwie den Protagonisten spielt, bevor er irgendwie auf Asun ist. Und, dass der Protagonist vielleicht, also, dass man am Anfang irgendwie darstellt, dass er halt zumindestens geübt ist im Einhandkämpfen. Und dann kann man in so einem Tutorial, kann man dann schon mal so ein bisschen dodgen und so ein bisschen Backstep-Dodge das sehen, wie das funktioniert. Also, ich finde es auf jeden Fall fatal, wenn man jetzt gar kein Tutorial machen würde beim Remaster. Weil, wie man ja gesehen hat, also jetzt bei der letzten Folge, ich kann ja, ich kann ja bei Kämpfen, kann ich ja noch gar nichts. Also, ich kann so gut wie keinen menschlichen NPC besiegen, eigentlich gar keinen. Ich kann auch gar kein Tier und gar keinen Monster besiegen. Also, das Einzige, was ich irgendwie besiegen konnte, war vielleicht mal so ein junger Scavenger mit ganz viel Mühe. Oder eben irgendwelche Ratten oder Fleischschwanzen oder sowas. Und jeder Spieler, der jetzt vielleicht noch Gothic 2, Gothic 2 gar nicht so gut kennt, oder vielleicht noch gar nicht kennt, der wird dann sich auch denken, hey, was ist das denn? Das ist ja unspielbar. Also, auf jeden Fall ein Tutorial machen, wo am Anfang einfach man eine Spielfigur spielt, die einfach schon mehr drauf hat. Oder eventuell vielleicht sogar dieses Thema Rollenspiel ganz weglassen. Wobei dieses Ding, dass du am Anfang schwach bist und dann immer stärker wirst, finde ich eigentlich so wahnsinnig gut. Das ist für mich eigentlich gar kein Rollenspiel, sondern das haben wir ja auch in Action-Adventure. Also, zum Beispiel, ich habe ja letztens gespielt A Plague Tale Innocence, wo ja dann jetzt auch der Nachfolger kommt, Requiem. Und da ist es ja auch so, dass die Spielfigur am Anfang ja gar nichts kann und dann immer mehr dazu lernt und dadurch erst dann viel stärker wird. Also, das haben wir auch zum Beispiel ganz, ganz viel auch bei Action-Adventure, dass man am Anfang eigentlich gar nichts kann und dann erst im Laufe des Spiels dann eben erst neue Fähigkeiten lernt. Das ist eigentlich auch nicht ein, also das haben auf jeden Fall auch Action-Adventure. So, und Legend of the Zone ist ja ein Action-Adventure. Gut, also ich würde auf jeden Fall am Anfang oder am Anfang vielleicht als, oder genau, als Tutorial vielleicht die Arena. Naja, wobei, nee, die Arena nicht, weil die Arena ist ja dann auch so, ich glaube, dann ist man auch zu krass gespoilert, und dann, wenn man nämlich die Arena spielt mit der Story, also auf jeden Fall irgendeine Art von Tutorial machen, ich weiß ja jetzt auch nicht genau, wie ich mir das konkret wünsche, dass man auf jeden Fall eine Figur spielt, die halt schon geübt ist im Backstep-Dodge, im Blocken und vielleicht sogar die Meisterhaltung hat und Bogen, also dass man einfach ganz am Anfang des Spiels schon merkt, okay, das kann das Spiel. Das Spiel kann Fernkampf, das Spiel kann Magie, das Spiel kann Nahkampf, das Spiel kann, achso, ja genau, zwei Hände, also ich würde sagen, zwei, genau, warte, da komme ich dann gleich nochmal dazu. So, okay, dazu komme ich jetzt. Okay, also, zwei Dinge, die mich stören, erstens die Technik und zweitens der Euro-Chank. So, Euro-Chank in Gothic 2 finde ich auch zum Beispiel den Zweihand-Kampf, so wie er dargestellt ist, also dass man so eine krass übertrieben krasse Zweihand-Waffe hat, finde ich einfach überflüssig, ist einfach Quatsch. Und, ähm, also Zweihänder würde ich auch weitestgehend entfernen aus dem Spiel. So, und, äh, natürlich ist es auch so beim Weltdesign, dass nicht alles glänzt, so wie das jetzt ist. Und es gibt eine Sache, warte, dazu, das, warte, ich wiederhole nochmal, ich wiederhole nochmal, ich glaube von Folge 2. So, also in Kapitel 1, wir sind jetzt in Kapitel 1, da erkundet man halt die Region, ähm, die Romagne. So, und in der Romagne, da lernt man Orte kennen, die mit dem Katholizismus konkurrieren. Wir spielen ja eine Fraktion, ähm, auf der Seite des Katholizismus, und wir erforschen jetzt die, ähm, die Region der Romagne eben nach Fraktionen, die mit dem Katholizismus konkurrieren. So, und da gibt es natürlich einiges zu entdecken, aber natürlich werden wir dann am Ende, oder das ist ja dann auch die Hauptgeschichte von Legend of Ersohn, ähm, das Gothic Prequel. Denn das, was natürlich dann auch wirklich mit dem Katholizismus konkurriert, das ist natürlich Gothic, aus dem ja dann auch die evangelischen Römer hervorgehen. Und natürlich ist die evangelische Kirche, ähm, oder halt überhaupt die Evangelien, sind natürlich der wichtige Konkurrent, äh, gegen den, äh, Katholizismus. Und, ähm, genau, also natürlich ist der wichtigste Konkurrent ist dann, äh, Gothic. Aber natürlich vorher, bevor wir überhaupt Gothic kennenlernen, also von Anfang an ist natürlich Gothic noch nicht da. Wir tun, äh, Gothic kommt ja dann erst, das ist ja das Gothic Prequel. Gothic kommt ja erst im Laufe der Story, im Laufe der Hauptgeschichte. Eigentlich erst dann ab Ende Kapitel 2 kommt dann erst überhaupt, äh, Gothic, oder ab Kapitel 2 kommt dann überhaupt erst Gothic. Und, ähm, oder lernen wir überhaupt erst Gothic kennen in dieser Spielwelt. Und, ähm, da lernen wir, also bis, ähm, also wir erkunden halt die Romagne und, ähm, alle Fraktionen, die halt mit dem Katholizismus konkurrieren. Und da ist eben eine, zum Beispiel Konkurrenz, ist zum Beispiel die Aufklärung und die Säkularisierung. So, und die gucken wir uns mal ganz kurz an. So, also hier Wikipedia, die Aufklärung. Was ist die Aufklärung? Okay, die Aufklärung ist jetzt, ähm, noch nicht so ein krasses Thema im 14. oder im 15. oder im 16. Jahrhundert. Aber hier steht auch etwa für jenes, das im Zuge der naturwissenschaftlichen Revolution im 16. Jahrhundert gewonnen wurde. Okay, also die Aufklärung beginnt dann eigentlich auch wirklich schon im 16. Jahrhundert. Also, das ist ja die Zeit, wo dann auch, ähm, Legend of the Romagne dann spielt. Und, ähm, wir lernen halt hier auch, ähm, ähm, eben Leute kennen, die uns halt viele Ideen aus der Aufklärung erzählen. Also, das ist jedenfalls das, was ich erwarte von der Fraktion, die hier in dem Spiel genannt wird, Freies Lager. Und, dass wir auch im Freien Lager was erfahren über die Säkularisierung. Also, dass, ähm, es grundsätzlich abzulehnen ist, dass der Kirchenstaat, äh, Armeen, Armeen führt, Kriege führt, ähm, Steuern erhebt für, für Streitkräfte. Sondern, dass der, dass dann hier eben diese Idee ist, dass eben, ähm, der, der Kirchenstaat, äh, überhaupt gar keine Armee, überhaupt gar keine Streitkräfte, ähm, haben darf. Und, ähm, ja, das ist die Idee der Säkularisierung. Also, das sind die, eigentlich die zwei Themen, äh, von denen dann, ähm, diese Fraktion, äh, das freie Lager eben dann auch erzählen muss im Remaster. So, jetzt ist aber Legend of the Sun natürlich auch gebaut von sieben Leuten, oder ich glaube sogar, oder weniger, ist natürlich jetzt nicht, ähm, das perfekte, fertige Meisterwerk, dass man jetzt einfach, ähm, wo man jetzt einfach ein Remaster machen kann sofort. Also, so wie bei Shadowman, da hat man einfach ein Remaster gemacht. Sondern es geht hier natürlich um ein Remastered. Also, was heißt Remastered? Remastered heißt im Endeffekt Remake, ja, ein komplett, komplettes Remake, aber das, ähm, Grafik, Kampfsystem und Gameplay komplett gleich beibehalten werden. So, das ist das, was ich erwarte von dem Remastered. Und eine ganz wichtige inhaltliche Änderung, jetzt im Vergleich hier eben zum Original, ist, dass man eben das, ähm, freie Lager, ähm, dazu nutzt, um eben diese Geschichte der Säkularisierung und der Aufklärung zu erzählen. So, im Original, das werden wir ja jetzt, ähm, sehen, ist das freie Lager komplett Euro-Chank. Also, alles, was wir jetzt im freien Lager, ähm, erzählt bekommen, alles, was wir jetzt im freien Lager hören, was die Leute uns erzählen, ist Euro-Chank. Ähm, da, zum Beispiel auch ein Thema sind die Frauen, ja, im freien Lager gibt es, äh, soweit ich mich erinnere, aber sehen wir dann, gibt es keine Frauen. Es ist quasi ein reiner, hundertprozentiges, ähm, Männerlager. Also, quasi so wie das Banditenlager, wo ja dann eigentlich auch, ich glaube, nur ein, zwei Frauen sind, aber im freien Lager gibt es sogar gar keine Frau. Also, hier haben wir sozusagen hundertprozentig gar keine Frau. Und, ja, auch überhaupt vom Design und so gefällt mir das freie Lager auch nicht. Also, das freie Lager ist auf jeden Fall das, was auf jeden Fall komplett nochmal, äh, umgedacht werden muss, äh, nochmal ganz neu gestaltet werden muss. Und überhaupt dann in der gesamten Hauptgeschichte hat, ähm, das freie Lager eigentlich auch gar keine Bedeutung. Es hätte sogar komplett weggelassen werden können. Ne? Also, okay, man braucht dann vielleicht so ein bisschen noch so die, die Armee aus dem freien Lager, wo man dann halt irgendwie die Orks bekämpft. Oder, wo man dann irgendwie den Hafen dann noch zurückerobert. Aber ansonsten ist das freie Lager eigentlich zu hundertprozentig überflüssig. Ne? Klar, genau, natürlich, die Hexe ist auch noch im freien Lager, aber das fand ich jetzt auch irgendwie nicht so gut umgesetzt. Habe ich auch nicht verstanden, warum die jetzt genau da ist. Die hätte ja auch irgendwann eigentlich sein können. Und, äh, aber, aber, im Remastered muss die Hexe sein im freien Lager, ne? Denn da hat sie ja die Freiheit, äh, nachzudenken über, über Gothic und wie man Gothic eben bekämpfen kann in Italien. Und, äh, ja. Also das freie Lager ist, so wie es im Original dargestellt ist, komplett Eurochank. Es ist sozusagen der, ja, das schwächste, also der schwächste Ort, der, das schwächste Storytelling von Legend of Azun. Und, äh, natürlich wundert es mich nicht, dass, äh, diejenigen, halt, die Legend of Azun, halt, Let's Played haben bei YouTube, sich eben genau dafür entschieden haben. Nämlich sich genau entschieden haben für den Eurochank. Das heißt, sich entschieden haben, äh, dem freien Lager beizutreten. Und, äh, ja, das freie Lager, ähm, das muss auf jeden Fall ganz, ganz anders, äh, gemacht werden dann im Remastered. Und, äh, denn ich muss auch sagen, ich, ich hab das freie Lager auch nicht ganz verstanden. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, das freie Lager hab ich auch eigentlich weitgehend komplett vergessen. Also, ich hab ja vor zwei Jahren, hab ich ja, zwei Jahren hab ich ja Legend of Azun gespielt. Und ich kann mich halt eben noch sehr gut erinnern ans Kloster. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, auch, äh, teilweise gut erinnern an den Hafen und an, an das Ödland und so. Aber was im freien Lager war, wie, was wir da gemacht haben und so. Boah, also, da ist auch wirklich nichts Erinnerungswürdiges, ähm, designt worden. Und, ähm, ja, da muss man das meiste, muss man wirklich sagen, da muss man das meiste wirklich komplett wegwerfen. Und, ähm, ja, nicht diese, diese Piranha-Bites-Euro-Chank-Formel von diesen drei Lagern machen, ja. Ja, sondern, ähm, sich überlegen, okay, das ist hier die, äh, Fraktion, die konkurriert mit dem, mit dem Katholizismus. Und dass man das dann so erzählt. Das ist einfach ganz wichtig. Ich persönlich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hab auch beim letzten Mal, hab ich auch kritisiert, dass die Leute, ähm, sich weigern, Allgemeinwissen anzueignen und, ähm, 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 ja, sich da, ja, einfach quasi lebenslang blöd, blöd bleiben und blöd sind, ja. Und dann richtige Kreaturen sind. Aber jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, beim Thema der Aufklärung hab ich jetzt leider auch nicht so viel Allgemeinwissen. Klar, ich hab natürlich, ähm, auf dem Gymnasium im Deutschunterricht, ähm, das, äh, gelernt. Aber wie es so ist, es ist nun mal bewiesen, es ist nun mal bewiesen, dass, ähm, 99 Prozent von allem, was man im Abitur, ähm, während der Abitur oder diesen, ähm, 13 oder 12 Jahren Schulzeit, was man da eben, ähm, ähm, gelernt hat und was man, mit, mit was man konfrontiert wurde, dass man das, ähm, vergisst. Und zwar in der Weise vergisst, als wäre man noch nie im Leben damit konfrontiert worden. Und genauso ist es, geht's bei mir jetzt bei dem, bei dem Thema Aufklärung. Also mein Spezialgebiet ist, äh, äh, Gothic. Also was ist Gothic? Gothic ist eine Heidentum, ähm, ist das Aztekenreligion Heidentum übersetzt in europäische Ästhetik. Das ist, ähm, Gothic und, äh, ich kenne mich, äh, komplett aus mit Aztekenreligion, mit, ähm, Viziloch-Potschtli Perspektive, mit, auch der, ähm, mit der Sprache Navatl. Also, ähm, also mit Aztekenreligion kenne ich mich, äh, sehr, sehr gut aus. Also da kann ich wirklich sehr, sehr viel erzählen. Aber beim Thema Aufklärung, da bin ich nicht so stark. Also ich weiß jetzt nicht genau, was genau dann da erzählt werden muss. Vielleicht, ähm, also es geht hier um Thomas Hobbes, genau. Also das weiß ich auf jeden Fall, der Leviathan und so. Also auf jeden Fall über solche Sachen wie, äh, hier der Leviathan und sowas, ähm, werden wir im Remaster, also müssen wir auf jeden Fall im Remaster dann im freien Lager ganz, ganz viel erzählt bekommen. Gut, ähm, jetzt habe ich ausführlich gewarnt vor dem Euro-Chank, der uns jetzt hier erwartet in dieser Folge bei der, beim freien Lager. Ähm, genau, also das war mir auf jeden Fall wichtig, darauf, ähm, davor ausführlich zu warnen, mit was für einem Euro-Chank wir jetzt hier konfrontiert werden. Und, ähm, ja, das ist aber auch der schlimmste Euro-Chank. Also im, im Kloster, ähm, oder halt eben in der Akademie, da, ähm, begegnen uns auch wieder wirklich sehr, sehr interessante Dialoge. Aber hier im freien Lager, da werden, werden wir jetzt, ähm, halt nur konfrontiert mit Euro-Chank. Und, ähm, eventuell, eventuell kann man jetzt, all das, was ich jetzt spiele im freien Lager, kann man eigentlich jetzt auch beim, beim Walkthrough gucken, auch komplett skippen. Also ich denke mal, dann, äh, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, da geht es dann, äh, wirklich, äh, interessant wieder weiter, wenn wir dann eben zum Kloster gehen oder eben zum Hafen gehen. Und, ähm, ja, aber jetzt, ähm, ja, jetzt kriegen wir es zu tun mit den Euro-Chank-Hirn-Fürzen von, ähm, irgendeinem Entwickler, der wahrscheinlich selber auch gar nicht verstanden hat, was Asun ist oder was Asun dann auch werden hätte sollen. Also, das freie Lager ist dann, denke ich, auch an der Gesamtvision von dem Gesamtwerk, von der Gesamthauptgeschichte vorbei entwickelt worden als Themaverfehlung, als Säkularisatz, ähm, Säkularität, nee, als Singularität, als Singularität, als Singularität Euro-Chank, Storytelling und, Singularität Euro-Chank-Setting. Ja, jetzt haben wir hier auch noch ein, eine Sache, die natürlich auch unerträglich ist in dieser technischen Umsetzung und, äh, das ist auch teilweise das Sound-Design, also wie gesagt, das Sound-Design von Wasser, das Sound-Design von Wasserfällen und in der Nacht hier der Uhu oder die Krähe oder so, was hier die ganze Zeit, ähm, rumbrüllt. Und, und dass die Nacht zehnmal lauter ist als der Tag, ergibt natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn. So, hier haben wir unseren besten Freund wiedergefunden. Also der beste Freund von den Protagonisten und, ähm, also hier, der, der hat uns ja geholfen, dass wir in die Stadt gekommen sind. Und der hat ja gesagt, dass er hier hingeht, ins freie Lager. Und, ja, jetzt haben wir ihn, ihn hier wieder getroffen. So, ich weiß noch, ähm, man braucht später für eine Quest, braucht man diese Feldräuber-Eier. Und, äh, wenn ich die jetzt im Inventar habe, dann knacken die nur auf. Oder es spawnen sogar so kleine Feldräuber. Deswegen entferne ich das jetzt mal. So, ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal einhand auf, äh, geübt skille. Und, äh, ja, ich bin eigentlich mit sieben Prozent, bin ich ja eigentlich schon zufrieden. Das passt eigentlich schon. Und, denn ich finde ja jetzt auch keine schwachen Gegner mehr. Also keine schwachen Scavenger, keine schwachen Wölfe oder was auch immer. Ja, dass ich denke, einhand sieben Prozent ist eigentlich schon das höchste. Wobei, vielleicht kann ich hier noch ein paar Ratten killen und dadurch vielleicht noch ein bisschen off-leveln. Ich weiß nicht. Also, ich brauche, was brauche ich denn? Ich brauche für 27, weil für 29 brauche ich, ich brauche 22 und dann plus 5, also 27 brauche ich. Und dann habe ich noch 12, das kann ich nur in Stärke tun. Dann habe ich 25 Stärke. Ja, das ist eigentlich okay. Okay, so, machen wir das mal. So, unterrichte mich. Ring mir bei, wie man mit einhand Waffen kämmt. So, jetzt habe ich 9. 9, dann brauche ich jetzt 20, also 5, 10. 15, 20, so, und jetzt habe ich 29 und jetzt kann ich nochmal für 5. Ring mir was bei. Also, jetzt habe ich 16 Lernpunkte. Ring mir bei, wie man mit einhand Waffen kämmt. So, jetzt kostet es doppelt so viel. 16, jetzt habe ich 11, ne? 11 Lernpunkte. Genau, und die 11 tue ich in Stärke. Ring mir was bei. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Sehr gut, jetzt muss ich ein Level aufsteigen, habe ich auch 34 Stärke. Okay. Okay, perfekt. Perfekt, 34. So, jetzt bin ich geübt. Bin ich geübt, kann ich schnell schlagen. Gut, 24 Stärke kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, also... Okay, ich muss noch ein Level aufsteigen und dann kann ich hier so ein rostiges Schwert oder auch die selbst geschmiedete Waffe tragen. So, aber ich gucke jetzt mal, ob ich schon einen Scavenger besiegen kann. Okay, ich gucke jetzt mal, aber ich gucke jetzt mal. Okay, ich gucke jetzt mal. Gut, gut. Oh, 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 oh. Also ich denke, das was mich jetzt gekillt hat, waren diese Stocker, ja, diese Ruckler und genau deswegen hasse ich diese Ruckler und überhaupt die Technik hier in diesem Spiel so krass. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also an der Stelle muss man dann Adanos durch Adonos oder durch was anderes austauschen, weil das ist jetzt, der Begriff Adanos ist ja Fanfiction von dem Piranha Bytes Eurochank und das kann man natürlich hier nicht belassen. Jetzt ist das Spiel abgestürzt, das erste Mal ist jetzt das Spiel abgestürzt, ich hoffe ich habe jetzt gut gespeichert. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich gespeichert habe. Oh, wie gemein, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Aus dem Nichts. Tja, genau das ist das Böse an dem Spiel. Das Spiel stürzt ab und ich habe halt keine Ahnung warum. Jetzt muss ich erstmal irgendwas laden. Ja, also jetzt habe ich mich dazu entschieden, noch ins Kloster zu gehen. Also wie gesagt, das Kloster interpretiere ich als jüdisches Kloster. Und mit dem Gott Adonus. Und mit dem Gott Adonus. Also hier ist auch wieder ein Eurochank-Moment. Also der Fanfiction Belia wurde hier erwähnt. Das muss natürlich auch gelöscht werden. Also dieser Fanfiction darf nicht erwähnt werden. Also hier verwende ich das Waffenrad. Und zwar ich halte Waffe ziehen gedrückt. Und dann nach vorne oder nach hinten. Und dann kann man hier wechseln. Also zum Beispiel auch sowas stört mich. Wenn man jetzt hier zum Beispiel über so einen Zaun springt. Wer dann so nach oben flippt. Hier. Wer da so nach oben flippt. Also das muss auch zum Beispiel in einem Remaster auf jeden Fall entfernt werden. Also das stört mich wirklich sehr. Das macht das Spiel auch wieder zu Chank. Oder Eurochank. Also beim letzten Mal, wo wir gespielt haben, haben wir die Stadt erkundet. Das heißt, wir können jetzt Lehrling werden. Und haben in der Stadt eigentlich alles erkundet. Also mit jedem geredet. Dann waren wir im freien Lager. Haben dort auch alles erkundet. Haben dort auch alle Quests angenommen und mit jedem geredet. Und dann waren wir noch im Kloster. Und haben dort auch alle Quests angenommen und mit jedem geredet. So. Und in dieser Folge werde ich vor allem die Bauernhöfe erkunden. Und dann auch noch zum Hafen gehen. Gut. Jetzt kann ich mir überlegen, bei wem ich Lehrling werden möchte. Und zwar. Wenn ich bei Garot Lehrling werde, dann kann ich, soweit ich mich erinnere, Pfeile herstellen. Also es ist vielleicht ganz interessant, wenn man halt mit Bogen spielt. Und bei Joachim genau das Gleiche. Also da kann man auch halt dann Pfeile und Bolzen herstellen lernen. Und irgendwie da habe ich sehr, sehr aufwendig und auch mit sehr viel Zeitaufwand, habe ich mal hier alle Rüstungen ausprobiert, die man hier herstellen kann. Also dann ist klar, also jetzt, also für mich ist sowieso klar, also hier für den Walkthrough, wo ich dann Lehrling werde. Und zwar, ich spiele ja Nahkampf, Einhand. Und bei Ahus, dann kann ich dann einfach die stärkste Einhandwaffe dann bekommen, wenn ich bei ihm Lehrling werde. Das mache ich auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt Bogen spiele, dann würde ich wahrscheinlich wählen, dass ich Kleidung herstellen kann. Oder halt, dass ich vielleicht, oder hier bei Johann, dass ich dann Pfeile herstellen kann. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie dringend man, oder wie in Not hier man bei den Pfeilen ist. Und wenn ich jetzt Magier spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich bei dem Kleidermacher, würde ich dann wahrscheinlich Lehrling werden. Na gut, aber wir werden natürlich Lehrling beim Schmied. Ja, dann lerne ich jetzt mal das schwächste Schwert und das zweitschwächste Schwert zu schmieden. Ich glaube, das kostet dann fünf Lernpunkte. Und dann schleifen. Denn dann kann ich die beiden Waffen noch, weil die Waffe, die ich halt noch anlegen kann, die tue ich dann halt noch schleifen. Und dann bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet. So, jetzt kann ich hier wählen zwischen Zweihänder und Einhänder. Und ich lerne nur Einhand. Denn mit Einhand kämpfen in diesem Gameplay oder in diesem Kampfsystem ist nämlich wirklich elegant. Und Zweihänder hier ist eigentlich Cenk. Okay, also ich kann das zweitschlechteste Schwert zum Beispiel schon gar nicht anlegen. Und deswegen ist es einfach sinnvoller, dass ich gleich Waffen, hier, Waffen schärfen lerne. Bring mir das Schleifen von Klingenwaffen bei. Das Wichtigste. Also das hier ist ja mein Lieblingsschwert, dieses Bastardschwert oder Breitschwert, hier wie es Breitschwert heißt. Aber das werde ich natürlich nicht tragen, weil es macht halt den gleichen Schaden. Aber hier habe ich ja noch One-Handed-Talent-Bonus plus fünf. So, jetzt habe ich die Waffen, da kann ich jetzt endlich mal Monster auf Monsterjagd gehen. Und jetzt besorge ich mir noch halt eine vernünftige Rüstung. Und da gibt es die Schuhe und die halt die Lederrüstung, die Standard-Lederrüstung. Genau. Ja, jetzt auch wieder dieses Stocken, ne? Dieses Stocken. Also es geht mir so krass auf die Nerven. Also ich kann wirklich nur mich wiederholen. Hier, dieser Soundbug, dass da jemand ständig die ganze Zeit schießt mit einer Armbrust. Also hier ist jemand in der Arena. Hier. Jemand ist hier in der Arena mit der Armbrust und schießt die ganze Zeit. Finde ich auch super nervig. Also das hätten sie auf jeden Fall auch entfernen müssen. Gut. Gib her. Fein. Hier sind deine Roperi. Ja, also das lohnt sich doch. Also ein Rohrstall kostet 60 und er gibt mir 250 für eine Waffe, die ich geschmiert habe. Nicht schlecht. So, ich habe, ähm, wie viel Rohrstall? 13. Okay, also jetzt habe ich schon mal genug Roperi, um mir die beste Rüstung zu kaufen und mir die Karten zu kaufen und einfach alles zu kaufen, was ich mir gerne kaufe. Und zum Beispiel auch die ersten Spruchrollen zu kaufen, die ich natürlich gerne habe. Ja, und hier sieht man natürlich auch die krassen Ruckler. Also es ist ja wirklich pervers. Hier, wie das hier ruckelt. Wenn der hier im Amboss ist. So, schleifen wir das hier. Jo, diese Heavy Hunter Armor, die finde ich, die ist ein richtig cooles Design. So, dann kaufe ich mir noch ein Gürtel. Und zwar, ich will ja dann, äh, Mitglied der Stadtwache werden. Das heißt, ich kaufe mir gleich den Gürtel der Stadtwache. Und eventuell kann ich mir auch noch das Amulett kaufen und noch einen Ring kaufen. Genau. Also, ich gehe dann zum Markt, kaufe mir noch Amulett, Ring und Gürtel, ähm, für die Stadtwache. Und dann bin ich schon richtig gut gerüstet. Also ich habe eine gute Waffe, ich habe eine gute Rüstung. Und jetzt kann ich richtig schön in die Wälder gehen und, äh, jetzt mal Monster erledigen und Erfahrungspunkte sammeln. Da ist nichts zu holen. Genau. Dann werde ich dir mal zeigen, was ich mit Maden wie dir mache. Dann werde ich dir mal zeigen, was ich mit Maden wie dir mache. Wälder, wie ich mit Maden wie dir mache. Schauen wir uns erstmal die Karte an. Also hier die Karte von der Stadt. Und hier die Stadt, die Karte von Asun, von der ganzen Gegend. Die Karte von Asun, von der Karte von Asun. Die Karte von Asun. Die Karte von Asun. Och, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da jetzt gleich so tief nach unten geht. Ach du meine Güte. Oh nein. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Gerade wo ich jetzt speichern wollte. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Ja, gerade jetzt wo ich speichern gedrückt habe. Zack, Spiel ist abgestürzt. Oh nee. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Boah, aber auch diese Ladezeiten. Also gerade bei solchen Abstürzen, die Ladezeiten sind einfach die Hölle. Die nerven mich einfach richtig heftig. Beim letzten Mal ist ja, also ist das Spiel ja abgestürzt. Also richtig, richtig mies. Also, dass ich halt 20 Minuten, 30 Minuten nochmal nachspielen musste. Und ja, genau. Also ich war beschäftigt mit dem Erkunden von den Bauernhöfen und von dem Umland und von dem Zwischenland zwischen Kloster, Freislager und Stadt. Und ich bin halt auch noch beigetreten der Gilde, der Handwerker-Gilde. Und ich habe mich halt richtig aufgerüstet jetzt vernünftig. Also mit Schwert und mit Rüstung. Und ja, jetzt kann ich endlich auch sogar Lurker besiegen. Also ich kann jetzt Snapper, Wölfe, Lurker, alles super gut und bequem besiegen. Mit dem Backstep-Dodge. Und ja, jetzt geht es einfach weiter wie beim letzten Mal. Was man auf jeden Fall sagen kann, jetzt zum Gameplay. Noch als neue Erkenntnis. Oder eben kann man nochmal betonen, dass dieses Gameplay sehr, sehr meditativ. und sehr chillig und auch sehr beruhigend ist. Also ich bin da so richtig in so einer meditativen Trance, wenn ich dieses Spiel spiele. Oder also wenn ich dieses Gameplay und dieses Kampfsystem spiele. Also ich befinde mich da so richtig in so einer, ja, in einer Art Trance. Flow, Meditation, Trance. Also es hat für mich auch sowas, ja sowas richtig von Urlaub, von Entspannung. Ja, ich war letztens ja, war ich ja am Badesee und dann lag ich so auf dem Wasser, so im Rücken und hab mich so richtig ausgestreckt und mich so richtig krass entspannt. Und so ungefähr, so würde ich auch das Spielgefühl hier von Gothic 2, also von Legend of Azun, beschreiben. Also heutige Spiele, weil ich hab zum Beispiel, letztens hab ich gespielt, Uplugged Tale Innocence. Und das ist ja zum Beispiel ein Spiel, was sehr fordernd ist. Also, oder zum Beispiel auch Red Dead Redemption 2, was ich gespielt hab, mit Controller. Das ist ja auch sehr fordernd, also da muss man auch immer klicken und dann den Controller in der Hand halten und dann so klicken und so auch körperlich richtig anwesend sein. Und hier, das hat sowas richtig Meditatives, Beruhigendes, Chilliges. Und das ist einfach auch die Stärke hier von diesem Gameplay und von diesem Kampfsystem. Auch hier, ich hab ja gezeigt, jetzt sieht man auch endlich mal das Kampfsystem, mit dem Backstep-Dodge. Und das hat auch super funktioniert, also ich musste mich auch kaum heilen, weil ich eigentlich, ja, eigentlich richtig gut war eigentlich beim Kämpfen. Und, ähm, ja, das hat einfach, wenn man das einmal verstanden hat, das Kampfsystem, das hat einfach sowas Chilliges, Meditatives, genau. Das möchte ich auch noch auf jeden Fall gesagt haben und auch nochmal hervorgehoben haben, äh, wie sich nämlich das Gameplay und das Kampfsystem anfühlt. Nämlich so richtig, ja, Urlaub. Wie Urlaub, wie Meditation, Flow genießen. Aber jetzt hat man wieder auch gesehen, also so ein krasses Stocken, aber natürlich auch hier der Sound in der Nacht. Tja, das sind natürlich wieder diese technischen Sachen, die mich halt auch wieder so krass stören. Geh voraus. Also diese Kamerafahrt finde ich echt geil. Also finde ich echt gut gelungen. Die macht, also, die hat wirklich Atmosphäre. Und er hat auch nochmal irgendwas erzählt über Scavenger oder so. Also, das muss natürlich auch wieder komplett gelöscht werden. Ja, also die Nacht ist einfach in diesem Spiel komplett pervers laut. Das ist einfach. Das ist einfach erstmalig. Das ist einfach mal alles. Also, of course dabei two wieder, Dann, also, die Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht zu holen. Hier in der technischen Umsetzung, Gothic 2 Engine, Original Engine, festgepackt. Tja, kann nichts mehr machen. Okay, krass, da war jetzt ein Goblin-Chef. Aber weil es jetzt so dunkel war und so, habe ich den also auch kaum gesehen. So, und als erstes ist es so, möchte ich nochmal deutlich wiederholen, dass Legend of a Soon, also beziehungsweise ein Remaster von Legend of a Soon, besonders auf dem USA-Markt, sehr, sehr gute Chancen hat, oder sehr gute Chancen hat, dort wirklich sehr, sehr erfolgreich zu sein. viel besser als in Deutschland. Und zwar, weil die Themen, also die inhaltlichen Themen, die in Legend of a Soon eben angesprochen oder angerissen werden, oder die halt die Themen sind von Legend of a Soon, die werden nämlich in den USA sehr lebendig eben diskutiert und thematisiert. Und in Deutschland ist es so, dass die Themen eigentlich gar nicht angesprochen werden, eigentlich gar nicht diskutiert werden. Und das ist ja auch einfach auch das, was wir gesehen und erlebt haben, dass eben auch in der deutschen Community eben Legend of a Soon auch komplett ignoriert wurde und auch wird. Also, vor allem die USA ist der Markt für eben diese Themen und für ein Remaster. So, und da möchte ich jetzt nochmal in dieses Video reingucken oder in dieses Video auch nochmal zeigen. Denn hier in diesem Video, da wird auch nochmal ein Thema aus Legend of a Soon diskutiert. Und da kann man sich dann auch überlegen, okay, wann habe ich jemals in Deutschland in einer Talksendung Leute über so ein Thema reden oder diskutieren hören? Also, wir haben ja beim Video 2, denke ich war es, haben wir hier reingeguckt in das Video und da haben wir eben, da wurde eben über das Thema geredet, dass es ging um dieses Thema Ausprobieren und Unnötig, also dass man ein Instrument der Macht hat und dieses Instrument wird jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Und genau das haben wir ja auch bei Gothic Prequel. Also, wir haben Gothic, was ganz was Neues ist und das wird dann zum ersten Mal ausprobiert und auch in einer sehr unnötigen Art und Weise im 16. Jahrhundert in Italien. Und hier Social Media ist auch was Neues sozusagen und das wird hier einfach ausprobiert. So, also das ist quasi ein Thema aus Legend of a Soon. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Okay. Also, sometimes I'm just in that mood. Okay. But, you know, sometimes I do it because I do... I'm going to say something that might get me a little bit. Okay. I think sometimes when people... And this is a very, very understandable... I don't fault someone for doing it. Okay. But when, like, suddenly the horde comes upon you and you're like, ah, the horde... Like, you kind of publicly say, I can't believe what they're doing. And you almost kind of admit the harm, the distress that they're causing you. Okay. That's what they want. That is. It goes back to, like, Adam Serwer from The Atlantic. His famous quote about Trump, the cruelty is the point. That's it. Like, they want the... Okay, also hier wird darüber diskutiert, was ist, wenn die Horde plötzlich auf einen losgeht. Und genau das ist eben auch ein Thema von Legend of Azun. Denn hier, also denn bei Gothic ist es ja so, es geht ja um die Techniken, wie man eben Horden, also wie man Horden erzeugen kann, also Horden bewirken kann und wie man eben Hordenkontrolle übernehmen kann und dann Horden auf jemanden sozusagen abrichten und hetzen kann. Und genau, das ist sozusagen ein Thema in Legend of Azun. Dann besonders in Kapitel 3, also besonders in Kapitel 3 geht es dann eben darum, dass, oder in Kapitel 4, in Kapitel 4, in Kapitel 4 von Legend of Azun, geht es dann eben darum, dass man das eben dann ausprobiert, wie man eben Hordenkontrolle übernehmen kann und Horden dann lenken kann. In der Gothic-Hauptgeschichte, in der Gothic-Hauptgeschichte, spielt aber das Kontrolle übernehmen und Triggern und Aufhetzen von Horden eigentlich nicht so eine große Rolle, sondern da geht es dann um die unvorteilhafte emotionale Herleitungbeschäftigung und um das Aufspannen eines Kontinuum und da geht es eher um das Ausprobieren, wie man eben ein Kontinuum aufspannt und was es eben da zu beachten gibt, wenn man ein, also wenn man eine Kontrolle übernommene Horde in ein Kontinuum aufsch... in ein Kontinuum eingliedern möchte, dass man eben aufgespannt hat und dass man eben Horden eben Kontrolle übernehmen kann und Horden eben erzeugen kann, das ist dann in der Hauptgeschichte, in der Hauptgeschichte ist das dann eigentlich eine, eine selbstverständliche, ein selbstverständliches Grundwissen, eben, dass auch der Zuschauer oder eben der Konsument, der sich dann eben diese Story dann eben, ja, anguckt oder dann spielt, also das ist quasi eine Selbstverständlichkeit, die der Konsument dann eben auch mitbringen muss, um dann auch Spaß zu haben an der Geschichte und auch die Story dann auch zu verstehen, um die Story dann überhaupt zu verstehen. Genau, aber hier in Legend of Ozone ist es so, da geht es einfach erstmal nur überhaupt darum, das mal auszuprobieren, überhaupt eine Horde zu erzeugen und eine Horde überhaupt auf jemanden loszulassen. So, also in den USA sind die Themen, die in Gothic eben, äh, die Themen, die in Legend of Ozone eben vorkommen, eben sehr lebendige Themen und deswegen wird ein Remaster, besonders in den USA, eben auch wirtschaftlich natürlich sehr, sehr erfolgreich sein. So, in Deutschland habe ich jetzt, ähm, eigentlich, äh, noch nie in einer Talksendung, äh, gehört, dass jemand über Horden diskutiert hat oder dass jemand gesagt hat, hey, jemand hat eine Horde auf mich losgelassen oder ich habe eine Horde auf jemanden losgelassen. Also das ist eigentlich in Deutschland jetzt nicht unbedingt so ein Thema. Also jedenfalls so, wie ich das, äh, mitbekommen habe. Also in Deutschland ist eher die unvorteilhafte emotionale Herleitung Beschäftigung, ähm, dann emotional, wie man eben emotional Lebenspläne verändert, sodass sie eben dann, ähm, von den, ähm, äh, und natürlich auch, wie man Leute dazu, ähm, bringt, ähm, also nur das zu imitieren von einem, das dann auch unvorteilhaft sich ausübt. Genau, das sind eigentlich so Themen, denn es ist natürlich auch ein sehr großer Stress, also zum Beispiel auch für mich, wenn Leute mich imitieren und dann einen Vorteil davon haben. Ne, das ist natürlich, ähm, will ich das natürlich in meinem, in meinem Kontinuum, aber im, also Leute, die gar nicht zu meinem Kontinuum gehören, die nennt man dann auch, ähm, sogenannte Geburten, Roulette-la, Geburtenroulette-la, und Geburtenroulette-la dürfen natürlich kein Imitationverhalten bei uns oder bei mir imitieren und wie man eben das verhindert, dass ein Geburtenroulette-la, vorteilhaftes Imitationverhalten imitiert bei uns, ähm, und das sind eigentlich Themen, die jetzt in Deutschland eben, äh, relevant sind oder eben dann auch in der Hauptgeschichte. Also das sind so Themen der Hauptgeschichte. Aber wenn wir jetzt schon was suchen, geht es jetzt erstmal nur, äh, quasi ganz primitiv um Horden. und, äh, 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 wie gesagt, das sind Themen, die eben im US-Markt dann auch sehr relevant oder halt sehr, 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 sehr viel Anklang, sehr viel Anklang eben dann auch finden werden. So, dann habe ich einen, einen Artikel gelesen, ich glaube von heute, aus eben dieser ekligen, äh, YouTube-Eurochain-Community und da wurde auch mal, ähm, jetzt, äh, heute das Wort, ähm, benutzt, äh, Horde oder Monster-Horde oder Gegner-Horde und da hat er dann geschrieben, ähm, hier, also in dieser Mod, die ich gerade spiele, ist alles voller Gegner-Horden und hat er das, und dann hat er das kommentiert mit, das hat für mich wenig mit Gossip zu tun und da sieht man auch wieder, wie gesagt, diese Leute haben Gossip nicht verstanden, ähm, in Gossip geht es, auch in der Hauptgeschichte, geht es natürlich um Horden und gerade in Gossip 1, also in Gossip 2, also es ging jetzt, bei ihm ging es jetzt um Gossip 2 konkret, ja, in Gossip 2 haben wir jetzt nicht so, ähm, viele Horden, äh, da geht es dann nicht mehr so krass um dieses Thema Horden, aber gerade Gossip 1 ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass eben, ähm, äh, die, die Ausgangssituation, ähm, und das Setting, mit dem wir sozusagen beginnen, eben auch so dargestellt wird, dass eben in, in Deutschland, dass Deutschland eigentlich nur besteht aus Horden, also, ähm, 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 solche, ähm, solche Städte, wie eben Bologna, die eben in Legend of Asun, äh, metaphorisch dargestellt wird, eben als die Stadt Asun, wo die Menschen in Familien leben, das haben wir im ursprünglichen Deutschland nicht. Äh, im ursprünglichen Deutschland leben, die, leben alle Menschen in Viehhorden. Das kann man zum Beispiel auch noch heute sehr gut erkennen, zum Beispiel beim Thema, äh, Sexualität, also für die Germanen und, und die Ureinwohner, spielen zum Beispiel, Orgien eine große Rolle, denn, äh, also wie wir das zum Beispiel auch heute noch zum Beispiel in, in Tschechien zum Beispiel, ähm, sehen, oder jedenfalls, ähm, in, in deren, ähm, Internet auftreten, und, ähm, 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 denn in, äh, in diesen, in diesen Völkern, die in Horden leben, also wie zum Beispiel Germanen, ist es nämlich sehr, sehr gefährlich für die Frau, alleine mit dem Mann zu sein. Und da gibt es ja auch immer wieder Todesfälle, wenn eine Frau, also eben eine Horden, Hordefrau, eine Frau ist eine, also eine Horde, Rasse, Hordegenetik, mit einem Mann alleine ist. Und, ähm, ja, deswegen ist es auch wichtig, ähm, wenn man eben quasi das ursprüngliche Deutschland dann eben darstellt, im 16. Jahrhundert, das, also wo dann auch die ganzen evangelischen Italiener oder die evangelischen Römer dann natürlich auch alle ausgewandert sind, dass man eben dieses Land dann auch voller Horden eben darstellt. So, also Horden, Horden, sind absolut essentiell für Gothic. Klar, für die spätere, für dann das spätere Kapitel der Hauptgeschichte, dann, da gibt es dann jetzt nicht mehr so viele Horden, ähm, oder die Horden sind ja nicht mehr das Thema so wirklich, aber gerade in der Ausgangssituation, ähm, sind die Horden auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema. Und zwar, dass, ich habe erzählt, ähm, dass der größte Euro-Chank, der größte Euro-Chank, ist das freie Lager von Legend of the Zone. Also das freie Lager muss, wie gesagt, habe ich ausführlich erklärt. So, und jetzt möchte ich eingehen auf das Kloster oder auf die Akademie, denn, äh, die ist schon besser gelungen, auf jeden Fall, auf jeden Fall viel, viel besser gelungen, äh, aber natürlich auch, ähm, ja, im Endeffekt ist, ist der Hafen, also der Hafen und das Kloster ungefähr so gleich, schlecht, mittelmäßig gelungen. Also, also das Kloster und der Hafen müssen auf jeden Fall auch noch, ähm, sagen wir mal, ein, optimiert werden, ja, müssen optimiert werden, müssen passender umgebaut werden. Also das freie Lager, das freie Lager muss komplett, komplett umgebaut werden, also muss quasi, also das, was hier vorliegt im, im Original, also das, was die sieben Leute da gebaut haben, das muss komplett weggeschmissen werden, ähm, beim freien Lager, das passt überhaupt gar nicht, und beim, beim, äh, beim Kloster und beim Hafen, da muss nochmal eine Optimierung gemacht werden, und zwar ist es so, das Kloster soll darstellen, eine Fraktion, die eben mit dem Katholizismus konkurriert, und da sage ich ganz klar, das ist die jüdische Geschichte in Italien im 16. Jahrhundert, das ist das, äh, das ist das sogenannte, das jüdische Kloster, oder man könnte auch sagen, das jüdische Ghetto. so, jetzt gucken wir mal, in die, ähm, nochmal in die, die Fernsehserie Borgia, da habe ich ja einen Ausschnitt gezeigt, und in der Fernsehserie Borgia, hier von 2011 bis 2014, da, ähm, wurde auch das Thema Juden in Italien im 16. Jahrhundert thematisiert, aber nicht so, dass ich jetzt mir groß gemerkt hätte, was da jetzt konkret erzählt wurde, es ging auf jeden Fall, äh, einfach nur um das Allgemeinwissen, dass eben in Spanien alle Juden vertrieben wurden, und viele Juden sind eben aus Spanien, dann nach Italien, eben geflohen, und, ähm, ja, das wurde eigentlich, äh, dargestellt, also wie sozusagen der Papst und Italien eben jetzt mit den Juden aus Spanien, ähm, umgehen, also wie sie die Hand haben, ähm, genau, da kann man eventuell noch mal reingucken, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt da groß was Besonderes erzählt wurde, so, und jetzt gucken wir hier mal, ähm, hier, und zwar, die Geschichte der Juden in Italien, und da erkennt man eines natürlich, äh, sofort, sehr deutlich, und zwar, dass die meisten jüdischen Gemeinden, oder das meiste jüdische Leben in Italien, nämlich hier stattfindet, in der Romagne, ja, also hier in Mittelitalien, in der Romagne, da sind die, so, da sind die, da sind die wichtigsten jüdischen Gemeinden in Italien, so, und, ähm, ähm, wenn wir natürlich über das 16. Jahrhundert reden, und über Juden, dann reden wir natürlich über ein Thema, das natürlich dann auch in Gothic, ähm, natürlich ein wichtiges Thema ist, und das ist nämlich die Endlösung der Wassermagier, okay, also, es geht immer um die, also, da, wo Gothic ist, da ist auch immer die Endlösung, und, also, zunächst einmal haben wir hier die Endlösung in Italien, äh, in Spanien, also, alle Juden müssen Spanien verlassen, alle, alle, ähm, Juden, die nicht dazu bereit sind, sich konvertieren zu lassen, oder, ähm, zu Spanien zu verlassen, werden getötet, also sozusagen, ähm, ja, die identischen Ereignisse, wie dann halt in Deutschland, im, im 20. Jahrhundert, ähm, und dann hier in Italien, da haben wir auch, haben wir eben, ich nenne es mal freundlich, Akademie oder Kloster, so, und, ähm, genau, also auf jeden Fall, muss dieses, Thema, Ghetto, ähm, Ghetto, Endlösung, muss natürlich auch thematisiert werden, denn, äh, das ist natürlich auch ein Thema, das immer wieder, mit Gothic, eben auch, äh, zusammenhängt, so, genau, das ist, ähm, äh, so, und das muss man einfach nur so, salopp, ja, salopp erzählen, wie eben diese Themen, Säkularisierung und, Aufklärung, also das ist jetzt kein Schwerpunktthema, in dem Spiel, aber erwähnt werden sollte es, oder muss es auf jeden Fall, einerseits, als Konkurrenz eben für, den, Katholizismus, andererseits, eben, ja, dass, äh, in Gothic, auf jeden Fall auch immer die Endlösung ist, ähm, und, äh, dann halt auch noch so, so mehr oder weniger, so halb gar, äh, das erzählen, wie das halt eben hier in der Serie, Borgia, erzählt wurde. Gut, ähm, genau, also ich wollte jetzt unbedingt auch nochmal, äh, eben meine, meine Gedanken nochmal äußern, zu dem Thema, hier zu dem Thema, Kloster, also, was, was muss das Kloster sein, was muss das Kloster nochmal, besser erzählen, im Remaster, so, die einzigen, die einzigen Dialoge, wo ich der Meinung bin, die, sind Copyright geschützt, und, ähm, das sind zum Beispiel solche Sachen, wo ich zum Beispiel, ähm, sage, da hat jemand wirklich seine eigenen, kreativen Ideen aus dem Nichts eingebracht, das wären jetzt zum Beispiel, wo dann erzählt wird über diese, diese Romantik zwischen Luthien und Bären, ja, also Luthien und Bären, das ist jetzt, ähm, die Roman-Idee einer Liebesgeschichte von einem Autor, eben dieser Mod, und zum Beispiel diese, diese Dialoge über Luthien und Bären, die sind zum Beispiel dann Copyright geschützt, also die darf man nicht eins zu eins kopieren, weil, wenn man dann irgendwas im Spiel hört, über Luthien und Bären, äh, Luthien und Bären, dann fragt man sich ja, ähm, was ist das, oder, wie kommt der jetzt auf sowas, und da ist dann immer die Antwort, ah, das war dieser Autor, der diese Mod gemacht hat, so, und das wäre dann nicht der Autor, der dieses Remaster gemacht hat, oder das, das wäre dann nicht dieser Wikipedia-Artikel, oder dieses Allgemeinwissen, so und so, sondern das ist natürlich, äh, Copyright, dann Copyright geschützt, das wären sozusagen so die ganz wenigen, ähm, Dialoge, die man nicht einfach eins zu eins kopieren darf, ja, und, ansonsten darf man natürlich alles eins zu eins einfach kopieren, wenn natürlich der Gesamteindruck, ähm, inspiriert, ähm, also der globale Gesamteindruck natürlich inspiriert, und als ganz was eigenes, ähm, eben rüberkommt dann, so, also es gibt beim Thema, rechte Konflikte, kann man auf jeden Fall sagen, es gibt keine Probleme, eben für ein Remaster, also es gibt keine, keine Person, wo man jetzt, den, anbetteln, oder um Erlaubnis fragen, oder, äh, da irgendwas mit dem erst abklären müsste, ja, also es gibt eigentlich keine einzigen, keinen einzigen, Gegner, sag ich jetzt mal so, es gibt keinen einzigen Gegner, der ein Legend of Azun Remastered blockieren würde, und natürlich zum Titel, natürlich heißt das Spiel ja auch da nicht Legend of Azun Remastered, sondern das Remastered von Legend of Azun, hat natürlich dann auch einen ganz eigenen Titel, weil wie ich ja auch schon, oder, oder wie mir auch sehr deutlich, zum Beispiel auch mitgeteilt wurde, zum Beispiel bei Steam, wo ich ja dann Legend of Azun diskutiert habe, oder halt eingebracht habe als Thema, äh, da haben Leute mir auch sehr energisch, ähm, mitgeteilt, dass sie noch nie in ihrem Leben von dem Titel, oder von dem Wort Legend of Azun gehört haben, und, äh, Legend of Azun, der Titel ist natürlich so wertlos, ähm, dass natürlich am Ende des Spiels auch natürlich einen ganz anderen Titel hat, und wenn es sich dann natürlich auch um ein würdevolles Remastered handelt, ja, also wenn es, wenn es sich dann auch um ein Spiel mit Würde, also vor allem auch in der Umsetzung, um ein Spiel mit Würde handelt, dann sollte man auf jeden Fall auch, anstatt irgendwelche Kauderwelsch-Begriffe, ja, anstatt irgendwelche Fantasy-Kauderwelsch-Begriffe, ähm, zu benutzen, wie zum Beispiel Azun, Innos, Adanos, und so weiter, sollte man dann möglichst auch die Real-Begriffe verwenden, also ganz klar die Real-Begriffe, Romagne, Bologna, und so weiter, ähm, im Endeffekt so wie in The Last of Us, ja, also The Last of Us benutzt ja auch die Wörter, Boston, Salt Lake City, Wyoming, äh, Seattle, und so weiter, und, äh, zeigt aber auch diese, äh, ganzen Orte natürlich in einer extrem Fantasy- und, äh, metaphorischen Art und Weise, ja, und genauso sollte das dann auch sein bei Legend of the World Remastered, dass am besten der Titel heißt dann Legend of the Romagne, und man benutzt dann einfach, ähm, anstatt jetzt irgendwelche Fantasy-Begriffe zu benutzen, benutzt man einfach dann die echten Real-Begriffe, wie eben dann Romagne, Bologna, und so weiter. So. Und, ähm, das würde, denke ich mal, bei einem würdevollen Remaster dann auch am meisten Sinn ergeben. dass wir die Region um Karlshof, also den Zwischenbereich zwischen Kloster und freiem Lager, erkundet haben. Und genau da machen wir jetzt weiter. Und zwar als, jetzt als nächstes gehen wir in, in die Kneipe, und die hier im Wald neben Karlshof, ähm, sich, äh, befindet und erkunden die Kneipe und dann gehen wir zum, dann gehen wir zum Steinbruch und, ja, dann erkunde ich einfach noch die Gegend, gegen Monster kämpfen und dann haben wir eigentlich schon die gesamte Region Region hier erkundet. Also hier diese ganze mittlere Region zwischen freiem Lager, Kloster und Orinshof. Und ich würde sagen, dann als nächstes gehe ich zu Orinshof und erkunde dann die Gegend noch. So, jetzt sieht man auch wieder so einen krassen Bug. Jetzt wahrscheinlich irgendwie im Wasser, also das war jetzt auch ein ganz mieser Bug gerade jetzt. Tja, das sind immer so diese technischen Bugs und Dinge, die einen dann doch irgendwie so ein bisschen rausreißen aus der Atmosphäre. Das war's für dich, Henna. Okay, da habe ich jetzt ein Lager der Banditen entdeckt und die haben mich hier mit ihren Bögen sofort gekillt. Also ich glaube, da brauche ich nicht mehr hingehen erst mal. Keine Chance gegen diese krassen Bogenschützen hier. Also das kann man auf jeden Fall auch sagen, also diese Animationen, wenn die jetzt hier, also wenn ich die anspreche und die sitzen auf den Stühlen, das ist natürlich auch komplett, für komplett Gülle. Ja, also wie das aussieht hier, die Animationen. Also das muss natürlich auch nochmal besser gemacht werden in einem Remaster, dass man da nicht so was komisches da triggert, wenn man jemanden anspricht, der auf einem Stuhl sitzt. Hey du! Ja, Außerdem kann ich ja auch noch nicht das Horn entnehmen, also tja, der Aber ich wollte jetzt, ich war jetzt doch neugierig. Ich wollte jetzt doch wissen, wie gut ich schon kämpfen kann gegen einen Schattenläufer. Du hast es nicht anders gewollt. Jetzt musst du leider sterben. Nichts! also hier ist die neuerung dass man dass man vergiftet wird man wird vergiftet durch die blutfliegen also die blutfliegen sind hier sehr sehr gefährlich weil sie einen vergiften ok da muss ich erst mal mir die buchs abholen da kriege ich ja ein amulett was mich schützt gegen gifte und ja das brauche ich erst mal und ich finde auch richtig cool wie der die türen dann auch öffnet und so das auch richtig nett gemacht hier hat mal die sitzen animation auch mal einen sinn so richtig oder macht man so richtig spaß luka ich suche dich vergebens wer bist du eine dame das schmeckt irgendwie komisch das stimmt das nicht ja also bei orinhof bei orinzhof war ich es doch nicht also die die sachen also die wichtigsten sachen die es jetzt noch zu erkunden gibt in kapitel 1 ist halt jetzt der hafen und dann noch die umgebung vom hafen und dann vielleicht noch mal bisschen zur goldmine hin und dann natürlich noch orinzhof regionen also ich habe ja erzählt und erklärt dass die also das legend of asun eine metaphorische darstellung ist der romanie und die romanie ist eine region die nur definiert ist oder eben nur ja nur definiert ist durch den älter gott also durch den älter gott ist die romanie definiert so jetzt haben wir eine region die durch den älter gott definiert ist nämlich die romanie aber in der gothic oder gothic in der gothic gothic hauptgeschichte in der hauptgeschichte da haben wir nämlich mehrere regionen die durch den älter gott definiert sind und zwar da haben wir einmal haben wir die region korinis dann haben wir die region mirtana dann haben wir die region nordmar und ja das sind schon mal drei regionen und dann gibt es auch noch deutschland und ganz besonders natürlich das minental so und jetzt erkläre ich noch mal den unterschied zwischen minental und zwischen den regionen durch den älter gott definiert sind also fangen wir an mit 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 metana ok also was ist metana metana ist die metaphorische darstellung vor allem der regionen die hier salzburg umgeben ja also vor allem die regionen die salzburg umgeben das sind bayern österreich und tschechien so diese regionen hier ja das ist ein sind halt die römischen provinzen das einmal rätien das ist eine komplett römische provinz und dann gibt es noch noch norikum das soll eine ehemalige region sein der region sein der norika also der der kelten also hier im ehemaligen also hier wohl heute halt österreich ist und tschechien da waren halt die kelten genau so und das so also hier das sind halt hier die die römischen provinzen so da haben wir hier haben wir halt dann die region also das ist halt deutschland und deutschland ist halt im wesentlichen so definiert dass dort eben die also nicht dass nicht deutschland das ist das vor deutsche deutschland also das vor deutsche deutschland das heißt germanien und dort an diese region ist eben so definiert dass dort eben horden horden leben also so genannte viehhorden so da leben die viehhorden und hier in norikum und rätien da leben die römer und wie man jetzt hier schon auch ganz ganz gut sehen kann auf der karte ist dass das minental also wo dann also wo halt dann dortmund ist also das minental ist hauptsächlich halt die region um das um dortmund ich zeige nochmal die region also hier diese diese region hier die bezeichnet also das metana so jetzt gibt es aber im echten gibt es keinen kein wirklichen kein wirklichen begriff für diese region aber was einfach fakt ist was einfach fakt ist dass hier eben in tschechien in österreich und auch hier in bayern leben halt lebt halt die reströmer ethnie also das sind weiße europäer also europäer die eben ja eigentlich komplett dunkelhaarig sind also komplett schwarzhaarig sind und genau das ist die da lebt die reströmer ethnie also da also diese drei länder bayern österreich und tschechien die sind sozusagen durch die menschen also dadurch dass halt diese diese römische ethnie dort lebt sind die halt sozusagen sich eben sehr ähnlich so das ist metana diese region hier bayern österreich tschechien war im mittelalter war im mittelalter die wichtigste region überhaupt dort von dort kam auch immer die die kaiser also die die kaiser des heiligen römischen römischen reiches deutscher nation und ja das war eigentlich immer also das war im mittelalter immer die die wichtigste region so und dann kam eine andere wichtige region hinzu nämlich die preußen so und preußen ist im wesentlichen halt hier entstanden in hier königsberg und und memel also das memelland hier memelland oder kleipeda und hier königsberg das ist eben dann preußen und preußen also die wichtigste bevölkerung preußen waren halt die evangelischen römer ja und wie wir ja dann erfahren in legend over soon das legend over soon geht es ja eben auch um die geschichte wie eben die ganzen evangelischen römer wie die halt entstanden sind und also erstmal entstehen die evangelischen römer in der romanie und und dann beschließen halt die ganzen evangelischen römer eben hier aus dieser region und auch aus der romanie eben alle nach ostpreußen auszuwandern um sich dann auch eben mit den litauern eben zu vermischen und dadurch entsteht dann das volk der preußen vorher muss man wissen dass diese region eben auch vor allem lettland vor allem lettland eben sehr sehr stark eben geprägt war also von der bevölkerung durch die hanse also die hanse das sind germanen das sind die nachfolger der wikinger ja also die hanseaten das sind die nachfolger der wikinger und wie man hier sieht alle skandinavier leben ja in hafenstädten ja die alle skandinavier leben in hafenstädten und ja auch hier natürlich kleipeda ist ja auch eine hafenstadt und hier auch königsberg ist eine hafenstadt also natürlich ist sind auch diese region natürlich sehr sehr attraktiv eben für die für die germanen also für die hanseaten und aber die die wichtigste kernbevölkerung von preußen war eben war nämlich die evangelischen römer die alle eben hier aus tschechien österreich und bayern und auch der romanie und und auch vor allem die huguenotten aus frankreich die sind nämlich dann alle hier ausgewandert nach ostpreußen und dadurch ist dann das eben das deutsche volk entstanden so und wie man hier auf der karte auch gut erkennen kann ist dortmund oder eben das ruhrgebiet das ruhrgebiet das ja dann metaphorisch dargestellt wird als minental ist eben teil von germanien ja also also hier das ruhrgebiet ist komplett germanien und ja das ist einfach auch meine erfahrung also wenn man sich so die leute so anguckt was für menschenschlag die sind und wie die so sind dann sind die in menschen nordrhein-westfalen sind halt gehören halt nicht zu dieser reströmer ethnie oder zu dieser rest ja zu dieser reströmer und zu diesen reströmern gehören die eben nicht so also die die wichtigsten regionen die eben eben der älder gott halt eben definiert das sind auch regionen wo man natürlich auch jetzt auch quasi in der antike und so die halt nicht germanisch gewesen sind also hier ähm preußen war ja nicht germanisch bayern war nicht germanisch tschechien war nicht germanisch und ähm hier österreich war nicht germanisch so also ähm deutschland wird halt dargestellt als land mit viehhorden also hier ähm hier leben nur viehhorden so und ähm ja also die wichtigsten regionen sind wie gesagt ähm metana hier metana dann das allgäu das allgäu ist ähm das hier also hier ist das allgäu das allgäu ist ähm ähm äh hier um die stadt kempten also vor allem vor allem ist das allgäu also das allgäu ist vor allem äh hier makt oberdorf makt oberdorf hier ihr seh also hier ist auf jeden fall das allgäu und das ist auch eine region die ist quasi nur durch den älter gott äh definiert äh so und dann ähm ähm klein litau so und äh wie man ja auch schon hier erkennen kann an dieser zeichnung also das ist jetzt eine mittelalter zeichnung der stadt memel man kann hier eben erkennen hier ist so eine burg die sieht eben genauso aus wie die kaserne in äh wie die kaserne in äh in Gothic 2 so dann hier so der hafen hier sagen wir mal das untere viertel das hafenviertel hier ist das mittlere handwerker viertel und hier haben wir dann das obere viertel das hier noch so ein bisschen mehr bewachtes hier befestigt genau also das ähm wie man hier ganz trivial erkennen kann ist corinus eben eine metaphorische darstellung der ähm stadt äh kleipeda und äh hier kann man ähm bei bei google earth kann man nämlich auch hier äh sehen und zwar also hier ist der hafen und hier ist die ist die burg ja genau also hier haben wir dann die die burg also sagen wir mal hier ist die kaserne hier ist die burg dann ist hier gleich der hafen dann ist hier so unteres viertel hafenviertel ja und hier ist dann oberes viertel und zwar liegt ähm kleipeda auch zum beispiel viel viel höher als jetzt zum beispiel königsberg also königsberg liegt sehr sehr tief also sehr sehr sumpfig und äh sehr auch sehr bedroht durch den klimawandel während ähm kleipeda auch eher höher liegt also kleipeda liegt 44 meter über dem meeresspiegel und ähm königsberg liegt äh 4 meter über dem meeresspiegel genau also das ist ähm eine region des ältergott also der das memelland so und jetzt ähm kommen wir zum äh genau da kommen wir noch zum zum zu berlin also in gothic 1 haben wir ja noch die ähm die stadt berlin also die gründung die gründung der stadt berlin und da haben wir hier äh steht eben bei der namensherkunft dass berlin eben ein ein slawisches wort ist und dass berlin eben heißt ort in einem sumpfigen gelände ja also also berlin heißt einfach sumpfgebiet oder sumpflager und äh ja berlin ist dann sozusagen eine stadt die ähm auch so genauso gegründet wurde wie eben rom oder mexico city also eine stadt die im sumpf errichtet wurde wie eben diese ganz großen äh städte wie mexico oder rom die wurden ja auch im sumpf errichtet und ähm ja darum geht es in gothic also also quasi auch zum äh und da kommen wir jetzt auch wieder zum zum thema ähm berlin eben westslawisches wort denn wie gesagt es geht bei der geschichte von von gothic geht es ja auch im wesentlichen eben darum dass man eben den äh den horden den viehhorden dass man denen eben her wird und dass man die ganzen äh viehhorden eben äh aus deutschland heraus umfolgt ja dass man die eben umfolgt wie wir ja zum beispiel in diesem sommer in diesem sommer haben wir ja zum beispiel sehr sehr viele nachrichten äh eben gesehen äh über waldbrände zum beispiel waldbrände oder hitze ja also hitzewellen hitzewellen und waldbrände also hier ähm da wo sozusagen die die römer leben ja also italien spanien ist ein das sind länder auch frankreich ähm oder griechenland ähm die einfach nicht mehr äh so attraktiv sind also es sind keine so attraktiven äh länder keine attraktiven regionen mehr äh erstmal natürlich auch durch die abholzung also zum beispiel italien oder griechenland war ja ähm früher in der antike war es ja sehr bewaldet und dann haben halt die die römer haben die ganzen ressourcen haben alle ähm ressourcen verbraucht und haben alle bäume haben sie äh gefällt dadurch kam es zum beispiel auch in spanien natürlich sehr ähm zur zur bildung von von wüste also hier ist richtig wüste und äh irgendwann haben halt auch die spanier dann gemerkt oder hier die italiener und so dass eben diese länder hier einfach keine so guten lebensräume mehr sind also man hat hier ständig zu kämpfen mit hitze mit bränden mit dürre ja zum beispiel jetzt in norditalien die ganze dürre und wenn du jetzt ähm so und dann haben die ähm die römer sich natürlich hauptsächlich hier angesiedelt also hier metana also bayern österreich und tschechien ist das kernland ja ist also die kernregion das ist wirklich die kernregion der reströmer ethnie so und dieses kernland wird natürlich auch verteidigt so das heißt alle italiener oder spanier oder hier franzosen oder was auch immer wenn die eben nach deutschland kommen achso dazu kann ich noch deutlich sagen also diese region hier diese region hier ist eine region die ist halt extrem fruchtbar dort hat man eigentlich mit nichts zu kämpfen im leben man hat dort weder zu kämpfen mit hitze noch irgendwie mit krasser kälte ähm also ich würde sagen dass es wirklich so die also wenn man sich so überlegt okay wo hat man jetzt den 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 allerbesten lebensraum überhaupt dann würde ich sagen dass es wirklich die die beste region in europa so genau und da lebt jetzt halt die die reströmer ethnie so und deshalb und alle die römer die sagen okay ich suche mir auch neuen lebensraum also wenn sie jetzt nicht nach in die usa oder so ausgewandert sind oder wo auch immer oder nach argentinien dann ist eben eine 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 perspektive ist nämlich eben hier nach deutschland oder eben hier nach ostpreußen so das heißt die die römer ziehen nach deutschland und die germanen ziehen nach spanien und italien oder griechenland usw also wir haben ja eine eine bevölkerungsaustausch ja einen bevölkerungsaustausch germanien hierhin hier in die wüste in die in die flammen flammen und in die in die hitze und in die dürre von spanien und die spanier nach deutschland so und die sprache deutsch ist ja auch eine sprache die eben eben darauf ausgerichtet ist eben diese horden ja diese horden eben her zu werden her zu werden über diese horden diese horden eben kontrolle zu übernehmen und eben ja den den horden hier eben ihr leben zu verunmöglichen ein ganz wichtiger aspekt zum beispiel im heute ist zum beispiel die das bildungssystem also die sprache deutsch ist eine sprache die besonders germanen eben dazu ermutigt abitur zu machen und zu studieren und auch dieses studieren führt eben dazu dass die germanen eben nicht mehr in in einer in einem in einer sehr fruchtbaren lebensweise leben also das studium ist ja auch eine sehr große verunsicherung also man wird ja durch das studium also im studium lernst du im wesentlichen dass du nichts weißt also im studium lernt man dass man nichts weiß oder dass man eben sehr sehr viel nicht weiß dass man sehr sehr viel Fehler hat und dass man sich auch sehr viel entschuldigen 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 sollte also im studium lernt man wofür man sich alles entschuldigen sollte ja wenn man zum beispiel geschichte studiert dann dann denkt man sich ah ich muss mich entschuldigen für das ich muss mich entschuldigen bei dem also die germanen sind zum beispiel oder auch zum beispiel man lernt dann auch viel über den klimawandel oder die die umweltzerstörung also man lernt dann dass zum beispiel deutsche oder germanen also germanen in deutschland sehr sehr viel umweltzerstörung verursachen und so weiter das heißt im studium lernen halt germanen im wesentlichen dass sie sich halt nicht verteidigen dass sie auf kinder verzichten um zum beispiel keine ahnung klimawandel was auch immer und und so weiter das heißt die sprache deutsch und auch eben die vor allem die sprache deutsch führt halt eben dazu dass jetzt dieses land ein gebiet wird was halt eben dann römisch also durch die römer halt dann eben besiedelt wird und die germanen halt hier raus dringt so das ist im wesentlichen die die geschichte so und jetzt kommen wir zum thema minental also das minental also das minental in gothic ist ja das was man also was eigentlich die allermeisten die eben gothic gespielt haben auch wirklich unter gothic verstehen nämlich den ruhrpott humor oder den ruhrpott charm also die meisten würden sagen die gothic 1 gespielt haben es geht bei gothic geht es im wesentlichen um den ruhrpott humor ruhrpott ruhrpott charm also es geht hauptsächlich um den ruhrpott so der das ruhrpott ist aber nicht eine region des elder gott oder überhaupt das minental ist keine region des elder gott das ist eben der unterschied zu den zu den anderen regionen in gothic und zwar wie wir ja hier gesehen haben handelt es sich hier um ein reines horden gebiet und alle menschen oder alle bevölkerung in deutschland also im vordeutschen deutschland wird eben dargestellt als in horten den viehhorten lebend so und jetzt ist natürlich die frage wen soll man dann überhaupt erzählen also wenn 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 alle menschen nur als viehhorten dargestellt werden ja ob jetzt als mine crawler horden oder als snapper horden oder was auch immer also alle menschen werden metaphorisch dargestellt in horden welche menschen erzählt man denn dann und dann ist eben hier die der der geniestreich und das ist halt etwas wo ich jetzt zum beispiel gar nicht so drauf gekommen wäre aber was halt was halt gothic 1 dann auch so genial macht und zwar man erzählt eben in hier in diesem ganzen horden gebiet erzählt man nämlich nur eine menschengruppe und das sind nämlich die die slaven also die west slaven also man erzählt hier ist robot man erzählt die geschichte der ruhrpolen ja die ruhrpolen also alle npcs die halt in gothic 1 vorkommen sind ruhrpolen oder halt west slaven und alle anderen wie germanen und so werden alle als viehhorten dargestellt und das und und ich und es ist ja auch so dass wie die ruhrpolen dargestellt werden ist erstens mal absolut genial denn diese werden dargestellt eben als suizidspringer und gothic 1 wird auch dargestellt als schwulen porno wie auch eigentlich alle auch kommentiert haben und zwar hier also so würde wurde gothic also wird gothic 1 vor allem auch in der englischsprachigen community kommentiert und zwar gothic 1 ist das wichtigste computerspiel für die homosexualität szene wegen dem breiten spektrum der maskulinität welches gothic 1 veranschaulicht und inhaltlich abdeckt also als homosexueller findet man durch gothic 1 sehr viele schablonen und stereotypen um den mann oder die maskulinität für sich zu finden während der selbstfindung und für einen am meisten und die für einen am meisten sexy das habe ich hier auch geschrieben ähm äh genau so also gothic zitat gothic 1 the game is one of the gayest games i've ever played richtig also und da kommt auch noch mal zum thema der der unantastbarkeit der frauen darstellung in gothic 1 also wichtig ist halt wirklich dass man gothic 1 also das minental wirklich auch nur darstellt eben als schwulen porno und als eben männer die eben suizidspringer sind denn die kernbevölkerung der deutschen oder die deutschen sind nämlich die die mischlinge aus eben diesen römern und den hier den den lithauern den dunkelhaarigen balten das sind die deutschen und die westslaven die ja die gehören eigentlich nur so dazu ja wie jetzt zum beispiel auch die germanen so noch teilweise also dazugehören oder halt ähm ja also deutschland ist jetzt kein westslawisches land ich würde ich würde also ich würde sagen dass deutschland insgesamt generell überhaupt gar kein germanisches land ist ich würde auch sagen dass deutschland eher ein westslawisches land ist als ein germanisches land ist aber auch die westslawen und es muss halt das hat auch gothic 1 sehr sehr gut dargestellt und muss natürlich dann auch im reboot das eben hier wenn es eben darum geht eben die westslawen darzustellen dass wir dann eben grundsätzlich nur einen schwulen porno darstellen also die die frau die westslawische frau wird einfach auch dargestellt eben nur als die olle also als eine frau die in ihrem tatsächlichen leben abwesend ist und die auch deswegen gar nicht explizit dargestellt werden muss gut jetzt das wollte ich jetzt noch erzählen also die region in das elter gott und warum und die und die genialität eben das minental darzustellen als eben die region der der westslaven während alle anderen als vier horden dargestellt werden hier genau er sagt ja bei seinem video sagt er auch also das gothic 1 einfach das spiel ist wo er die ganze maskulinität dargestellt wird und ja er erklärt eigentlich auch sehr sehr gut die atmosphäre eben von diesen von diesem ruhrpott und ja und so kommt kommt man eben dazu dass man eben diese diese anfangs geschichte eben erzählen kann wie halt aus diesen aus dieser viehhorden region eben dann eben deutschland wurde das heißt ich lade jetzt auch wenn natürlich das wasser unfassbar laut und unfassbar nervig ist das habe ich ja auch schon mehrfach kritisiert also der sound von dem wasser und von den wasserfällen ist wirklich definitiv nicht gelungen was ist was ist du bist dabei willst du mich aufhalten willst du mich aufhalten was du mich lassen kannst jo jetzt sehen wir den hafen also wie gesagt ich finde den halt so mittelmäßig gelungen genauso wie halt auch das kloster das muss auf jeden fall noch mal verbessert werden also noch mal umgebaut werden aber ja also es halt ein hafen so ein richtiger industriehafen so ein größerer hafen ich finde den hafen schon spannend bei der menge an häusern ok ja ich habe gerade geredet also ich habe ja darüber erzählt dass der hafen für mich halt auch eine metaphorische darstellung ist eben der stadt romagna und zwar von dem hafen ravenna also hier ist der hafen soll ja also ich interpretiere den hafen hier als eine metaphorische darstellung der stadt ravenna und das halt der hafen hier so mäßig gelungen ist also ich denke ich denke schon also gerade in so einem remaster oder so also im remaster muss der hafen definitiv noch mal besser gemacht werden also so ganz auch zum beispiel hier wie eng gequetscht alles ist also hier zum beispiel wie eng das alles ist und so finde ich jetzt nicht so so gut gelungen ich würde sagen dass der aber der hafen ist jetzt nicht so schlecht wie zum beispiel das freie lager also das freie lager finde ich ja schon ja ziemlich langweilig und auch sehr sehr schenk aber der hafen der ist eigentlich ja so mittelmäßig genau das ist ja nicht alles was man zum hafen so zusammenfassen möchte ja genau also es ergibt auch der hafen ergibt ja auch gar keinen sinn genau das ist ja auch so also auf der einen seite haben wir halt hier diesen diesen super krassen docks also der hafen ist hier eigentlich so richtig ausgerichtet richtig große schiffe hier zu empfangen das haben wir ja auch genau in ravenna also in ravenna ist es ja auch so das ist ja ein sehr sehr großer wichtiger hafen aber dann fragt man sich jetzt hier okay wie sollen jetzt hier die waren verladen werden also hier zum beispiel da da kann hier ja noch nicht mal irgendein wagen oder so fahren ich meine es gibt ja hier den tunnel ja es gibt ja hier den tunnel und dann fahren die irgendwie hier durch den tunnel oder wie also es ergibt irgendwie gar keinen sinn also der hafen ergibt irgendwie keinen sinn der muss auf jeden fall in einem remaster noch mal anders gebaut werden und ja deswegen sage ich ja auch ein remaster ein remaster von diesem spiel legend of the sun hat kein urheberrecht ja es gibt kein es gibt kein urheberrecht für dieses spiel es gibt kein urheberrecht für dieses spiel weil einfach man so viel anders machen muss in einem remaster in einem remaster muss man so viel umbauen ja allein schon solche solche orte wie der hafen oder die das freie lager oder auch das kloster das muss ja alles so krass noch mal umgebaut werden dass dass man definitiv hier von einer inspiration am ende nur sprechen kann der hafen von corinus war auch dumm gebaut nein weil nicht nein nein der hafen von corinus ähm ist ja auch nur corinus und das umland hier also hier der hafen ist ja so definiert dass der hafen warte ich geh nochmal aus dem spiel und zeig dir das nochmal und zwar ja also also wie gesagt hier legend of the sun ist eine metaphorische darstellung ist eine metaphorische darstellung der romanie ähm ist eine metaphorische darstellung von der romanie also wir haben hier die die stadt bologna und dann die stadt bologna ist halt verbunden hier mit dem hafen also hier siehst du ja den hafen von von ravenna ist hier so ein richtiger industriehafen und so und das das muss das das remaster einfach erzählen erzählen also hier haben wir so einen richtigen den den richtigen industriehafen von ravenna und dann ist dann ravenna verbunden mit dem bologna und überhaupt mit der ganzen romanie also hier der hafen hier ist der wichtigste hafen der für die wirtschaft in der romanie so und wie man ja hier sieht der hafen ist definitiv ähm sehr breit und ähm ja ist definitiv kein so krass eng gequetschter hafen sondern man kann sich halt hier so richtig vorstellen wie halt hier die waren wenn die hier ankommen also wenn hier so ein schiff einfährt und dann ähm kommen hier die waren an wie die wie die waren dann halt irgendwie dann dahin gelangen also hier nach bologna und bei corinnes also corinnes ist ja eine metaphorische darstellung von ähm von hier von kleipeda ne also hier haben wir die burg also hier ist die kaserne hier ist die kaserne ähm die wir in corinnes haben die kaserne dann haben wir hier das untere viertel dann haben wir hier das handwerkerviertel das mittlere viertel und dann ist hier das obere viertel also hier ist die die burg hier ist das obere viertel also das ist ähm das ist corinnes ja also man kann sich das so richtig richtig hier vorstellen also die haben halt also piranha balds hat halt so richtig einfach corinnes copy gepastet so und ähm hier siehst du ähm corinnes halt nochmal im mittelalter also hier haben wir die kaserne hier haben wir das untere viertel das hafenviertel von corinnes dann haben wir hier das handwerkerviertel und hier das obere viertel so das ist das ist corinnes und corinnes ist einfach nur das memelland also hier das das ist einfach nur das memelland das heißt hier der hafen von von corinnes führt also jetzt historisch gesehen nicht irgendwo hin ja also also corinnes ist nicht einfach ein hafen der dann äh keine ahnung äh kaunas versorgen soll oder vilnius oder so sondern der hafen ist einfach nur der hafen das heißt der hafen muss gar nicht irgendwo hin führen so der hafen von corinnes hat doch aber den gesamten erster sport vom festland abgewickelt ähm ja das ist ja eurochank also gothic 1 und 2 besteht ja zu einem gewissen prozentsatz aus eurochank also aus einfach irgend so einem hingefurze von äh irgend so einem komplett crap also der der ähm in 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 gothic also in der gotik in der gotik hauptgeschichte spielt eben hier ähm das memelland oder hier eben ostpreußen spielt halt eine ganz ganz wichtige rolle weil wie gesagt das ostpreußen ist eine region des äldergott und eben von von dieser region hier von ostpreußen äh beginnt eben dann auch der dreißigjährige krieg ja also hier hat ja vorher stattgefunden ähm hier hat ja vorher stattgefunden ähm der kreuzzug des deutschen orden gegen litauen und dann im äh 15. im 16. jahrhundert ähm nachdem halt hier der deutsche orden besiegt wurde von von polen und litauen ähm sind die ganzen evangelischen römer also zum beispiel hier aus der romanie und aus frankreich die hugenotten und äh die salzburger sind ja ausgewandert nach äh hier nach ähm äh hier nach königsberg und äh kleipeda hier und ähm ähm genau und das ist eine eine region des äldergott und von dieser region geht dann eben dann auch aus äh äh der dreißigjährige krieg und die zerstörung des heiligen römischen reich deutscher nation und dann am ende natürlich die gründung von deutschland so und das erzählt das ja die gossip hauptgeschichte und ähm aber wie du ja hier siehst ist ähm ist hier der hafen von von kleipeda ist nur für sich also der hafen dient nur also jetzt im mittelalter nur dazu die stadt kleipeda zu versorgen und dann vielleicht halt noch das umland ja also wie zum beispiel hier ähm solche orte ähm genau und äh die stadt kleipeda dient halt nicht dazu hier das alles zu versorgen das ganze hinterland und das haben wir eben bei der bei ravenna haben ist es nämlich anders bei also ravenna dient dazu ähm dient dazu eben dann auch die ganze romanie zu versorgen also die romanie ist ja nicht nur äh ravenna und hier äh die die hier die dörfer sondern die romanie ist ja hauptsächlich hier das inland also hier haben wir die berge die sehen wir auch in legend of a soon da sehen wir auch hier die berge das gebirge und auf der anderen seite hier das flachland und äh der hafen muss halt dann dargestellt werden im remaster dass der hafen für die gesamte region ähm ausgerichtet ist also dass der hafen dazu dient die region zu versorgen und ähm bisher also auf der einen seite haben sie halt ein sehr sehr ähm krasses hafen ähm dock gemacht genauso wie halt hier in ravenna da sind halt hier so richtig krasse docks ne also genau solche hafen docks haben wir ja auch in in legend of a soon im im hafen oder hier so richtig riesige schiffe dann hier so äh hinfahren können aber wie eng gequetscht ähm das dann alles ist und ähm wie dann die ganzen waren von hier von diesem dock ähm sagen wir mal jetzt von so einem ort äh dann hier hin in die stadt äh kommen sollen also das ist auf jeden fall nicht gelungen es muss auf jeden fall nochmal umgebaut werden und deswegen ist am ende natürlich ähm legend of a soon so wie es ist einfach nur eine demo ein playable teaser und hat auch kein copyright weil jemand der halt da wirklich ein remaster von macht der muss ja so viel umbauen und muss so viel nochmal anders machen und äh genau das ist eben also wie gesagt das ist eben der wichtige wichtige unterschied ravenna ist einfach nicht nur für sich da ja hafen und dann ravenna sondern ravenna ist halt für die gesamte region der romanie da und das haben wir eben bei corinnes ist es eben anders also corinnes ist halt wirklich nur für sich also corinnes macht halt wirklich nur aus hier der hafen die hafenstadt und dann haben wir hier die ganzen großgrundbesitzbauernhöfe und das that's it und ähm ja ähm mit wahn also man könnte natürlich jetzt ähm noch reden über zum beispiel den bernstein handel also bernstein ist natürlich ähm zum beispiel eine ressource oder zum beispiel holz es gibt auf jeden fall sehr sehr viele rohstoffe die auf jeden fall auch hier den hafen verlassen und dann eben dann auch ähm zum beispiel ja hier nach deutschland oder so gelangen aber genau das ist der unterschied also dass man dass der hafen eben für sich ist und der andere hafen eben nicht ähm ok ja ja also wie gesagt ich interpretiere halt ähm also äh legend of asoon oder auch eben gothic 1 und 2 das eben die hauptgeschichte erzählt der der gothic und äh eine metaphorische darstellung ist also das kann man einfach wunderbar erkennen also hier corinnes die romanie ähm so und wie ich ja vorhin schon erzählt habe also eine ganz besondere ganz besonderen punkt also einen nicht den einzigen wirklich nicht trivialen punkt ja also hier berlin ähm das allgäu und so das sind ja oder hier diese region metana das sind alles ganz triviale äh gebiete da da muss man also wenn jemand halt äh gothic reboot ähm bauen will im fotorealismus dann muss der ja einfach nur google ähm google earth benutzen und halt wikipedia so aber ähm am wenigsten trivial ist eben das minental also ähm dieses ruhrpott äh hier ruhrpolen ruhrpolenregion genau das ist eigentlich das am wenigsten triviale aber wie man den hafen hier baut ähm das dürfte eigentlich keine so schwere aufgabe sein für den der das remaster macht ja also das ist das was ich halt kritisiere am hafen ähm das auf jeden fall nochmal umgebaut werden muss und da merkt man einfach das remaster wird definitiv ähm ähm also wer wer das remaster macht ja braucht niemanden zum beispiel um erlaubnis fragen bezüglich dem thema urheberrecht weil man muss wie gesagt auch hier den hafen und so so viel nochmal umändern umbauen damit das alles einfach ähm mehr sinn ergibt was war deine lieblingsfraktion in in gothic 1 und 2 also in gothic 1 und 2 ähm also du meinst welche fraktion mir gar nicht gefallen hat also mir hat gar nicht gefallen also wo ich wo ich wo ich wo ich sage das ist eurochank das ist definitiv eurochank das ist äh in gothic 1 ist es das neue lager also das neue lager ergibt meiner meinung nach äh gar keinen sinn also das muss definitiv äh komplett äh weggelassen werden also ähm was äh das alte lager darstellen soll das ist klar das äh die stadt dortmund da sind ja dann die ruhrpolen und ähm die stadt äh die ähm die bürger oder die die warte ich zeig's dir nochmal ich zeig dir nochmal ähm auf wikipedia also die die ähm hier bei wikipedia wenn du eingibst dortmund ne warte ne memel eingeben ähm kleypeter und zwar ähm die geschichte der der stadt kleypeter und zwar ähm ist es so dass die ähm die stadt kleypeter wurde eben gegründet von den dortmundern also die dortmunder also hier ähm dortmund also ruhrpott also hier warte ähm hier ruhrpott hier dortmund ist hier so richtig im ruhrpott und hier ähm vom ruhrpott sind die dann dahin hingegangen also und haben dann hier die ähm die stadt kleypeter gebaut wo haben wir jetzt hier irgendwo steht es hier genau da steht die stadt dortmund so die stadtgründer baten die stadt dortmund ihnen also die dortmunder haben die haben kleypeter gegründet also ähm was soll ok also hier die dortmunder hier sind die dortmunder im ruhrpott ja und ähm hier steht dass sie eben dann gegründet haben genau also hier die dortmunder haben die stadt memel gegründet hier die kleypeter und ähm also hier aus dem aus dem ruhrpott genau also in gothic 1 ähm also ist klar dass das alte lager soll dortmund darstellen ja also dortmund und zwar in in dortmund werden aber nur dargestellt die ruhrpolen alle anderen ähm die äh sonst leben in der region werden als viehhorden dargestellt also also metaphorisch zum beispiel als minecrawler oder als orcs oder als wölfe oder was auch immer also auf jeden fall werden alle bevölkerung hier also wird eben als viehhorden dargestellt und die einzigen die dortmund halt ähm dargestellt werden sind die ruhrpolen also das alte lager ist auf jeden fall ganz wichtig im reboot oder remake denn ähm wie gesagt das alte lager ist eine metaphorische darstellung eben von dortmund dann äh das sumpflager ist ja berlin hier steht ja auch berlin ähm ist ein westslawisches wort und heißt ähm sumpfiges gelände also sumpflager also wir wir bekommen erzählt ähm eben in gothic gothic 1 ähm die eben wie die ähm wie berlin gegründet wurde aber was das neue lager darstellen soll weiß ich überhaupt gar nicht also ich habe keine ahnung was das neue lager überhaupt sein soll und dementsprechend bin ich auch ähm absolut der meinung dass man im im remake oder auch im reboot muss man ähm das neue lager einfach komplett weglassen also und das das ist ja einfach auch ganz trivial also man hat ja zum beispiel in äh in gothic 1 hat man ja zum beispiel quentin und seine banditen und äh man kann ja ähm alle leute die jetzt im neuen lager sind kann man ja verteilen auf zum beispiel ähm quentens lager oder auf alle möglichen jägerlager wo halt niemand ist also es gibt ja zwischen dem alten lager und dem neuen lager in gothic 1 gibt es ja zum beispiel so ein verlassenes jägerlager da ist zum beispiel gar keiner das ist glaube ich nur ein ein bandit der da irgendwie rumhängt oder so und ähm wir haben auch mehrere verlassene ähm lager wo gar keiner ist und man könnte einfach alle alle personen aus dem neuen lager kann man eben dann ähm verteilen auf die gesamte spielwelt ähm dass die halt da ja banditen sind oder was auch immer genau also das neue lager muss auf jeden fall komplett aufgelöst werden weil es einfach nichts darstellt weil es einfach nur eurochank ist also ich wüsste nicht ähm für was das neue lager ähm und dann und dann muss kann man sich auch noch überlegen was erzählt denn das neue lager überhaupt also das neue lager erzählt ja nichts außer dass wir drogen verkaufen sollen also wir kommen ja dahin also wenn wir das erste mal ähm gothic 1 spielen also in kapitel 1 so okay wir kommen jetzt ins neue lager was erleben wir wir erleben dass äh bauern äh reis ernten also allein schon dass es komplett eurochank das gibt überhaupt gar gibt überhaupt gar keinen sinn also ähm also gothic 1 ist definitiv eine metaphorische darstellung eben von ähm von deutschland und erzählt eben wie ähm wie deutschland halt also wie es halt dazu kam zu den evangelischen römern äh und ähm zu den anfängen halt von preußen und ähm das ist halt einfach die ist es erzählt ja die gotik und ähm wie die gothic ähm entstanden ist also die 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 wie die gothic dann auch politisch also die gothic war ja im 13. jahrhundert war ja die gothic eine eine kunstgeschichte von halt so einzelnen leuten und ähm ja von so einzelnen einzelkämpfer künstlern und äh dann wird die gothic eben dann auch zu einer politischen ähm zu einer politischen bewegung zum beispiel äh goethe also goethe wird ja auch zum beispiel mit dem mit dem mit dem ja mit dem deutschsein eben verbunden verbunden und ähm goethe sagt ja auch dass die gothic die deutscheste kunst ist überhaupt ja also die die gothic ist eben die deutscheste deutscheste kunst und ähm bei bei gothic ähm gothic oder bei gothic reboot geht es eben darum geht es halt um diese ursprung geschichte es geht um die geschichte der gothic und ähm da sind eben ganz wichtige orte sind eben dortmund und ähm berlin aber das freie lager ich weiß halt gar nicht was das darstellen soll und ähm ja deswegen würde ich sagen das freie lager ist für mich so ein ort ähm wo ich sage mit dem kann ich gar nichts anfangen also das freie lager ist definitiv eine fraktion die komplett gelöscht werden muss äh genau also ich finde halt äh jede fraktion gut in gothic 1 und 2 die halt ähm irgendwas erzählt also die halt irgendeinen sinn ergibt also was auf jeden fall also also auf jeden fall sinn ergibt es halt das alte lager also die fraktion altes lager die fraktion sumpflager ähm die fraktion neues lager ist quasi euro schenkt das ist komplett müll das muss quasi komplett gelöscht werden äh im reboot und remake dann ähm bei gothic 2 sind alle fraktionen gelungen also es gibt also mir gefallen alle drei fraktionen gothic 2 also wir haben in in litau haben wir haben wir hier einmal eben die stadtwache die kümmert sich halt eben um die stadt also um die region das sind im wesentlichen die stadtwache sind im wesentlichen dann auch die die fraktion der der preußischen stände ja die fraktion der preußischen bürger dann haben wir die fraktion auf honershof also wir haben hier in kleipeda ist es ja so also ich hatte ich habe ja auch vorfahren ich habe ja auch vorfahren hier genau also von hier von dem umland also meine meine vorfahren waren ja auch großgrundbesitzer und zwar waren meine vorfahren ganz genau großgrundbesitzer hier hier in kretinga da waren meine vorfahren großgrundbesitzer und meine vorfahren waren großgrundbesitzer hier da finde ich das so schnell also also ganz genau wenn ich jetzt nicht finde auf jeden fall hier so irgendwo also hier auf jeden fall im umland ja genau hier genau hier schnauxtei schnauxtei da waren meine da kommen meine vorfahren her und die waren hier großgrundbesitzer und die hatten ihre ihre knechte und ihre mägde und ja die ganzen bauern die ganzen bauern in hier also quasi auf honershof die dann hier in schnauxtei zum beispiel arbeiten also hier arbeiten auf den ganzen feldern das sind halt die die littauer die die kultur deutschen die kultur deutschen ja hier die kultur deutschen das sind die die littauer und wer sind kultur deutsche also kultur deutsche sind sind halt leute die kein deutsch sprechen also die die deutsche sprache nicht sprechen und die aber von ihrem von ihrem aussehen und von ihrer von ihrem verhalten und von ihrer kultur also was ihre kultur ist also alles was sie sind aus ihrer sprache sind das halt deutsche das sind leute die so sich verhalten die so aussehen 100 prozent wie deutsche aber die halt litauisch sprechen und das sind halt die knechte und mägde gewesen halt meiner vorfahren die hat hier ihre hilfe hatten genau hier kommen meine vorfahren her also hier hatten meine vorfahren also genau hier hier also das ist sozusagen also honershof ist sozusagen eine metaphorische darstellung hier von quasi hier wo meine vorfahren hier gewesen sind also wo ich ziehe hier 56 häuser stehen da hatten meine vorfahren halt ihren großgrundbesitz und dann hatten die halt hier solche riesigen felder also man sieht das ja hier so 45 häuser und wir hatten hier so riesige felder und diese ganzen felder die wurden halt dann alle bestellt von von den von den litauern also von den kulturdeutschen so also das sind die ganzen die ganzen bauern in corinnes ja das sind die die litauer und die banditen oder wer die wer sind die söldner also diejenigen die auf also verordnung sorgen dieses alles überwachen das sind halt die das sind deutsche also das sind oder das sind leute aus deutschland gewesen also aus deutschland irgendwelche leute kann die irgendwo aus deutschland kam die sind dann hier gewesen also bei meinen vorfahren hier auf dem hof und hand dann das alles überwacht genau und haben dann da wurden halt bezahlt und so und genau das ist die fraktion und das ist die fraktion deutscher orden also der deutsche orden wurde ja besiegt ja der deutsche orden wurde besiegt und die hanse wurde besiegt also der deutsche orden und die hanse und für gewisse leute also es gibt also es gibt im ostpreußen ist ein sehnsuchts ort geben sehr sehr stark gewesen einerseits für die evangelischen römer also hier beginnt mit der romanie oder den hugenotten aus frankreich oder hier aus salzburg war halt daneben hier ostpreußen halt der sehnsuchts ort und auf der anderen seite war natürlich ostpreußen auch noch der sehnsuchts ort für leute die sich eben nicht damit abfinden wollten dass hier die hanse eine hansestadt die von eben von dort dortmundern gegründet wurde und von leuten aus lübeck ja also hier haben wir lübeck so also leute aus lübeck und leute aus dortmund haben halt die stadt kleipeda gegründet und dann wurde ja hier das memelland und kleipeda wurde ja dann komplett eingenommen von den von den evangelischen römern eben aus ganz europa und von den litauern und es gibt natürlich leute die sich nicht damit abfinden wollten oder eben aus der hanse und aus dem aus dem orden und all diese leute die eben dann halt die söldner waren also sehr sehr viele sehr sehr viele söldner das sieht man auch in der in der doku der deutsche der deutsche orden kam ja zum beispiel aus schlesien also hier aus der region aus schlesien aus schlesien und also vor allem aus schlesien kam sehr sehr viele söldner des deutschen orden aber auch natürlich aus polen und auch sehr viele söldner kamen aus tschechien so und vor allem diese ganzen also die leute die halt sich nicht damit abfinden wollten dass der orden halt komplett zerstört wurde das sind halt das ist die fraktion onas hof genau deswegen finde ich die fraktion auf jeden fall extrem extrem wichtig also auch extrem gelungen also die also wie gesagt ganz ganz toll also in gossip 2 gefallen alle fraktionen also mir gefällt die stadtwache mir gefällt onas hof und auch das kloster also beim kloster ist es ja so dass die also die hier das aus preußen ist ja evangelisch werden ja in litauen ist ja katholisch und insgesamt ist es so und das ist ja auch heute das ist ja auch heute so zum beispiel beim thema weihnachten weihnachten beim thema weihnachten ist es ja auch so dass die kirche weitgehend ein kloster ist das heißt zum beispiel für meine familie ist es zum beispiel sehr sehr wichtig dass ich an weihnachten in die kirche gehen kann und ich weihnachten feiern kann durch einen kirchenbesuch ja das ist meiner familie sehr sehr wichtig aber ansonsten ist eigentlich das ganze jahr über also nach meiner wahrnehmung ist die kirche eigentlich ein kloster also ich habe also was bedeutet kloster kloster bedeutet dass gemeinde leben also kirchliches gemeinde leben eigentlich nur stattfindet im kloster also das ist in der stadt und in der gesellschaft so an sich im alltag kein gemeinde leben gibt ja weil die weil die leute das nicht brauchen also ich zum beispiel also meine familie braucht kein gemeinde leben also das einzige was wir halt brauchen ist halt weihnachten also das wir an weihnachten mit der familie halt in die kirche gehen können weil halt weihnachten ist ja eigentlich ein heidnisches fest also weihnachten hat ja mit mit ist auch muss deutlich sagen auch vollkommen inkompatibel oder quasi genau das gegenteil von der von der christlichen botschaft also in der christlichen botschaft geht es ja darum dass ein hirte kommt ja und die die herde einfängt und die herde dann hütet ja also der der messias kommt also wir sind sozusagen also das menschenbild der das neuen testaments ist ja dass wir ja verlorene schafe sind ja wir sind verlorene schafe die irgendwie verwirrt sind was auch immer und jetzt kommt der messias und der messias ist der der hirte der die verlorenen schafe jetzt wieder zur herde zurückbringt und dann ja sind die schafe dann nicht mehr verloren sondern sind dann wieder in der herde und ja das ist eigentlich so im wesentlichen würde ich sagen die 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 botschaft und die die ganzen die ganzen die ganzen schafe die beißen sich dann auch nicht mehr wenn sie wenn sie wenn die schafe irgendwie verloren sind dann beißen sie sich gegenseitig irgendwie aber aber durch die also durch den hirten erleben die schafe dann auch die nächsten liebe gegenüber den anderen schafen und ja dann sind die schafe so richtig in der herde dann und die die botschaft oder die also weihnachten weihnachten ist ja quasi genau das gegenteil also weihnachten ist ja dass also bei weihnachten geht es darum dass die würde die würde in die familie hineingeboren wird und man dadurch dass man dann die würde hat in der familie dadurch ist man dann beschützt also vor den ganzen schlimmen verwirrungen die man im leben die man im leben ausgesetzt ist also quasi genau das gegenteil und genau und hier zum beispiel in hier in ostpreußen die evangelischen römer die feiern dann halt weihnachten und nicht mehr ostern oder sowas und ja damit die dann halt wirklich weihnachten auch erleben können sind natürlich die ganzen kirchenleute alle im kloster genau und das kloster das ist auch ein ganz wichtiges detail in gossip 2 das fand ich auch zum beispiel sehr sehr gelungen das kloster ist ja auch ein romanisches kloster eine 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 romanische ein romanischer bau und das das kloster also die ganzen evangelischen römer ja die ganzen evangelischen römer haben sich jetzt hier aus spanien romanie frankreich und so weiter sich jetzt hier irgendwo in hundisches hundisches gebiet begeben ja und also quasi hier irgendwo krass in den osten und das kloster ist natürlich auch so eine so eine zuflucht also wenn die sich jetzt fragen so dieses evangelisch sein ja dieses protestantisch sein oder auch dieses heidentum leben ja wie weihnachten zum beispiel dieses dass man dieses heidentum lebt weihnachten ist das nicht vielleicht doch eine verirrung ja es ist vielleicht doch nicht hat man hat man ja ist das vielleicht doch falsch oder wie auch immer und das kloster ist dann auch noch mal so eine so eine erinnerung ja dass man einfach auch nicht vergisst wo man herkommt weil wie gesagt hier die ganzen evangelischen römer die aus ganz europa jetzt nach ostpreußen sich hier begeben die mischen sich natürlich also quasi wie heute in auch in den usa ja wo die sich dann auch vermischen und damit die leute dann auch nicht vergessen wer sie sind ja damit hier auch ihre ihre herkunft und ihre ja wo sie herkommen und einfach auch nicht vergessen wir wo sie herkommen wer sie sind ist das kloster auch noch wichtig also also das kloster ist auf jeden fall eine ganz ganz wichtige fraktion also im hier in im mehmerland haben wir also drei wichtige fraktionen wir haben das kloster wir haben den großgrundbesitz bauernhof bauernhof mit den söldnern und wir haben das kloster und der hafen ist nur für sich also der hafen dient nur zum handel mit zum beispiel hier rieger oder mit königsberg oder halt mit deutschland aber der hafen dient nicht für das ganze hinterland also der hafen ist nicht dazu da um hier das ganze hinterland zu bedienen das ist vielleicht heute so also heute ist vielleicht der der hafen hier ganz wichtig aber im mittelalter war das so dass der hafen hier eigentlich nur hier für das umland war genau was meinst du mit euro euro schenk euro euro schenk euro schenk ist ein ein computerspiel also ein phänomen ein phänomen bei computerspielen und zwar sind sind euro schenk also euro schenk er ist zum beispiel sowas wie piranha bytes macht eben nach nach gothic 1 und 2 also gothic 1 und 2 ist halt ist halten hat halt mehr wert ja hatten mehr wert das heißt wir können hier nachdenken über die metaphorische darstellung von 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 der deutschen geschichte oder von europäischer geschichte können wir eben nachdenken und das gibt hat ist halt mehr wert also und euro schenk hat halt keinen mehr wert also euro schenk also von also europäischer müll also schenk heißt abfall oder dahin gefurzter dreck ja also euro schenk heißt von europäern dahin gefurzter dreck auf also übersetzt euro schenk heißt von europäischen spieleentwicklern dahin gefurzter dreck und ja diesen euro schenk produziert ja zum beispiel parania bytes oder eben andere entwicklerstudios also wie jetzt zum beispiel aktuell elex 2 ist zum beispiel euro schenk und ja und gothic 1 und 2 gothic 1 und 2 ist natürlich auch kein perfektes spiel sondern zum beispiel auch hier legend of usu nicht das habe ich jetzt ausführlich erklärt sondern da muss man damit man eben diesen euro schenk los wird damit dieses spiel ein ja ein würdevolles spiel ist ein würdevolles ergebnis ist das auch richtig spaß macht dann auch und man dann auch so richtig so mehr wert fühlt muss man halt diesen ganzen euro schenk löschen und sich überlegen was ist denn hier euro schenk also es gibt natürlich computerspiele die komplett euro schenk sind zum beispiel elex 2 und hier dieses spiel ist halt teilweise euro schenk genauso wie gothic 1 und 2 also zum beispiel dass hier der hafen also dass hier überhaupt gar keinen sinn ergibt also hier diese engen straßen und so das ergibt überhaupt gar keinen sinn da kann ja kein wagen und so hier irgendwie fahren genau also das muss auf jeden fall anders gebaut werden um einfach das bestmöglichste walkthrough zu machen und ja also für mich war das auch einfach so ein abschluss also das einzige das einzige worüber ich jetzt noch reden würde bei gothic 2 ist über das thema reboot über das thema und remake also remake und reboot also inwieweit gothic 2 eine skizze ist für ein reboot und was euro schenk ist an gothic 2 und was halt eben eine skizze ist eben für für gothic also für die für die hauptgeschichte der gothic das ist für mich eigentlich nur noch gothic 2 aber ich glaube ganz ehrlich also diesen workshop zu machen das hat mich so angestrengt also das hat mir auch so ein bisschen den spaß genommen dann auch am ende genau also ja genau also jetzt bei diesem video habe ich halt erzählt über die 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 orte also über die orte wo halt die die gothic hauptgeschichte spielt und über den hafen und über mein workshop habe ich noch geredet genau zu holen ja also hier kann man wieder ein thema ansprechen zum thema remaster und zwar textur flattern deswegen sage ich ja dieses spiel muss unbedingt mal mit einer vernünftigen engine umgesetzt werden also kex engine von nightlife studios oder eben die unreal engine oder irgendeine andere engine mit der man halt diese animationen und diese retro grafik halt erzählen kann aber das nervt mich halt super krass also solches textur flattern auch die ganze zeit also hier stört mich jetzt technisch zwei dinge der sound eben von diesen von diesem wasser von den wasserfällen und hier dieses textur flattern und das design vom hafen das überhaupt gar keinen sinn ergibt so wie ich halt den hafen hier verstehe oder wie der halt dargestellt werden soll damit es halt alles sinn ergibt oh man jetzt habe ich verdrückt also ich muss aber sagen dieses dass man in innenräumen dann zufällig anstatt dass man ein npc anspricht und man dann was klaut und dann angegriffen wird das stört mich jetzt also das stört mich nicht ich finde sogar ich finde sogar das gehört so richtig zum retro gerade durch sowas macht das spiel auch noch mal ganz deutlich dass es ein das sind retro spiel ist ein retro erlebnis ist dass wir hier kein ja quasi sterilisiertes modernes zeug spielen sondern retro und das finde ich eigentlich sogar sehr wichtig also dieses detail dass man auf der einen seite natürlich gerne looted sowie quasi so wie in days gone wo man ja auch süchtig looted aber diese momente dass man noch mal was laden muss wenn man sich verklickt hat finde ich eigentlich finde ich in ordnung also das macht er nicht dieses retro erlebnis dann auch aus oder also mit aus das macht es mit aus also zum beispiel so ein bug kotzt mich an oh mein gott das spiel hat sich aufgehangen jetzt muss ich quasi steuerung g alt und entfernen klicken weil ansonsten geht gar nichts mehr also auf jeden fall ich also man merkt hier ist ja so es ist ja so hier beim beim hafen da passiert ja dann ein sehr sehr tragisches ereignis und zwar in kapitel 4 passiert hier ein sehr sehr tragisches ereignis im hafen und und ja und ich glaube auch deswegen ist der hafen so ein bisschen öde von den quests und vom vom ja vor allem von den quests aber ich versuche das jetzt auf jeden fall jetzt in dieser folge komplett hinter mich zu bringen den hafen aber der hafen der kann einen schon ein bisschen auf die nerven gehen also jetzt hier dieses design auch hier alles wie hier alles so eng ist und so verwinkelt dann verklickt man sich dann wird man angegriffen also schon ein bisschen so sich ein bisschen durchquälen ja das ist die performance also das ruckelt hier die ganze zeit also das spiel ruckelt richtig krass deswegen sage ich ja remaster mal in einer anderen engine bitte hier ist das buch also ich würde sagen das lerne ich alles oder wie viel kostet das insgesamt was kostet das insgesamt alles eins eins also zwei vier boah wie pervers wie pervers tut dieses spiel jetzt ruckeln ist ja der wahnsinn also wie gesagt die technik die technik macht mich fertig ist ja unfassbar also ich persönlich ich kann es nicht verstehen wie irgendjemand diese engine ja diese sen engine loben kann also ich halte das wirklich ich halte es wirklich für eine schwere psychische erkrankung ich meine wie kann man bitte diese technik diese ruckler die sind das ist ja vollkommen pervers wie das spiel halt einfach super krass einfach hier anhält die ganze zeit ich weiß auch nicht was jetzt das problem ist also wie gesagt die technik macht mich fertig remaster und man muss ja eines bedenken dieses ruckeln jetzt was komplett perverses vollkommen vollkommen krass also wie gesagt die technik hier diese krassen ruckler aber ich muss sagen ne nachdem ich jetzt 500 stunden daystone gespielt habe kann ich mir so eine technik nicht mehr geben es ist unglaublich und man muss ja eines bedenken diese krassen ruckler und das alles hat ja auch nichts zu tun mit den hier den entwicklern ja die jetzt also diese diese also von entwicklern von legend of azone sondern diese technik ist zurückzuführen einfach auf die engine ja deswegen sage ich ja remaster das mal in einer anderen engine machen weil oh mein gott also das ist schon echt äh schon ne absolute zumutung ich habe gehört was du gemacht hast oh verdammt das spiel ist abgestürzt na gut dann hoffe ich dass ich nicht zu dumm gespeichert habe jetzt beim letzten mal tja diese spiel abstürzen diese ruckler spiel abstürze ruckler das ist schon hardcore krass also wie gesagt ich schreie so krass nach dem remaster oh mein gott vor allem das spiel hat ja auch sowas meditatives ja das spiel hat ja sowas meditatives und dann diese ruckler diese ruckler diese ruckler diese ruckler verdammt was verdammt was also das spiel will mich auch verarschen ich habe doch jetzt den geschwindigkeitskranktrank genommen und jetzt wollte ich noch eine fackel und zack die wirkung des geschwindigkeitskranktrankes ist einfach weg ok dann tue ich halt eben erst meine fackel und dann den geschwindigkeitskrank ok darf ich nicht ich darf fackel und geschwindigkeitskrank nicht gleichzeitig benutzen äh subno comments doch ähm yes ich komment aber nicht immer nicht immer nicht immer nur wenn ich etwas sagen muss das ist wichtig wer weiß schon genau was es da gibt ok mach dich bereit man hört doch immer diese gruselgeschichten die hauen sich den schädel ein ins ötland will ich bestimmt nicht ok mach dich bereit das kann ja nicht und äh beim nächsten mal gehen wir dann hier zu orinshof hier orins Bauernhof ist auf jeden fall auch ein sehr 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 gelungener und sympathischer Ort und äh diesmal geht es ähm ja zu einem Ort der so ein bisschen ja wie so ein wie so ein Fremdkörper oder so ein bisschen abseits ist also wo ich jetzt ähm bisher eigentlich gar keine Notwendigkeit hatte hinzugehen aber der sehr sehr gut gelungen ist und zwar wir gehen auf orinshof und ähm was soll orinshof überhaupt darstellen so und da habe ich einfach mal geguckt hier bei bei google nämlich beim thema landgut in der romanie und wenn man sich da so die bilder anschaut hier zum beispiel oder das hier oder hier dann wird man dann erkennen dass ähm also dann wird man hier gleich orinshof eben wieder erkennen also das ist so ein typisches landgut in der romanie hier zum beispiel oder hier also das sind so drei vier häuser und dann haben wir hier so ein feld und eher so rundlich rundliche wege und genau das werden wir jetzt eben erleben in in lechendorfer sun mit orinshof und ähm ja also besonders ist ich denke mal für ein ein landgut oder für ein römisches landgut dass eben hier keine äh so knechte und mägde so wirklich leben also es gibt ja also zum beispiel habe ich ja beim letzten mal erzählt äh in ostpreußen da gab es ja zum beispiel gab es ja die die großgrundbesitzbauernhöfe wo dann halt sehr sehr viele knechte und mägde waren und oder sogar ähm leibeigene und hier im römischen äh landgut haben wir eigentlich ja also so sieht das halt typisch aus also jetzt geht es äh um um den bauernhof der halt einfach hier die stadt bologna oder halt eben hier auch die region versorgt mit nahrung so jetzt erleben wir ähm das landgut ich finde es hat sehr viel charme auch also orinshof hat sehr sehr viel charme ist auch sehr gelungen also macht mir auf jeden fall sehr sehr viel spaß und ähm aber fühlt sich man muss ganz ehrlich sagen also so ich habe ja jetzt bisher eigentlich so gut wie alles erkundet eigentlich mehr oder weniger außer halt orinshof und das ödland und äh bisher gab es eigentlich noch gar keine so richtige motivation äh zu orinshof zu gehen also außer vielleicht zwei quests ähm bringe Nägel irgendwem oder hole Weizenmehl ab für irgendwen und äh also für mich als Spieler fühlt sich so ein bisschen an wie jetzt so ne ja wie sowas ähm wie nennt sich das ja wie so ein Fremdkörper also wie so ne Expedition in so einen fremden Ort der jetzt gar nicht zum zum Herzen so wirklich zu dazu gehört und ähm ja ich da bin ich weiß ich jetzt gar nicht ob das jetzt so sein muss also ob jetzt vielleicht Orinshof ein bisschen attraktiver gemacht werden soll dass man da jetzt vielleicht eher hin soll oder ob das jetzt eigentlich so passt ähm das weiß ich äh gar nicht so genau muss ich sagen aber ja auf jeden fall werden wir jetzt sehr sehr viel ähm interessante Sachen erleben und sehr viel spaß haben hier auf ähm auf dem Bauernhof hier auf dem römischen Landgut hier sieht man Banditen also hier Banditen haben sie hier sind hier so jetzt äh bin ich mal gespannt ob die mich angreifen Bandit ja mal gucken ob ich die erledige jetzt und das heißt du wärst besser nicht hierher gekommen ach 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 also das sind sehr einfach zu besiegende banditen denn die sind noch nicht mal geübt im schwerkampf also die machen noch nicht mal zwei schläge hintereinander sondern nur einen schlag das heißt man kann die komplett ausblocken also ich muss ganz ehrlich sagen als ich das spiel vor zwei jahren das allererste mal gespielt habe also jetzt spiel es ja das zweite mal hatte ich nicht so die krasse muße dass ich hier alles erkundet habe und alle pflanzen aufgesammelt habe sondern als ich das erste mal dieses spiel gespielt habe da wollte ich halt wirklich da wollte ich halt wirklich wissen okay was hat das spiel jetzt eigentlich überhaupt zu bieten ja was hat das spiel überhaupt zu bieten und worum geht es überhaupt auch vor allem in der haupt story und da bin ich da eigentlich schon mehr durchgerusht durch dieses spiel und jetzt wo ich das spiel halt kenne und auch liebe ist es so dass ich natürlich das auch viel mehr mit muße spiele also ich das halt vorher gemacht habe so weil jetzt weiß ich ja okay das spiel ist sehr gut ist das spiel lohnt sich das spiel ist keine zeitverschwendung also ich möchte ja auch ich als erwachsener also ich möchte ja auch nicht meine zeit verschwenden mit irgendeinem crap und deswegen bin ich da auch eher so durchgerusht und jetzt wirklich mit mit muße alles erkunden alle pflanzen einsammeln sowie so wie man halt gothic 2 spielt bei gothic 2 war es ja auch so als ich gothic 2 das allererste mal gespielt habe da wusste ich auch nicht ist das spiel jetzt überhaupt gut worum geht es überhaupt und da bin ich da auch eher so durchgerusht kann ich mich erinnern und als ich dann gesehen habe okay das spiel ist wirklich gut das wirklich gutes spiel dann entwickelt man auch dann die innere haltung dass man dann auch das auch diese diese muße sich gibt ja hier kommen wir jetzt zu einem zu einer weiteren kritik an diesem spiel und zwar wie hoch hier der weizen der weizen ist also der weizen hier ja der weizen hier ist zwei meter hoch und das ist er ja eben in der realität nicht also der realität ist ja der weizen nicht zwei meter hoch zwei meter hoch ist vielleicht meist aber nicht weizen und dazu ist ja auch so dass dieser weizen hier einem auch so die übersicht nimmt also man erkennt ja auch kaum man erkennt kaum wie die npc 10 im weizen die verkündet sich hier die npc hier im weizen die sind richtig versteckt also das ist auf jeden fall was mir auch gar nicht gefällt also der weizen definitiv tiefer machen so geht das auf gar keinen fall und es gibt ja auch noch so eine mechanik dass man durch hitze oder durch kälte schaden nimmt ja deswegen verzichte ich erstmal da hinzugehen aber auf jeden fall und natürlich das muss man auch wieder betonen laufwege das heißt wenn ich beim ersten mal durchgespielt habe da bin ich gleich da hingegangen ins eisgebiet und da bin ich quasi ewig lang diese laufwege gelaufen und das hat sich halt am ende nicht gelohnt weil da war halt einfach nichts also da war nichts zum bluten da war nichts zum zum besiegen also weil keine monster ich besiegen konnte und am ende war das halt nur so dass ich halt ja da halt geguckt habe was da ist und und später in kapitel 5 war ich dann halt genervt von den laufwegen weil ich halt da vorher schon schon gewesen bin wer hat hier das sagen urwin ist unser bauer wenn du fragen hast dann wende dich an ihn normalerweise ist der form lagerhaus also wie gesagt dass der weizen hier ist ja wirklich pervers hoch man sieht ja gar nichts die sind ja richtig versteckt hier und wie gesagt mich stört hier der weizen wirklich weil der weizen hier ist einfach auch total unrealistisch ah ein neues gesicht willkommen ich bin eine der mädte und helfe hier auf dem hof also hier merke ich mir dann für später dass die feldräuber eier hier liegen denn ich später irgendwann kapitel fünf oder so oder vier kriege ich dann eine quest das weiß ich noch dass ich irgendwelche dass ich feldräuber eier besorgen soll das türkische das türkische ist wenn ich jetzt die feldräuber jetzt aufsammel dann schlüpfen die in dem inventar und das hat mich auch super krass verwirrt als ich das erste mal gespielt habe und ja ob das nun so ein gutes gameplay ist mit diesen feldräuber eiern kann man auch in frage stellen hier auch dieser bug dass hier alles grün ist und so das natürlich auch rotz und gerade an dieser stelle nervt mich wirklich wie hoch hier der weizen ist weil dadurch geht wirklich jede übersicht verloren so da ist er ja der spiel ist wieder abgestürzt was für eine scheiße wo wann habe ich das letzte mal gespeichert tja auch gerade wegen diesen abstürzen nervt nervt mich vor allem der hafen richtig krass das kipps doch nicht wieder abgestürzt also die abstürze die abstürze machen einen schon richtig fertig vor allem dann auch noch kombiniert mit den laufwegen wo man eigentlich nur noch tier die die quest einfach nur abgeben will final so geschafft geschafft jetzt habe ich alle quests außer diese eine da abgeschlossen von kapitel eins das heißt jetzt ist kapitel eins fast komplett abgeschlossen wie lange habe ich jetzt gespielt 23 24 stunden genau also bei meinem ersten durchspielen habe ich habe ich 26 stunden gebraucht die retro championship ja also die retro meisterschaft also retro gaming von den von den jahren sagen wir mal 1999 bis 2009 also 2009 ist dann das letzte retro große retro spiel erschienen das ist minecraft und ja legend of azun soll halt einfach die retro championship sein von eben diesen ganzen tollen retro spielen die wir da halt hatten also das ist soweit ich weiß die einzige harp hier im gesamten spiel also ich denke nicht dass es eine andere habe dass ich eine andere habe hier gesehen habe und ja also diese harp hier die muss natürlich komplett gelöscht werden in dem remaster denn man fragt sich auch was soll die hier ja und ja hatte hier ihr nest oder so also wie gesagt ich habe keine ahnung was hier diese happy soll also die auf jeden fall entfernen also die wird zum beispiel diese harp hier also die wird nicht ersetzt sondern die wird einfach komplett gelöscht weil die einfach hier gar nichts zu suchen hat und hier auch gar keinen sinn ergibt im setting thema und ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen äh das monster harp hier ist zum beispiel eines der monster in gossip 2 die ich gar nicht verstehe also ich verstehe dieses dieses monster gar nicht warum das überhaupt in gossip ist also nach meiner nach meines wissens ist es so dass die harp hier eine eine figur ist der griechischen altgriechischen mythologie und dass die harp hier definitiv was zu tun hat mit mit seefahrt dass das also dass die harp hier irgendwie die matrosen dazu verleitet über bord zu gehen ja also dass ein matrose einfach mal so über bord springt und dann sagt man die harp hier die hat ihn dazu verleitet und ja wie gesagt was gossip überhaupt also was der harp hier in der harp hier überhaupt in gossip zu suchen hat erschließt sich mir überhaupt im allgemeinen nicht also erstmal löschen weil sie überhaupt gar nicht zu gossip gehört und hier sowieso löschen also weil sie ja hier überhaupt gar keinen sinn ergibt schief 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 also der macht mich mit zwei hits weg und ich mache ihm also ein bisschen schaden es gibt jetzt natürlich die absoluten pro gamer die jetzt hier mit diesem backstep dodge das schon alles beherrschen und auch jetzt schon wagt besiegen können wie gesagt ich kann ja mal probieren mit ein bisschen mit backstep dodge aber scheiße jetzt sind sie schon zu zweit also du meinst die du meinst die verneigende animation ist ganz was besonderes also weiß ich jetzt nicht also für mich also für mich ist die diese aufsammeln also animation ist so wie in days gone also in days gone ist ja auch so ein spiel wo man ja die ganze zeit am looten ist und die ganze zeit am sachen aufsammeln ist oder auch in the last of us da tut man ja auch die ganze zeit looten und scavengen also scavengen und genau dieses scavengen hat man dann auch hier in gossip 2 aber ich muss auch sagen ich hasse ich hasse wirklich dieses diese dieser dieses auto auto gut ich finde es eigentlich nur so eine standard animation also aber auf jeden fall wie alle animationen hat die auf jeden fall auch viel charme die ist ja handgebaut ohne motion capture und ja hat auf jeden fall sehr viel charme und ist mir auch sehr wichtig also ich zum beispiel ich hasse es halt wirklich wenn jemand zum beispiel diese auto auto loot mod benutzt also ich finde das zerstört für mich einfach das ganze spiel so ein spiel wie gothic oder auch wie days gone ist einfach scavengen ja also ganz ganz wichtiges gameplay ist dieses scavengen also dieses looten dass du auch dass du einfach da so stehst und dann die sachen loot ist wenn ich jetzt irgendwas hinwerfe so oder auch dieses diese animation wenn irgendwas hin wirft oder so so wie er sich dann so beugt und das dann so nimmt und so ich finde das hat einfach wahnsinnig viel charme beim thema remaster ist es so ein remaster macht für mich bei gothic 2 gar keinen sinn oder auch bei gothic 1 es ergibt 100 prozent für mich keinen sinn das einzige was sinn ergibt für mich bei gothic 1 und 2 ist reboot also reboot also reboot ist quasi ein remake remake aber noch mehr also genau mehr als ein remake und das einzige spiel wo ich sage das muss ein remaster bekommen das ist halt legend over soon und deswegen ja deswegen mache ich das jetzt damit ich halt ausführlich für mich einfach auch noch mal festhalte meine gedanken zum remaster ach so du meinst diese animation die sie hinzugefügt haben diese begrüßten animation ja sie haben so sie haben so zwei genau das kann man auch sagen also es gibt es gibt neue animationen aber die sind nicht over the top genau zum beispiel in archeros also der polnischen mod da haben sie ja so viele neue animationen gemacht die ich so furchtbar finde ich so peinlich finde und die so over the top sind und hier hat man so ein paar wenige neue animationen gemacht die ich die einfach auch passen zum setting thema ja also dieses verbeugen von dem priester oder beim freien lager dass du so eine so eine kumpel so eine kumpel pose machst oder so so ein römischen gruß so ein römischen gruß der so ein römischer gruß der passt ja auch irgendwie hier zum setting thema also ich mache das jetzt nur um für mich sozusagen auch so eine erinnerungsstütze zu machen alles was ich halt zu sagen habe zu dem thema remaster von legend von von gothic 2 also remaster von gothic 2 und also von diesem retro gameplay also alles was ich mir halt denke so muss ein ein retro so muss eine retro meisterschaft sein und so muss das remaster sein von von legend aber so dass es um es geht ja noch gerne halt meine gedanken und meine meinungen sagen möchte und das involviert halt auch noch gothic 2 also genau also alle meinungen die ich habe zum remaster zu gothic 2 äußere ich halt hier auch noch genau du sollst mich nicht ansprechen der arsch hat es nicht anders verdient gold das ist schon mal meins jetzt war die animation festgebackt da konnte ich jetzt nichts mehr machen richtig mies jetzt konnte ich nicht davonlaufen lass uns mal abwarten was daraus wird und warum habe ich überhaupt keine waffe ausgerüstet irgendwann muss der schiffsverkehr ja wieder laufen weg mit der waffe na bitte geht doch also die minecrawler das sind auch monster wo ich auch der meinung bin in dem remaster müssen die auch komplett gelöscht werden also warum sollen jetzt hier minecrawler in diesem spiel vorkommen also das ergibt eigentlich überhaupt keinen sinn minecrawler passen hier gar nicht zum setting thema in gothic 1 wird ja erklärt wer die minecrawler sind und warum die minecrawler im spiel vorkommen und da passt es ja auch aber hier ist es einfach eurochank minecrawler überhaupt hier vorkommen zu lassen also die minecrawler sind definitiv monster die halt auch komplett gelöscht werden müssen aus diesem spiel genauso wie jetzt auch die harp hier du meinst in gothic 1 also was die minecrawler sind also die minecrawler sind die also die metaphorische darstellung für die germanen in gothic 1 also gothic 1 erzählt ja als setting thema also das vordeutsche deutschland und im vordeutschen deutschland waren ja hauptsächlich natürlich die germanen und die germanen sind eine ethnie oder eine rasse die eben nicht in familien leben wie zum beispiel die römer oder die litauer also litauer und römer leben ja in familien und wie man ja an zahlreichen dazu komme ich aber noch dazu komme ich noch und zwar bevor es los geht mit kapitel 4 genau am anfang von kapitel 4 werde ich nochmal ausführlich erklären dass nicht alle menschen in familien leben und dann gehe ich dann auch noch mal ein auf die nachrichten die wir aktuell immer sehr sehr viel mitgeteilt bekommen zum beispiel aktuell in aus hessen in aus dem taunus in in saarbrücken hat zum beispiel eine eine mutter hat zum beispiel ihre zwei kinder aus dem fenster geworfen und ja ja also dir also es gibt halt wie gesagt solche nachrichten zum beispiel aktuell mutter schmeißt ihre kinder aus dem fenster wurde einfach ganz klar erkennen kannst wie gesagt dass gewisse ethnen oder dass nicht alle menschen in familien leben können also einfach von ihrer rasse von ihrer genetik und die germanen sind die germanen leben in horden und also in großen gruppen und und die germanen werden metaphorisch dargestellt als mine crawler und es gab ja auch letztens gab es vor allem aus südkorea gab es sehr sehr eindrucksvolle ameisen dokus und da wurde ausführlich erklärt zum beispiel die verschiedenen ameisen arten also es gibt ja parasitäre ameisen arten es gibt nicht parasitäre ameisen arten und ja die germanen werden dann halt sozusagen metaphorisch dargestellt als ameisen art und ja so werden die erklärt und das ist das ist halt in gothic gothic 1 die mine crawler so aber warum jetzt hier mine crawler in legend of a zoom vorkommen sollen erschließt sich mir überhaupt nicht und also wenn es wenn es germanen gibt also auf jeden fall gibt es in italien auch germanen aber die werden hier nicht metaphorisch dargestellt sondern die werden dann nur in gothic 1 metaphorisch dargestellt woher die mine crawler kommen also wie gesagt die mine crawler sind eine metaphorische darstellung von halt einer bevölkerung in deutschland und mehr wird dazu ja das ist gothic also gothic ist ja low fantasy das ist ja nicht high fantasy also in high fantasy da wäre das dann so wie keine ahnung in warcraft ja also wenn wir zum beispiel wenn wir jetzt wenn wir uns jetzt befinden im im high fantasy franchise warcraft und du fragst jetzt wo kommen die orks her oder wo kommen die wo kommen diese monster her wo kommen die goblins her wo kommen die die nager her diese fisch fisch monster wesen und so also in warcraft da wird dann genau erklärt von welchem gott irgendwelche monster geschaffen wurden und dann hat der eine schattenlord irgendwas hat dann die orks erschaffen und dann und so aber das haben wir in gothic nicht also in gothic gibt es nicht irgendeine gottheit oder so der die jetzt die mine crawler erschaffen hätte sondern in gothic sind die mine crawler eine metaphorische darstellung weil halt bei gothic ist ja low fantasy also in low fantasy werden halt werden halt wenn halt gewisse menschen oder gewisse gruppen von menschen werden metaphorisch dargestellt und auch orte werden metaphorisch dargestellt das erkläre ich dann in der nächsten folge wo wir dann in sumpf gehen was der sumpf also also die romagne mit bologna ravenna und so weiter das wird nicht metaphorisch dargestellt also also schon metaphorisch dargestellt wird metaphorisch dargestellt nämlich als retro grafik und so weiter aber regionen in italien andere regionen italien werden komplett metaphorisch dargestellt also als sumpf als schneegebiet als wüste und also regionen werden mehr metaphorisch dargestellt als andere regionen genau also das ist wo die mine crawler herkommen genau aber in gothic 1 da ist es so dass die mine crawler kommen ja von der nicht parasitären angeklebten ameisenkönigin und das haben wir auch genau das haben wir bei also guckte am besten die ameisen drucker an also bei den ameisen da gibt es parasitäre arten und nicht parasitäre arten bei den nicht parasitären arten da ist die königin komplett passiv und die wird dann festgeklebt und die ist dann wirklich nur eine gebärmaschine und die arbeiterinnen mästen die also die mästen die ameisenkönigin die wird dann festgeklebt und dann messen die die und dann produziert die halt die ganze zeit eier genau also funktionieren viele nicht parasitäre arten und bei den parasitären arten ist es so dass die dass die königin eine viel aktivere rolle hat im im bau genau also das super interessant also gerade in korea da haben sie jetzt da gibt es haben sie so eine richtig krasse doku im jahr 2019 wurde die veröffentlicht im königreich der ameisen die ist halt richtig richtig sehenswert also die muss auf jeden fall gesehen haben also wirklich auch als allgemeinwissen und ja gothic 1 und das ist ja auch wahnsinnig faszinierend hat obwohl eigentlich noch gar nicht so wirklich allgemeinwissen war gegeben hat zu den ameisen hat da schon so ameisen benutzt eben im storytelling und ja aber wie gesagt in gothic 1 also gothic 1 ist ja auch zu 50 prozent mindestens eurochank und da muss natürlich ein reboot das auch noch mal eher so wie so eher so erzählen wie das in der ameisen doku ist aus südkorea und nicht so also auf jeden fall ganz wichtig ist die ameisen königin also also was wirklich gut was wirklich gut war an gothic 1 war wie die ameisen königin dargestellt wurde als festgeklebte gebärmaschine und der schläfer der schläfer in gothic 1 ist ja auch ein minecrawler und den würde ich dann interpretieren als die die parasitäre ameisenart also der schläfer schläfer ist dann eine parasitäre also der schläfer ist die metaphorische darstellung einer parasitären ameisenart und ja das ist das ist richtig richtig genial kennst du die argentinische ameise also es gibt auf jeden fall so eine ameisen art die heißt irgendwie invicta die ist auf jeden fall sehr sehr gefährlich für die einheimischen europäischen ameisen darum geht es aber jetzt nicht so es gibt es gibt genau es gibt es gibt noch eine doku für die invicta also wie die die ganzen einheimischen ameisenarten in spanien und in italien und so weiter also einen ganzen an der ganzen mittelmeerküste bedroht genau da gibt es da gibt es eine eigene eigene doku aber bei der bei der südkoreanischen der südkoreanischen ameisen doku aus dem jahr 2019 also die ich halt so absolut lobe und auch vor allem die so relevant ist für gothic 1 also um halt die um die story dann auch besser zu verstehen was was das überhaupt soll also was was sollen überhaupt die minecrawler in gothic 1 und warum die so wichtig sind ja also diese südkoreanische doku die ist die ist wirklich relevant die ist wirklich wichtig weil die erklärt nämlich genau diesen unterschied zwischen parasitären ameisen und nicht parasitären ameisen und dann gibt es noch mittelparasitäre ameisen königin also diese festgeklebte gebärmaschine und dann sehen wir die parasitäre ameisen königin das ist der schläfer am ende und ja das ist auf jeden fall eine ganz ganz wichtige eine ganz ganz metaphorische darstellung von von dem vordeutschen deutschland also im vordeutschen deutschland gab es halt die dieses nicht parasitäre volk also die germanen und dann gab es die parasitären völker oder so ein parasitäres volk was die germanen halt parasitiert hat und das entdecken wir dann halt in gothic 1 genau und die bevölkerung im vordeutschen deutschland wird halt eben als diese ameisen minecrawler dargestellt genau also als low fantasy so an der stelle kann ich auch noch mal eingehen auf einen absoluten euro schenk der auch komplett gelöscht werden muss also wo ich ganz stark der meinung bin und das ist zwar und das ist nämlich das thema zweihand waffen und zwar es gibt ja dieses diesen fantasy also fantasy franchise der nennt sich final fantasy das ist so ein japanischer franchise von square enix und in final fantasy laufen wir rum mit so einem mit so einem typen und der hat so ein gigantisch riesiges also vollkommen riesiges unrealistisches schwert auf seinem rücken ja also der trägt auf seinem rücken so ein riesig großes schwert so ein zweihänderschwert mit sich rum und genau das muss man eben löschen aus gothic gothic 2 oder aus dem remaster dann diese diese zweihand waffen und zwar ich habe nämlich gesehen bei einem let's play von legend of azun dass einer zweihand gespielt hat und auch so eine also quasi 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 so eine fantasy euro schenk so ein fantasy euro schenk schwert die ganze zeit auf seinem rücken getragen hat also dass das ging ihm irgendwie also das schwert war im endeffekt genauso groß wie in final fantasy also so richtig vom kopf bis zu den füßen runter so eine riesige riesige die zweihand waffe und da sage ich ganz klar wenn ich so einen schenk erleben möchte ja so einen fantasy schenk also dass ich als protagonist mit so einem riesigen vollkommen unrealistischen zweihandschwert durch die gegend renne dann spiele ich zum beispiel final fantasy oder ich spiele lx 2 oder irgendeinen euro schenk aber definitiv in legend of azun muss also legend of azun das remaster muss klar ausgerichtet sein so wie the last of us part 2 und zwar dodge einhand und eventuell zweihand ja eventuell zweihand so wie jetzt zum beispiel die waffe ja dass man so eine ok waffe auf dem rücken hat aber nicht so eine so eine komplett unrealistische viel zu große zweihand waffe die man die ganze zeit auf dem rücken trägt wenn wenn man wenn man das haben will wenn man mit so einem komplett unrealistischen zweihänder durch die gegend rennen möchte dann final fantasy spielen und ich habe ja auch geschrieben zu meiner zu meinem feedback zu gothic 1 reboot dass ich auch der meinung bin dass zum beispiel auch dieses sonderbare schwert oder auch uriziel auch komplett gelöscht werden muss also uriziel ist euro schenk und ich habe auch gesehen dass zum beispiel gerade heute oder gerade jetzt aktuell gibt es auch im youtube kanal ein gothic youtube kanal der genau diese diese euro schenk fan fiction um uriziel aufgreift also es gibt im moment aktuell gibt es einen youtube kanal der genau auf dieses thema eingeht unrealistischer zweihänder und und wo kommt eigentlich uriziel her was ist überhaupt die die entstehungsgeschichte von uriziel und aber ich bin definitiv der meinung gerade hier das remaster aber auch reboot diese absolut fantasy high fantasy riesen zweihänder komplett weg ja gothic ist low fantasy und im low fantasy gibt es nicht irgendwelche so komischen waffen also deswegen spiele ich ja auch deswegen spiele ich ja auch genauso wie ich einfach auch wie einfach das action adventure dann auch einfach gepolisch wie man das halt dann spielt nämlich einhänder dodge und eventuell dann vielleicht noch so real so ein also realistisch angenehme zweihänder oder man und man rascht man rascht dann mit bogen oder man spielt magier aber der zweihänder ist high fantasy euro schenk und den den zweihänder diese 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 fantasy um so einen riesigen zweihänder das hat das macht einfach zum beispiel final fantasy viel besser ja als jetzt hier und das passt überhaupt nicht es passt über es stört mich richtig es stört mich richtig ja an der stelle ist halt so ein richtig ekliger sound bug hier dieses brummen also ja Das war's für heute. Und ich würde sagen, das ist auch alles, was wir erkunden hier in der Mine, denn dieser Sound von diesem Wind, der überhaupt gar keinen Sinn ergibt, warum sollte in der Höhle ein sehr, sehr starker Wind wehen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Dieser Wind macht es für mich unerträglich, mich hier aufzuhalten. Und in Kapitel 3 oder Kapitel 4 werden wir hier nochmal hinkommen. Und auch deswegen bin ich der Meinung, dass es halt komplett überflüssig und komplett unnötig ist, hier sich zu erkunden, da wir das ja später eh da nochmal ausführlich machen. Und ja, alle Quests, die wir hier machen können, sind einfach überflüssig. Und der Wind hier, dieser Sound von diesem Wind, macht das für mich einfach unerträglich, mich hier aufzuhalten. Also das ist für mich einfach ganz, ganz weit weg von Spielspaß. Und dementsprechend, ja, gehen wir wieder schnell raus hier aus der Mine. Weg hier. Also das hier mit dem Blitz und mit diesen Effekten, das hat mich auch beim ersten Mal durchspielen auch etwas irritiert oder mich verwirrt. Also das ist so im Ödland, also hier in dieser Gegend, da gibt es so einen Effekt. Und zwar, dass man hier vom Blitz getroffen wird und dass man so solche Effekte hat. Und genau solche Effekte gibt es dann auch noch im Eisgebiet und in der Wüste. Boah, jetzt kann ich vor Verzweiflung brüllen. Jetzt habe ich hier den Feuerwaran besiegt. Und zack, das Spiel ist abgestürzt. Boah. Boah, das ist echt bitter. Aber ich denke, das schaffe ich nochmal. Ich habe jetzt Kapitel 1 komplett, komplett abgeschlossen. Ich habe jetzt alle Story-Missionen gemacht in Kapitel 1. Ich habe jeden NPC angequatscht in Kapitel 1. Und ich habe alle Orte erkundet in Kapitel 1, wo ich halt hin kann. Und ja, also ich habe jetzt komplett, komplett die Karte erkundet. Und im Ödland waren wir jetzt auch schon und haben auch weitestgehend auch schon erkundet. Ja, aber das sind natürlich Drachen-Snapper und Warane und Skelette und so. Und Wax. Das kann ich ja alles noch nicht besiegen. Und ja, jetzt bin ich überall gewesen und habe alles erkundet. Jetzt in Kapitel 1 alle Missionen gemacht. Jetzt könnte ich mir sogar zutrauen, vielleicht sogar ein Skelett zu besiegen mit 70 Stärke und mit einer Waffe, die 90 Schaden macht. Okay, eine Spielzeit habe ich jetzt von 29 Stunden. Ja, jetzt im Folgenden geht es im Walkthrough dann eigentlich wirklich nur noch hauptsächlich um die Hauptgeschichte. Und ja, es gibt auf jeden Fall auch noch Nebengeschichten und Sachen zum Erkunden. Aber ich denke, die meiste Spielzeit jetzt im Folgenden wird auf jeden Fall dann die Hauptgeschichte sein und erkunden. Also überall, wo ich jetzt mit meinem schwachen Protagonisten hin kann, also wo jetzt halt noch nicht so starke Gegner sind, habe ich jetzt alles erkundet. Und ja, jetzt geht es weiter mit Kapitel 2. Okay, also die Story von Kapitel 2. Also, jetzt in Kapitel 1. Also die Story von Legend of the Sun ist Gothic. Also wir haben hier ein wahres und echtes Aztekenspiel. Und genauso wie der Florentin-Kodex aufgebaut ist, ist es so, dass man auch, also wenn man jetzt eigentlich, also wenn man jetzt nicht so wirklich Ahnung hat von Gothic oder von Azteken-Religion, dann war es jetzt so, genauso wie im Florentin-Kodex bei Buch 1 oder jetzt eben auch bei Kapitel 1 bei Legend of the Sun, dass man auf jeden Fall sehr, sehr viel meint, verstanden zu haben. Und ja, alles, was es zu Kapitel 1 zu kritisieren gibt, habe ich ja kritisiert. Also im Remaster muss auf jeden Fall noch einiges verbessert werden, dass man auf jeden Fall, also das Kloster, das freie Lager und den Hafen auch noch viel besser erzählt bekommt. Und ja, in Kapitel 1 haben wir jetzt die Region Romagne, also eine metaphorische Darstellung der Elder-Gott-Region Romagne erkundet. So, und jetzt am Ende von Kapitel 1 schließen wir uns jetzt an eine Fraktion. Also wir können uns jetzt anschließen der Stadtwache, dem Kloster oder eben dem freien Lager. Und dadurch erhoffen wir uns halt, dass wir jetzt endlich mal zum Fürsten gelangen. Und ich gehe jetzt, am Anfang gehe ich jetzt noch erkunden das obere Viertel und dann werden wir eben feststellen, dass wir eben nicht durchgelassen werden zum Fürsten. Und ja, also unsere Chance, dass wir jetzt endlich mal zum Fürsten gelangen, ist nämlich eine Expedition oder dass wir an einer Expedition teilnehmen. Und zwar alle wichtigen Personen der Romagne haben beschlossen, dass sie eine Expedition machen oder sich an einer Expedition beteiligen. Und zwar nach Florenz oder eben in die Toskana. So, also hier haben wir, also das ist die Toskana. Also so sieht die aus. Und hier ist die Toskana. Also hier haben wir die Romagne und gleich daneben ist die Toskana. Und wir haben halt hier das Gebirge. Also ich gehe nochmal in die Darstellung. Also wir haben jetzt hier das Gebirge. Und auf der anderen Seite von diesem Gebirge ist dann die Toskana mit Florenz. Eben hier ist Florenz. Und ja, da begeben sich die wichtigsten Personen hier eben aus dieser Region hin. So, jetzt haben wir festgestellt, dass ja eigentlich nicht wirklich spannende Konkurrenz in der Romagne es gibt. Aber auch, wir werden auch feststellen, dass eigentlich auch nicht wirklich eine spannende Konkurrenz gibt in der Toskana oder in Florenz. Also in der Renaissance war ja Florenz überhaupt die wichtigste Region für Kunst und Kultur. Und da kommt es aber jetzt zu einem entscheidenden Ereignis. Und zwar hier zu diesem Werk von Giorgio Vasari. Giorgio Vasari ist ein Florentiner und der schreibt hier ein Werk, nämlich das hier, Levite. Und mit diesem Werk, Levite, gründet er die Kunstgeschichte. Gründung der Kunstgeschichte. Und in diesem Buch wird natürlich auch erwähnt ein, hier, Bild der italienischen Renaissance und die Vorstellung. Und in diesem Werk wird natürlich auch erwähnt, nämlich eine Kunstgeschichte. Und das ist nämlich, oder eben dann das große Thema, nämlich Gothic. Oder die Gotik. Die Gotik wird dann hier erwähnt. So, und wir wollen uns das jetzt anschauen. Also wir machen jetzt mit den anderen wichtigen Personen aus der Toskana, aus der, aus der, aus der, aus der Romagne, begeben wir uns jetzt in die Expedition in die Toskana und wollen jetzt halt herausfinden, was halt, also ob jetzt das jetzt hier, Levite, ob das jetzt eben Ketzerei ist oder ob das jetzt irgendeine Konkurrenz ist eben für den Katholizismus. Ja. Im Endeffekt ist alles auch recht langweilig. Es gibt noch eines Wichtige, nämlich hier bei der Kunstgeschichte und das ist nämlich Gothic. So, die gesamte Toskana wird dargestellt als Sumpf, als Sumpfgebiet, weil nämlich hier Tenochtitlan, das ist ja mein Desktop-Bild, Tenochtitlan ist ja errichtet worden im Sumpf, also in einer sumpfigen Insel im Teschkoko-See. Und in der Toskana, in Florenz ist aufbewahrt der Florentiner-Kodex. Also Florentiner heißt Florenz, also Florenza, Florenz, in Florenz befindlicher Kodex und das ist halt der wichtigste Aztekenko-Kodex. Und, ähm... So, und, ähm, genau. Das ist halt der Bezug, warum das jetzt als Sumpf dargestellt wird. Also das heißt, das heißt konkret, in Florenz, in der Renaissance, gibt, also gibt es viele künstlerische Dinge. Also es gibt viele künstlerische Werke, viele künstlerische Diskussionen, die Erfindung der Kunstgeschichte, aber das einzig wirklich Wichtige ist Gothic, also Gotik. Und eben, dass hier der Florentin-Kodex aufbewahrt wird. Und genau das ist ja auch, was ich jetzt, äh, mir denke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also heute, wenn ich jetzt heute in unserer Zeit, heute, mir überlege, Florenz, was ist denn an Florenz überhaupt sehenswert, ja? Also warum muss man denn überhaupt mal in der Florenz, ähm, in der Toskana oder in der Stadt Florenz gewesen sein? Ja, warum soll man jetzt mal in der, äh, in Florenz gewesen sein? Oder warum soll man jetzt mal in der Toskana gewesen sein? Und alles ist völlig uninteressant. Nur eines ist interessant, nämlich, dass dort der Florentiner-Kodex aufbewahrt wird. Und, ähm, da ist zum Beispiel auch ganz interessant, und zwar, ähm, dass jetzt, ähm, der Florentiner-Kodex jetzt anscheinend verlegt, verlegt wurde, und zwar nach Washington in die Library of Congress. Finde ich erstmal natürlich erstaunlich, aber auf jeden Fall ist die, ähm, die Webseite, wo man halt, ähm, das angucken kann. Also, vorher war halt, äh, hier der, vorher war hier die, die, die World, World Atlas of Language Structures, äh, ne, hier, World Digital Library, World Digital Library, und, ähm, dann wurde man verlinkt auf die Webseite der Bibliothek in Florenz, Italien, und, äh, und, äh, dann konnte man sich da eben den Florentiner-Kodex anschauen, digital, und jetzt haben sie das verlegt, ähm, nach Washington, also in die USA. Jetzt, wenn man den, ähm, den Florentiner-Kodex angucken möchte, digital, dann geht das eben, jetzt, ähm, äh, dass man jetzt in, ähm, die Webseite hat, ähm, in den USA, also der US-Regierung, also hier der, die, die US-Regierung verwaltet jetzt den, die, den Florentiner-Kodex, äh, digital. Und, äh, also ich finde es auch, äh, gut, also, ähm, also jetzt objektiv, weil jetzt kann man endlich downloaden. Ja, vorher war das nur so, man hatte hier den Codex und dann konnte man hier so durch die, durch die Bilder hier, und, ähm, dann konnte man, äh, das Foto nur in ganz, ganz schlechter Qualität speichern. Also hier kann man ja rechtsklicken und ein Bild speichern und die Qualität war dann halt sehr schlecht. Und hier kann man jetzt downloaden und zwar, man kann den gesamten Codex downloaden als PDF und, äh, da sind die Bilder dann halt so mäßig gut und man kann jedes einzelne Bild in absolut großartiger Qualität, ähm, downloaden. Also die Qualität ist echt gut. Also ich habe hier ein, ein Bild habe ich hier gedownloadet. Hier habe ich ein Bild gedownloadet und wenn ich jetzt ranzoome, ja, dann ist halt nichts, ist halt nicht verwaschen, sondern es ist halt richtig scharf, wenn ich jetzt so ranzoome. Und, ähm, vorher war das so, wenn ich jetzt ein Bild gespeichert habe, bei der Bibliothek in Florenz, dann war hier allein schon jetzt bei diesem Zoom, war alles verwaschen. Also man konnte so vielleicht noch was erkennen, aber wenn ich jetzt näher gesumt habe, dann konnte ich gar nichts mehr lesen, weil die Bildqualität einfach so schlecht gewesen ist. Und hier kann man jetzt in richtig, richtig toller Bildqualität die ganzen, den ganzen Codex jetzt speichern, die einzelnen, die einzelnen Bilder und dann natürlich eventuell dann halt ausdrucken. Und, äh, ein Faximile kostet, also das einzige Faximile, die Webseite, die wird gemacht in Regensburg und die kostet aber über 1000 Euro. Also wenn man den, wenn man sich jetzt ein Faximile kaufen möchte vom Florentiner Codex, dann kostet der halt schon sehr viel Geld. Und, ähm, ja, einfach jetzt nur so zum selber ausdrucken und so kann man sich dann hier die PDF, ähm, einfach schnell downloaden, ausdrucken. Und, ähm, ja, einfach, also für den, für den Schwarz-Weiß-Druck, für den schlechten, sagen wir mal, den zweckmäßigen Schwarz-Weiß-Druck kann man dann hier einfach alle Bilder sich in der PDF-Datei downloaden oder halt die einzelnen Bilder in besserer Qualität. Das ist jetzt natürlich schon eine Verbesserung zu vorher, wo das jetzt nicht ging. Okay, also wir begeben uns jetzt hierhin, ähm, äh, genau. So, und dann passiert nämlich folgendes, also wir, wir erkunden dann den Sumpf, also im Sumpf ist jetzt eigentlich nichts, nichts viel Interessantes los, außer halt, gefährliche Monster. Es geht ganz, ganz stark um diese Gemeinschaft in der Expedition. Also in der Expedition haben wir verschiedene Charaktere und, ähm, es geht einfach darum, dass diese Charaktere sich einfach versichern, dass sie Freunde sind, dass sie einfach jetzt hier als Freunde, als Kumpels, als Gemeinschaft jetzt hier in dieser Expedition sind. Alle Charaktere in der Expedition, das finde ich auch absolut großartig gelungen, absolut großartig gelungen. Ähm, und zwar alle Charaktere erzählen sich alle Details. Also es gibt hier keine Heimlichkeiten, es gibt hier keine, ja, Verheimlichung von irgendwelchen Informationen oder dass der eine irgendwie den anderen äh, unten hält und indem er irgendwelche Informationen verheimlicht, sondern alle Informationen, die dieser Expedition irgendwie erlangt werden, werden auch mitgeteilt und also die erkunden natürlich auch an verschiedenen Orten den Sumpf und oder setzen verschiedene Schwerpunkte in ihrer Untersuchung und dann treffen sie sich auch immer wieder zu einer Besprechung und jeder erzählt, was er eben entdeckt hat oder was er eben für Gedanken hat also es wird hier ganz offen und ernst über alle Gedanken und alle Themen diskutiert, was man hier so erlebt. So, jetzt ist es aber so, dass Gothic oder Gothic natürlich eine Kunst oder auch eine Kultur ist, die natürlich und das ist ja eben auch die die Kerndefinition von Gotik, dass sie, dass es nämlich eine Heidentum Kultur ist oder eine Heidentumkunst, eine Heidentum Religion. Es ist, also Gothic ist die Kunst einer Heidentum Religion und was bedeutet das? Das bedeutet, dass dass diese Kunst den die Konsumenten spaltet und zwar spaltet diese Kunst die Leute in eben diese Menschen, die eben diese Kultur, diese Kunst verstehen und es spaltet in die Leute, die diese Kunst nicht verstehen. Das haben wir auch heute. die also die Gothic, die Gothic Community ist klar gespalten in Eurochank und in nicht Eurochank Community und also in Leute, die halt Gothic als Eurochank und das halt auch so in Ordnung finden und in die Leute, die sagen das ist das ist das ist Gotik. So und genau also wir haben also Gothic ist eine eine Heidentum Kunst und diese Heidentum Kunst wird natürlich diese Gemeinschaft dieser Expedition komplett sprengen und ich finde es in Legend of A Zone ich finde es so gelungen in Kapitel 2 ich finde es so wahnsinnig toll gemacht und so wahnsinnig gut gelungen wie wie das erzählt wurde wie wirklich in Kapitel 2 einfach diese Freundschaft und diese healthy Atmosphäre erzählt wurde zwischen diesen ganzen Charakteren dass die sich einfach alles erzählen dass die alles sich mitteilen und und dann werden die konfrontiert mit mit Gothic und dann ist diese Gemeinschaft komplett vernichtet komplett gesprengt und komplett zerrissen und genau und unser Protagonist hat jetzt in Kapitel 1 so einige Dinge gesehen und erlebt die den Katholizismus in Frage stellen ja aber mit sowas wie Gothic hat er jetzt nicht gerechnet gehabt und das führt dann am Ende also es führt dazu also der Held also der Protagonist der Protagonist liest dann Gothic und er fällt dann in Ohnmacht ja also er fällt also er knockt das komplett weg ja er wird komplett äh komplett ähm also das ähm also das ist ein richtiger Schlag ähm dass ihm das setzt also er ist ähm also er wird erst mal er fällt erst mal in Ohnmacht ja und stirbt sogar fast und und er leitet dadurch dass er jetzt einfach unvorbereitet einfach sich mit Gothic konfrontiert hat ähm er leitet er auch ähm seelische oder psychische Schäden also auch irreversible psychische seelische Erkrankungen ähm die ihn auch foltern im Laufe der gesamten weiteren Geschichte äh Story also wir werden also der 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 Protagonist wird dadurch auch immer wieder erleben Albträume und ähm also dass er nicht schlafen kann ja dass er sich durch Schlafen nicht erholt und ähm also er wird auf jeden Fall ähm also der Protagonist wird auch also die seelische Gesundheit des Protagonisten wird halt richtig krass ähm erschüttert und äh ja das verstehen wir natürlich das verstehen wir natürlich also wir spielen ja als Protagonisten spielen wir einen römischen Mann im Auftrag ähm also einen einen im Auftrag des Katholizismus also im Auftrag ähm vom Militär des Kirchenstaates und äh in Gothic worum geht es äh in Gothic also in Gothic ähm ein wichtiges Thema in Gothic ist okay also warte ich also ich lese gerade ich lese gerade ähm das Buch ähm Werner Heißenberg ein Teil und das Ganze und äh Werner Heißenberg fängt auch an in seinem Buch in Kapitel 1 mit einem Thema und zwar das Grundbedürfnis des Menschen ist es oder das philosophische das philosophische Grundbedürfnis des Menschen ist es eine Ordnung in der Welt erkennen zu können so und ähm das Türkische ist eben bei Gothic dass man nur eine Ordnung fühlen kann in Gothic also in Gothic dass man nur also in der deutschesten Kunst Gothic kann man nur eine Ordnung fühlen und vor allem auch die Vorteile dieser Kultur und dieser Religion der Azteken Religion und der Aztekischen Lebensweise fühle also man kann nur die Vorteile erleben im Alltag wenn man nämlich eines ist nämlich die Rasse die Rasse eben der Gotik also die gotische Rasse also aber hier in dieser Hauptgeschichte geht es jetzt erstmal es geht jetzt nicht also ganz menschheitlich menschheit allgemein jetzt um japan china und was auch immer sondern hier geht es jetzt erstmal nur bei der bei der Gotik geht es erstmal nur um die deutsche Rasse also nur also nicht ausschließlich nur also wir klammern jetzt mal japaner koreaner weg sagen wir mal in europa in eurasien west eurasien und sagen wir mal nahe osten afrika west eurasien so hat man nur einen vorteil im alltag und erkennt eine ordnung in der gotik also wenn man die deutsche rasse ist oder wenn man die deutsche rasse hat so und der protagonist ist ja nicht die deutsche rasse also was ist die deutsche rasse die deutsche rasse sind die mischlinge aus balten und und römern also aus balten hunden also hunden balten und römern also das sind deutsche das ist die deutsche rasse oder die preußische rasse ja also das sind die rasse deutschen wer die rasse deutschen sind darauf kann ich dann auch noch eingehen zu zu kapitel vier genau also wenn man also wenn man die deutsche rasse hat dann kann man eben eine ordnung erkennen in der gotik und man kann fühlen dass man durch gotik einen vorteil hat oder vorteile hat im alltag so der protagonist ist aber kein rasse deutscher sondern ist ja ein römer also ein reinrassiger römer und der kann jetzt in gotik kann er also in der deutschesten kunst gotik kann er keine ordnung fühlen und sondern genau das gegenteil also ihm tut das komplett komplett ja zerrütten also er ist komplett erschüttert also er ist komplett erschüttert und zerrüttet als er da mit gotik konfrontiert wird also er hat sich jetzt er hat jetzt einfach ohne vorbereitung hat er jetzt einfach gotik sich damit konfrontiert und es hat komplett aus den Socken gehauen und ganz wichtig ist das hier es ist ein schnitter also schnittern also das Wort das verb schnittern zum beispiel ist auch ein Wort was zum beispiel auch lost in translation ist zum beispiel im englischen ich weiß gar nicht wie man das ins englische übersetzt also schnittern ist zum beispiel auch so ein ganz wichtiges thema in der in der gotik und zwar ist es so dass alle menschen können geschnittert werden und zwar als hobby alle menschen können geschnittert werden als hobby außer die rasse der der gotik also nur nicht geschnittert werden können rasse deutsche ja und dann halt noch so gewisse japaner und koreaner und sowas so ansonsten können alle geschnittert werden so und was ist schnittern also schnittern ist hier erstmal so ein ja so ein phänomen hier aus dem also deutsches deutsches phänomen also schnittern ist also für mich ist schnittern also wenn ich jetzt persönlich erzähle also für mich ist schnittern ist ein alltag hobby also es ist ganz klares alltag hobby und also schnittern ist auch etwas was ich auch der meinung bin was man auch naturwissenschaftlich auch mittlerweile verstehen kann und erklären kann vor allem auch weil jetzt auch die mit der Transaktionsanalyse auch jetzt die die Psychologie gewisse Modelle eben entwickelt hat wo man das einfach ganz klar empirisch nachvollziehen kann also ich zum Beispiel habe auch schon erlebt dass ganz explizit erklärt wurde oder ich habe also ich habe ich habe bevor ich jemanden geschnittert habe ach genau da komme ich noch noch zu einem ganz wichtigen Wort was man vor allem aus der Region hört wo ich halt also wo ich ja keine Verwandten habe also eine Region die mir sozusagen völkisch halt völlig gleichgültig ist und zwar das ist die Region Nordrhein-Westfalen also Nordrhein-Westfalen ist für mich jetzt persönlich nur Beutevieh Beutevieh-Kontinuum und ich habe einmal also und man spricht auch bei den Leuten von Nordrhein-Westfalen spricht man auch von den Geburtenrullettlern also Geburtenrullettlern Geburtenrullettler sind Menschen die eigentlich hätten woanders hineingeboren werden sollen ja und Gott hat einen Unfall gemacht ja Gott hat in seiner Schöpfung einen einen Unfall gemacht und dass Menschen auch geboren werden als Unfall das da können wir auch noch reden über Erbkrankheiten oder wenn dann Leute ganz jung sterben an Krebs und so weiter so also auf jeden Fall hat Gott einen Unfall gemacht indem er Menschen eben in das in das deutsche Volk oder in Deutschland hineingeboren hat hat und ja also viele Deutsche sprechen von sich ja auch wer sind sie nämlich von sie sind Unfälle Unfälle des Geburtenrullett und wenn ich jetzt also was ist Schnittern also Schnittern ist im Wesentlichen Töten also man tut indem man die seelische Gesundheit eines Menschen quasi chirurgisch präzise tötet im Angesicht also das funktioniert auch nur im Angesicht also es funktioniert nicht das funktioniert nicht digital ja also Schnittern ist nicht Mopping oder Mopping im Internet oder sowas sondern Schnittern ist im Angesicht Schnittern hat auch etwas zu tun mit dem Thema der böse Blick ja also der böse Blick ist ja auch ein ein Menschheit Kultur eben einem Menschen die seelische Gesundheit nehmen sodass die Person dann halt stirbt und ich habe halt keine moralischen Probleme damit Leute aus Nordrhein-Westfalen vor allem zugezogen aus Nordrhein-Westfalen zu schnittern ja also sodass die halt sterben weil so erkläre ich das mir oder auch so erklären die sich das ja auch selbst sie sind ja nur Unfälle des Geburten Roulette und ja deswegen können sie auch einfach getötet und weggeschmissen werden genau und schnittern ist ein also erstmal ist schnittern ein Hobby so das ist schon mal das erste und dann und das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema ähm und aber warte warte schnittern also wer kann alles geschnittert werden also geschnittert werden kann alles was nicht den normalen Selbstfindungaufwand hat ähm bei bei Legend of Azun ist es so wir spielen ja als Protagonisten einen einen Römer und die ähm und die Deutschen sind ja wie gesagt die Mischlinge auch aus den aus den Römern und äh dann gibt es ein entscheidendes Thema und zwar ähm warum verlassen die äh die evangelischen Römer warum verlassen die Italien so und das ist jetzt nicht das schnittern sondern das ist ein ein anderes Phänomen das ich auch schon das ich auch persönlich schon mehrfach äh erlebt habe und zwar ähm das ist das Naturphänomen und zwar das bezieht sich jetzt nur ganz speziell auf die auf die Reströmer Ethnie also freinrassige Reströmer Ethnie und das ist das ähm das ist der Kaninchen Schrei ja also und der Kaninchen Schrei also dass man einen einen Reströmer Mann zum Kaninchen Schrei äh triggert das führt eben dazu dass man dann auch beschließt ähm Italien aus Italien auszuwandern also ähm Italien ist ja ähm das Land sozusagen der der Römer und ähm als Deutscher muss man sich einfach ein anderes äh ein anderes Land suchen ja nämlich äh Deutschland und äh das hat eben äh zu tun mit dem mit dem Kaninchen Schrei und zwar wenn man nämlich in der ähm Familie also in der Familie hat man gewiss einen also als Deutscher als Rasse Deutscher hat man gewiss in der Familie einen Cousin oder irgendeinen entfernten Verwandten oder einen Klassenkameraden oder wer auch immer und das ist dann eben ein reinrassiger Römer eine so reinrassige römische Ethnie und diesen reinrassigen Römer wird man dann eben irgendwann triggern und vor allem und das ist ja das Entscheidende unabsichtlich zum Kaninchen Schrei ähm irgendwann also ich zum Beispiel ich habe ähm schon drei ähm ich habe schon drei ähm Männer zum Kaninchen Schrei getriggert ohne ohne dass ich das jetzt eigentlich explizit wollte also das hat sich das hat sich einfach ergeben ja das hat sich einfach ergeben dass ich den dass ich dem irgendwie ja dass er dann in diese Ekstase des äh Kaninchen Schrei ähm verfallen ist und ähm ja das führt halt dazu dass man halt dann mit der entfernten römischen Verwandtschaft dann einfach ähm nicht wirklich ähm in Gemeinschaft leben kann also man kann äh in nächsten Liebe und auch in in einer also man kann kein Gemeindeleben führen als Deutscher mit eben reinrassigen Römern vor allem wegen dem Kaninchen Schrei und äh ja was der Kaninchen Schrei ist also das möchte ich kurz zeigen und zwar ähm auf äh YouTube wenn man hier ähm Rabbit Cry eingibt ähm bei YouTube ähm dann findet man nämlich sehr sehr viele Ergebnisse zum äh zum Kaninchen Schrei also es gibt anscheinend Leute ähm auch und genau das muss ich auch sagen ähm also mir als mir als Rasse Deutscher mir als Rasse Deutscher ja ist der Kaninchen Schrei ist wirklich ein Hobby also wenn man das wirklich einmal erlebt hat ähm dass man einen Mann zum Kaninchen Schrei triggert das das macht so süchtig also das ist im Endeffekt ähm genauso wie wenn du jetzt hier die YouTube Videos anguckst von Kaninchen Schrei also man findet dann so viele ähm Videos weil die Leute äh die das die das die das irgendwie schaffen also das ist so ähm es gibt so ähm das ist so eine gewisse psychologische Technik ja ähm einen Mann zum Kaninchen Schrei zu triggern und genauso auch ein Kaninchen zum Kaninchen Schrei zu triggern ein Kaninchen wird nicht schreien ja wenn man es ähm einfach nur schlecht behandelt oder wenn man es ähm wenn du zum Beispiel zu einem Kaninchen gehst und du packst es und ähm und du schüttelst es oder quälst es irgendwie dann wird das Kaninchen nicht schreien ja sondern das Kaninchen also dass ein Kaninchen schreit ist ähm also ähm ist einfach ein ähm das das ist eine Technik das ist eine Technik und es gibt hier einen YouTube Kanal den habe ich hier abonniert und zwar hier Hainan Farm und der hat diese Technik perfektioniert und der der hat quasi als YouTube äh als sein YouTube Kanal hat er ähm als Thema also als Content als Content macht er nur Kaninchen zum Schreien triggern ne also wenn Kaninchen schreit das ist genauso wie ähm wenn ähm Römermann ähm schreit ähm Kaninchen schreit ähm dann überlebt er das ja also das ist äh ein ähm also das das ist eine psychologische Technik ja und ähm ja also er hier hat als sein YouTube Kanal Thema entdeckt äh Kaninchen zum Schreien triggern so schauen wir uns mal ähm schauen wir uns mal ähm hier zwei zwei seiner Videos an ähm damit wir mal ähm also ich möchte es auf jeden Fall mal zeigen es ist nicht zu verstören also man man wird auf jeden Fall also man wird auf jeden Fall ähm erfüllen ja das also man man fühlt jetzt richtig Gothic also das ist jetzt quasi also das ist jetzt man merkt es jetzt schon hier am Namen High Nam Farm okay das ist jetzt das ist jetzt Gothic in Asien okay das ist jetzt Gothic in Asien also in in Europa also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm also ich muss sagen ich könnte einen YouTube-Kanal machen wie ich also Menschen also Männer Männer zum Kaninchen-Schrei triggere also so könnte ich einen YouTube-Kanal machen und das als mein YouTube-Kanal-Thema weil ich das ähm weil ich das kann aber ähm Kaninchen-Schrei triggern ähm ist dann vielleicht doch auch wieder so ein bisschen so eine andere Technik also das habe ich jetzt nicht so so 100 also das habe ich jetzt nicht so perfekt raus aber ähm genau also er hat das hier irgendwie gemeistert er kann das und äh ja da gucken wir uns natürlich gucken wir jetzt rein also wie man jetzt hier gut sieht ja ja also die Tiere werden nicht gequält die Tiere werden nicht misshandelt ja die Tiere werden jetzt nicht gehetzt also man sieht hier wirklich gut es ist eine psychologische Technik ja also er nutzt hier eine psychologische Technik um das Kaninchen zum Schreien zu triggern und äh genauso ist es auch beim beim Reströmermann also man man tut man tut den also man hält dem nicht irgendeine Waffe hin also wenn ich jetzt zum Beispiel einem Reströmermann ein Messer hinhalte oder eine Pistole oder so ja oder dem Schläger androhe dann wird der nicht schreien es ist eine reine es ist eine reine psychologische Technik ja und ähm also man sieht das hier ne also die Kaninchen die sind hier in ihrem Lebensraum die werden die sehen hier nicht irgendwie gequält aus oder irgendwie misshandelt oder so ok schauen wir mal weiter ans k informed das ist das ist kürz ich ich habe ich ein ich ein Ich bin Also wie man jetzt wirklich gut gesehen hat, ne, also das Kaninchen wurde jetzt nicht geschlagen, es wurde nicht geschüttelt, es wurde nicht misshandelt, es wurde jetzt nicht an den Ohren gepackt, ja, also er hat hier eine reine psychologische Technik angewendet und ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier im Video noch weitergeht, schauen wir mal. Musik 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 . 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 Okay, dann schauen wir jetzt nochmal ins nächste, andere Video. Also das, damit man auch sieht, das hat jetzt nichts mit diesem einen Kaninchen zu tun. Also jetzt wieder derselbe YouTube-Kanal. Ich kann jetzt natürlich auch noch andere YouTube-Kanäle zeigen. . 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 okay also jetzt hier kaninchen schreiträgern wie man jetzt gut gesehen hat ist gotik also gotik ist eine heidentum kunst die eben nur durch die rasse also zum beispiel die deutsche rasse überhaupt als ordnung in der welt gefühlt werden kann und nur eben wer die rasse hat ja wer die rasse hat zum beispiel die deutsche rasse kann auch eben die vorteile im alltag durch die gotik eben fühlen und erleben so und ja was gibt es denn für vorteile also erstmal haben wir natürlich die deutsche leitkultur die deutsche leit also leit es gibt ja das leit mit d die leit verursachen der kultur für für das vieh ja und dann gibt es die leitkultur die deutsche leitkultur das ist natürlich die die kennt man ja also grims märchen goethe ist ja alles gotik so dann haben wir auch als als kennen wir heute eben als gotik und als übersetzung der azteken wie ziel auch potzli perspektive also kennen wir heute als teil des azteken gottesstaates übersetzt auf europäisch kennen wir zum beispiel das wichtigste das wichtigste fest überhaupt das wichtigste fest der azteken religion und zwar weihnachten weihnachten katholisch in bayern ist ja die geburt des viziloch potzli dazu sie den florentin kodex also die geburt des viziloch potzli dann kennen wir aus dem aztegen gottesstaat heute natürlich das hier das hier also hier die protestantische ethik und der geist des kapitalismus also zum beispiel meine meine oma oder überhaupt meine meine ganze familie zum beispiel die wird auch sehr sehr alt also sie haben eine sehr sehr hohe lebenserwartung mit auch 100 jahren ohne pflegebedürftigkeit eben durch dieses durch dieses wirtschaftssystem also von hier also durch durch das wirtschaftssystem eben des azteken gottesstaates in europäische ästhetik übersetzt da gibt es natürlich gerade auch zum beispiel ob man eben ob man eben hier überhaupt eine ordnung erkennen kann und ob man hier überhaupt vorteile eben erlebt das hat ist auch eigentlich eigentlich auch eine rasse eine rasse thematik ja es sind eigentlich auch immer dieselben rassen die hier leiden ja die hier leiden und wenn man sich eben als rasse deutscher also wenn man als rasse deutscher eben den eigenen selbstfindung aufwand nicht ignoriert sondern sich eben auch mit eben dem eigenen selbstfindung aufwand beschäftigt dann ist es so dass man eben auch als rasse deutscher eben 100 prozent hier davon profitiert und eben ja also wirtschaftlich also 100 prozent gar keine sorgen und gar keine probleme mehr hat so und dann kennen wir noch aus dem azteken gottesstaat kennen wir natürlich essen also gewisses essen zum beispiel das hier döner dürüm ja oder überhaupt döner und das vergleich mal hier döner dürüm mit hier meist fladen mit fleisch also hier wie heißt es hier das sind so mexikanische namen zum beispiel das hier hier zum beispiel das jedoch genauso aus wie döner dürüm das heißt irgendwie hier das heißt tortilla das weiß ich so genau so aus wie döner dürüm also heute essen wir auch sozusagen eigentlich wie im azteken gottesstaat hier hier heimische küche in venezuela das sieht doch genauso aus wie ein döner ja oder überhaupt tomaten im gewächshaus und sowas also ich habe ja auch zum beispiel mein gewächshaus und da baue ich ja dieses jahr baue ich ananas tomaten an also eher so salat also tomaten salat tomaten dieses jahr vielleicht nächstes jahr dann mehr wieder so einkochen und ja das kennen wir so und genau es gibt aber einen entscheidenden einen entscheidenden missstand den es noch gibt hin zum 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 wirklich zum azteken gottesstaat und das ist nämlich die dass die also alles was azteken gottesstaat an an wichtigsten ritualen hat an wirtschaftssystem an gesellschaftlicher ordnung also die azteken leben ja im kalpoli ja also kalpoli heißt großes haus oder kleingruppe also die azteken leben in in einer familie mit dem haushalt also die also die azteken leben im also wie kann man kalpoli übersetzen ich würde sagen kalpoli kann man am besten übersetzen mit dem deutschen wort haushalt also wenn ich habe ja in der schule kann ich mich noch erinnern in der schule da gab es im modelle also zum beispiel wenn wir jetzt hier wirtschaftssystem da gab es eben ein ein modell und da hieß es dass also die das kleinste element im wirtschaftssystem ist der haushalt genau also ein haushalt ist ein kalpoli und ja also die also wenn wir überlegen wer wer sind die menschen und dann sagt man also das menschenbild des azteken gottesstaates sagt ganz klar die menschen leben in haushalten also die menschen leben nicht ähm alleine oder oder in so riesigen viehhorden oder in so riesigen vereinen oder in so riesigen massen oder an riesigen gruppen oder in in firmen oder in ähm 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 in so einfach so also die menschen leben nicht in so riesigen horden und riesigen menschenmassen oder oder leben alleine ja ja sondern die menschen leben in haushalten also in so kleingruppen also so sag ich jetzt mal so eine familie und der ähm und die engsten personen die zu einer familie dazugehören ja das nennt man kalpoli im navattl und im deutschen ähm nennt man das eben haushalt also ähm die menschen leben im haushalt also das haben wir auch ähm eigentlich das ist sozusagen die das grundmenschenbild des azteken gottesstaates vor allem im wirtschaftssystem also wir haben vom azteken gottesstaat haben wir die kultur also die religiöse kultur zum beispiel also vor allem zum beispiel weihnachten wir haben das wirtschaftssystem also das mit den mit den haushalten das haben wir von azteken gottesstaat dann weitgehend auch das essen also jeder jeder deutsche möchte ja irgendwie sein gewächshaus haben und seine tomaten anbauen ja das oder seinen eigenen garten mit gewächshaus und tomaten anbauen das ist ja ähm das ist ja das wo jeder deutsche sagt das erdet mich das das ist sozusagen mein 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 wunsch wie ich leben möchte wie ich wohnen möchte also der deutsche möchte ja nicht wohnen in so einem in so einem riesigen hochhaus oder ähm keine ahnung irgendwie sondern ähm am besten ähm so ein so ein haus wo wo so ein haushalt platz hat und dann halt garten mit gewächshaus wo ich wo ich tomaten anbauen kann so ein bisschen als selbstversorgung genau also das haben wir auch vom azteken gottesstaat ähm so das einzige was halt noch wirklich fehlt ähm vom also wirklich zum komplett azteken gottesstaat und das ist nämlich die äh das navattl also die sprache und zwar die die eine sprache die halt dann eben rasse deutsche im ideal im idealfall sprechen ist eben deutsch äh deutsch ist eine sprache die eben äh eben den menschen dazu ähm äh richtet sozusagen abrichtet eben zur deutschen kultur und dann als zweitsprache ähm braucht es dann eben navattl also navattl ist eine euthanasie menschenopfersprache und da kann man dann sich sozusagen der ganzen ähm dem ganzen Vieh entledigen und es gibt nämlich von den äh von den linguisten also von den leuten die sich eben mit ähm mit azteken und navattl eben in der renaissance beschäftigt haben gibt es nämlich eine äh einen entscheidenden gedanken und zwar wenn wir nämlich ähm mal auf die auf die welt schauen wenn wir nämlich mal auf die welt schauen und zwar ist es nämlich so dass die allermeisten menschen auf der welt leben nämlich in viehhorden ja also zum beispiel china ist ja eine reine viehhorde afrika ist nur voller viehhorden die araber sind eine riesige viehhorde das heißt ähm jetzt gibt es die überlegung dass man nämlich mit ähm also die also südamerika und mittelamerika wird ja spanisch gesprochen das heißt ähm das ist jetzt nicht die die viehhordenregion die uns jetzt gegen all diese viehhorden hier verteidigen kann ähm oder wo wir uns irgendwie gegen diese viehhorden behaupten können ähm sondern es gibt jetzt eine überlegung und zwar ähm und zwar ähm haben nämlich die äh linguisten welche den word atlas of language structures erdacht haben im 18. jahrhundert die haben sich nämlich überlegt dass ähm aus europäern auch eine viehhorde eben gezüchtet werden muss ja eine viehhorde gezüchtet werden muss mit der wir uns dann gegen all diese anderen viehhorden auf der welt ähm behaupten können und ähm so und ähm genau und wenn man jetzt zum also das ja auch trivial also wenn man zum beispiel also wenn du dir die ähm us amerikanische kultur äh anguckst dann wirst du ja feststellen dass es in der us amerikanischen kultur geht es ja niemals um zum beispiel das thema familie oder um das thema haushalt also in der ähm us amerikanischen kultur ist es so dass äh es immer nur geht äh um einzelkämpfer also es geht um einzelne individuen um individualismus oder es geht um diese diese horden ja also in der us amerikanischen kultur geht es ähm nicht um um haushalte es geht nicht um das kalpulli ähm sondern es geht eben um einzelkämpfer und um viehhorden und mit dieser viehhorde können wir uns dann diesen ganzen horden entgegen ähm stellen also so war sozusagen so war sozusagen die überlegung ähm der linguisten ähm die den world atlas of language structure im 18 jahrhundert entworfen haben ähm dazu ähm möchte ich auch noch mal ganz kurz zeigen nämlich das hier ähm welche länder wachsen und welche länder schrumpfen und zwar ähm und zwar ähm ist es so dass alle länder die in familien leben oder in haushalten leben schrumpfen und alle länder die ähm in riesigen horden leben die ähm wachsen exponentiell und der grund warum all diese viehhorden äh wachsen und das ist einfach meine meinung das ist meine meinung oder meine analyse äh das liegt an den usa ja also dieser menschenversuch dieser menschenversuch hat genau das gegenteil bewirkt was er eigentlich bewirken sollte nämlich er hat die ganzen horden der welt noch größer werden lassen also ich äh ich gehe jetzt noch mal ganz kurz ins detail also jetzt hier von dem von dem artikel ja und zwar da habe ich mir aufgeschrieben also die hälfte des wachstums der erdbevölkerung wird bis 2050 auf acht länder zurückzuführen sein das ist äh kongo kongo ägypten äthiopien indien nigeria nigeria pakistan und philippinen während die demografie besonders katastrophal ist in also jetzt in allen ländern wo halt familien leben ja also ähm hier portugal spanien italien italien deutschland und hier der balkan also ähm da können wir fast schon behaupten dass die ähm bevölkerung dann hier fast schon am aussterben sind und äh genau und deswegen brauchen wir dringend navattel dringend navattel damit wir dieses menschenversuch hier diesen menschenversuch ähm komplett beenden ja komplett beenden und äh hier uns mit euthanasie erwehren gegen diese gegen diese ganzen horden weil ähm diese diese idee dass hier diese horde das mag heute vielleicht noch ähm sein aber aber es gibt einen entscheidenden punkt warum ich der meinung bin dass das absolut nicht funktioniert und das ist zum beispiel ich habe auch schon erzählt ich habe auch schon erzählt also mein absoluter lieblingskünstler also überhaupt ist ja lil john also das ist ein ähm schwarzafrikaner und ähm durch den und vor allem durch seine musikvideos ähm ist es so also man sieht halt einfach dass ähm die dass die sprache englisch dass die sprache englisch ähm vor allem die äh bei den weißen bei den europäern äh drogenepidemien drogenepidemien bewirkt und bei ähm den also bei den schwarzen also leuten die halt eben aus diesen ländern kommen wie äh hier nigeria und und so weiter äthiopien dass solche leute ähm dass solche leute durch englisch ähm belebt werden also dass solche leute auch eine überlegenheit erlangen also ich würde sagen ich würde sogar sagen durch die musikvideos ähm durch von lil john dass die sprache englisch eine sprache ist für schwarze dass jeder weiße durch englisch kaputt gemacht wird und dass sie das schwarze durch englisch ähm eine renaissance erfahren ähm genau und da kann man jetzt auch noch mal über die imperative reden zum beispiel wenn jetzt hier die menschen so viel wachsen ähm zum beispiel man hört dann äh da verhungern menschen oder oder zum beispiel solche sätze wie die mehrheit der weltbevölkerung denkt nicht so wie wir also die mehrheit der weltbevölkerung hat eine andere meinung also äh demokratie ist ja die mehrheit was denkt die mehrheit und ähm ja mit dem nawattel also mit dem nawattel können wir erstens mal dieses dieses menschenversuch gescheiterte menschenversuch komplett beenden und äh in deutschland können wir dann ähm auch die demokratie ähm können wir die demokratie beenden und zwar ähm dass wir dann komplett zum azteken gottesstaat übergehen denn ähm der azteken gottesstaat wenn jetzt wenn ihr zum beispiel ähm wenn wir jetzt so imperative hören wie die die mehrheit der weltbevölkerung denkt so und so dann dann heute also in der demokratie ohne nawattel da denken denken vielleicht die mehr die meisten menschen ach die mehrheit denkt so ah und dann dann denken wir falsch oder und äh im azteken gottesstaat würde dann keiner mehr denken ah mir doch egal die mehrheit so ungefähr also im azteken gottesstaat hat man ganz klar dieses weltbild okay hier sind horden im azteken gottesstaat hat man genau das weltbild also dann mit dem nawattel hat man dann im alltag dieses weltbild was halt gothic ist also in gothic 1 ähm geht es ja im reboot geht es ja um die horden ähm und dieses weltbild menschen sind horden und ähm genau und dieses ähm dieses weltbild mit dem werden wir dann in legend of a zoom konfrontiert in kapitel 4 da kriegen wir es dann mit den horden zu tun okay über über die horden rede ich dann noch ähm wenn es dann losgeht in kapitel 4 so aber jetzt in kapitel 2 werden wir überhaupt erstmal konfrontiert mit äh mit gothic und ähm ja wie ich halt schon gesagt habe jetzt sind wir richtig drin jetzt sind wir richtig drin in äh in der diskussion um den azteken gottesstaat so und damit ähm genau damit geht es jetzt los mit kapitel 2 also jetzt kapitel 1 war jetzt nur geplänkelt so ein bisschen aber jetzt geht es richtig los mit der hauptgeschichte jetzt geht es los jetzt in kapitel 2 geht es erst so richtig los oder geht es überhaupt erst jetzt richtig los mit gothic gothic also bisher kapitel 1 war noch nichts gothic ja kapitel 1 war nicht gothic aber jetzt kapitel 2 jetzt geht es los mit gothic also jetzt erkunde ich das obere viertel dann tue ich mich einer fraktion anschließen und diese fraktion ist natürlich die stadtwache von asun aber ich kann auf jeden fall schon mal sagen dass bei der stadtwache wir jetzt keine besonderen quests bekommen also wir sind halt einfach nur stadtwache und können dann halt in der kaserne erkunden ja also hier haben wir was ganz was typisch römisches nämlich oder ganz was typisch eben für das setting thema nämlich eine terme und die terme finde ich auch richtig gelungen wer bist du ich bin mechandro ich verwalte das badehaus für die stadt die lager wird nicht mehr als so lange stehen fürst albrecht wird dafür sorgen gibt es was neues was neues viel passiert hier ja nicht das einzige was mir einfällt ist dass die arena kämpfe wieder zugelassen sind jetzt sollen die spiele endlich wieder beginnen einen termin hat der fürst aber noch nicht bekannt gegeben es heißt ihnen würden die kämpfer fehlen naja mich wundert es nicht ist ja nicht die angenehmste freizeitbeschäftigung hey wer sind die wichtigen leute hier ich fange mal von oben an der wichtigste man in asun ist der fürst albert darunter befindet sich der hauptmann der königlichen garbe uhrig für dich dürften aber wahrscheinlich erst einmal hamilkar der kommandant der rekruten und arhus wichtig sein er ist der zunftmeister denn ohne seine zustimmung bekommst du nie einen ordentlichen beruf sonst noch wer das waren eigentlich alle wichtigen klar hat hier und da noch jemand etwas mehr einfluss aber das wirst du schon merken wo bleiben denn die schiffe mich brauchst du das nicht zu warte mal ja der hat uns auf jeden fall sehr sehr viel erzählt und ich denke da war auch einiges an eurochank high fantasy und over the top dabei aber im großen und ganzen war es okay was uns hier erzählt wurde versuch nie wieder mich zu bestehlen also hier ist das problem dass natürlich inos und belia oder adanos erwähnt wurden und ja das ist auch auf jeden fall unnötig hier und muss definitiv auch im remaster natürlich nochmal gelöscht und abgeändert werden und ja wie uns auch hier battle realms sagt und wie uns auch dann auch legend of azun sagt oder ja eigentlich auch dann legend of azun kapitel 5 in legend of azun kapitel 5 ist es nämlich so dass da bekommen wir auch erzählt dass nämlich um nämlich gossip eben voranzubringen um nämlich ähm den aztegen gottesstaat voranzubringen ähm müssen nämlich die die reströmer müssen zu zu drachen werden ja also die römische frau muss zum drachen werden ansonsten ähm bekommt man eben ansonsten kommt man nicht äh zum aztegen gottesstaat und wenn man eben das blockiert dass ähm die römische frau zum drachen wird ähm dann äh bleibt bleiben die römer nämlich dann die schlangen oder ähm oder die römer bleiben oder sind dann äh vampire also es sind dann die parasitäre ameisenart der nicht parasitären völker also sie sind die vampire aber ähm sie sind nicht äh der drache der dann zum älter gott wird also die nächste stufe also zunächst werden die die römer zum drachen und dann zum älter gott so also battle realms erzählt sozusagen hier die die zwischengeschichte wie aus dem aus dem aus der schlange aus dem schlangen clan der drachen clan wird und dann wird natürlich aus dem drachen clan dann ähm der älter gott oder die älter götter so und da muss ich jetzt nochmal ganz kurz was zu sagen zu dieser quest und diese quest ähm die ist mir nämlich beim ersten durchspielen richtig krass auf die nerven gegangen denn natürlich gehe ich in den sumpf und erkunde dann den gesamten sumpf und kehr jetzt nicht mal zurück zu ihm und deswegen bin ich der meinung man hätte wenn man jetzt hier sagt hey gib mir mal einen grünen dann hätte man hier hier an dieser stelle hätte man gleich einen grünen kristall platzieren müssen dann hätte ich dem gleich den gegeben und dann hätte er gesagt hey bring mir die anderen aber so also beim ersten mal durchspielen war das so ich habe den gesamten sumpf durchsucht alles durchsucht ich war in jeder höhle alles so und erst dann bin ich zu ihm hingegangen habe ihm den einen grünen gegeben und dann hat er gesagt ja du musst mir die anderen noch bringen so und dann bin ich komplett durch den ganzen sumpf nochmal gelaufen in alle höhlen um alle ähm um einfach nur die höhlen nochmal zu besuchen wo ich ja schon war ich ja schon geplündert hatte also diese quest hat mich beim ersten durchspielen so krass angekotzt der hat mich so genervt deswegen bitte im remaster wenn man unbedingt diese quest erzählen will mit diesen kristallen kann man theoretisch eigentlich auch komplett weglassen also aber wenn man es erzählen möchte dann platziert hier sofort einen grünen die man ihm dann geben kann ja oder dann kann man sagen hey ich hab hier hast du einen übersehen ja er könnte dann zum beispiel noch sagen hey du hast hier einen übersehen aber hier hast du einen so also beim ersten mal durchspielen hat mich hier diese quest so krass angekotzt also ja da wollte ich kurz meine Wut über diese quest nochmal ausführen also an der stelle kann man sagen dass man also dass ich auch erwarten im remaster dass man warane und vor allem den sumpfhai austauscht durchhalten durch andere gegner die einfach hier mehr sinn ergeben in dem setting thema also ich würde dann eventuell vielleicht sogar mir überlegen welche monster oder welche Tiere leben zum beispiel in mexiko im sumpf oder welche tiere sind ganz typisch für zum beispiel zum beispiel guatemala ja oder für yucatan und dann wird also da würde ich mich jetzt inspirieren lassen und da dann halt monster hier platzieren anstatt eben waran und sumpfhai weil waran und sumpfhai ist halt wirklich fantasy kauderwelsch und ich denke da kann man sich auf jeden fall auch nochmal bessere monster ausdenken als eben diesen fantasy kauderwelsch sumpfhai und waran und ja also als ich beim als ich das erste mal jetzt hier gespielt habe den sumpf da war ich halt viel zu schwach ja und konnte halt glaube ich noch nicht mal ein waran besiegen oder so und dann habe ich es gibt dann eine eine mission wo man zwei begleiter hat und dann habe ich die zwei begleiter ausgenutzt und habe hier den gesamten sumpf mit den zwei begleitern gelehrt und dann auch noch die die gegend da wo die wags sind da bei dem friedhof und ich würde sagen da ich jetzt aber schon so stark bin also schon eine waffe habe die 90 schaden macht mache ich jetzt alles selber also beim letzten mal also beim ersten mal wo ich gespielt habe wie gesagt da war ich nicht so stark da konnte ich hier noch gar nichts machen im sumpf aber jetzt jetzt machen wir erstmal den sumpf sauber ja weil natürlich ist man motiviert jetzt hier den gesamten sumpf zu erkunden und dann habe ich den gesamten sumpf und alle höhlen schon erkundet gehabt dann musste ich nur weg dieser quest noch mal den gesamten sumpf und alle höhlen noch mal besuchen also diese quest die ja also die hat mich ich würde sagen am allermeisten geärgert vom gesamten spiel und am zweitmeisten am zweitmeisten geärgert hat mich hier diese mission mit dem ring hier mit dem ohr kriegen da durch den altar weil irgendwie hat die irgendwie nicht funktioniert die mission die mission oder die die mission ist verbaut und funktioniert einfach allgemein nicht also diese mit dem regen ich meine jetzt die hier das hier kurum okay also jetzt habe ich den gesamten sumpf erkundet alle monster und alle fecher im sumpf besiegt aber ich gehe jetzt noch weiter und zwar da war ja so ein hochgang also jetzt hier rechts und der führt eben zu dem bereich zu dem friedhof und ja den erkunde ich noch und ja wenn ich dann meine zwei begleiter habe dann werde ich dann da auch noch weiter erkunden wo ich da eben nicht weitergekommen bin also zb bei den barks also ich kann ja noch keine barks besiegen aber und skelette also barks und skelette ist noch schwer und genau da werde ich da meine zwei begleiter noch mitnehmen also wie man jetzt gesehen hat wir haben ja eine sehr sehr offene und ehrliche atmosphäre und ja alle tun sich miteinander besprechen und das ziel ist jetzt dieses buch zu finden ein buch und das ist natürlich im remaster ist es dann natürlich gothic also die übersetzung die des der azteken religion des aztekischen heidentum in europäische ästhetik und ja hier wollen die die wichtigsten leute eben aus asun beziehungsweise aus der romanie wollen jetzt dieses buch bergen und ja haben eine sehr offene und ehrliche atmosphäre miteinander also ich finde das auf jeden fall sehr sehr gelungen wie das hier erzählt wird also an der stelle kann man sich auch mal beschweren und zwar wer hat sich denn das ausgedacht dass wir hier den npcs folgen sollen und die npcs folgen uns und dann sind hier die ganze zeit so krasse gegenstände im weg so und das mache ich natürlich nicht also jedenfalls nicht jetzt denn jetzt habe ich zwei begleiter und mit denen gehe ich jetzt in dieses verlassene dorf wo wir vorhin gewesen sind also wo ich vorhin gegen die skelette nicht weiter gekommen bin und ja da werden wir jetzt weiterkommen zwar und zwar mit den beiden begleitern und dann vielleicht auch schon die ganzen barks besiegen und so weiter ok jetzt kann ich erkunden und zwar ja jetzt kann ich die richtig ausnutzen hier und zwar der protagonist hat er jetzt gesagt hier sind so viele exotische viecher oder exotische monster und das sind sie ja eben nicht und ich habe ja auch vorhin schon gesagt immer master ja müssen hier die monster im sumpf ausgetauscht werden durch einfach monster die besser passen zum setting also im idealfall durch mexiko mexiko sumpftiere wurde die metaphorische darstellung von mexikanischen tieren die im sumpfleben anstatt jetzt hier zu verwenden eben sowas wie zum fall oder warane denn zum fall und warane sind wirklich ja over the top high fantasy fecher und ja die best am besten austauschen durch monster die einfach besser hier zum setting thema passen und wenn man dann die monster ausgetauscht hat dann stimmt es nämlich auch dass hier exotische fecher sind aber so sind ja keine exotischen fecher sondern nur diese standard euro chank high fantasy fecher also keine besonderen exotischen fecher sondern nur so zeug aber ist auf jeden fall cool dass man hier vier verschiedene drei verschiedene möglichkeiten hat was man jetzt hier noch machen möchte als unterstützung also so gibt einem das gefühl das spiel so gibt einem das spiel auch so richtig das gefühl dass man hier so wirklich in einer gemeinschaft hier unterwegs ist die eigentlich auch nichts wirklich erschüttern kann genau jedenfalls die oder die die nichts schüttert solange bis sie halt noch nicht das buch gefunden haben was man halt hier im sumpf macht also den sumpf erkunden alles looten alle monster beseitigen alle erfahrungspunkte alle nebenquests also ich habe auch keine einzige quest mehr offen die ich jetzt hier im sumpf noch machen muss das heißt ja jetzt kann es losgehen so das ganz gemeine das ganz gemeine und das muss eigentlich auch nochmal ein remaster da ich eigentlich muss das noch mal anders ändern ist es gibt hier in dieser ruine im sumpf gibt es eine stelle wo man ein skelett besiegen muss also ein skelett mit dem zweihänder und das war bei mir auch so es war so als ich das erste mal das gespielt habe da war ich da dachte ich mir auch so hell die können doch jetzt nicht wollen dass man jetzt hier ein skelett besiegt und ich habe das mit ganz viel glück habe ich das geschafft dass ich halt noch irgendwie noch spruch roll dabei hatte oder also irgendwie ganz knapp habe ich es geschafft jetzt bin ich natürlich besser vorbereitet aber diese stelle ist glaube ich die einzige stelle im gesamten spiel hier die ein überfordert vom gameplay also wo man sich so denkt so ähm was denken die sich jetzt dass ich jetzt ein skelett besiegen muss wo ich doch noch so schwach bin skelette sind doch eher was fürs late game ähm ja also das ist auf jeden fall so eine stelle die nicht gepolisht ist und die ich auch kritisiere so aber insgesamt ist es auf jeden fall eine sehr sehr runde sache gewesen was wir jetzt hier erlebt haben und ja jetzt geht es richtig los mit dem gothic also mit gothic mit gothic und also ich fühle mich jetzt auch richtig richtig drin in der story und ja der charme der retro charme kommt einfach richtig richtig gut rüber und jetzt geht es eben zum fundort ja zum fundort wo das buch gothic also gothic das buch gothic aufbewahrt wird also das buch in dem verfasst ist die übersetzung der das azteken heidentum in europäische ästhetik und ja wie ist das dargestellt also wie ist der fundort dargestellt in legend of the zone also der fundort ist dargestellt schon ganz okay aber natürlich im remaster kann und muss man da natürlich auch noch einiges verbessern und ähm und zwar ist ähm also muss man da beachten jetzt beim fundort dass dieser dungeon den wir da jetzt erkunden werden dass der ein sehr sehr starkes recycling ist von eben baut elementen ähm aus ähm äh gothic 1 und gothic 2 also sehr sehr viele statuen sehr sehr viele designs aus gothic 1 und 2 werden da recycelt und das kann man auf gar keinen fall einfach eins zu eins natürlich übernehmen so wie muss der fundort gestaltet sein was ist der fundort was ist der konkrete fundort von gothic ja und da ist natürlich der fundort ist natürlich nur eines nämlich das eigenskript okay das eigenskript hier eigenskript so also gothic wird geschrieben im eigenskript oder die die hauptgeschichte die gossip gothic hauptgeschichte ist ja eine familiengeschichte also die die gothic hauptgeschichte ist eine familiengeschichte wo es auch um die oma geht die über 100 jahre alt wird ohne pflegebedürftigkeit und ähm ja sämtliche verwandte sämtliche blutverwandte die eben die vorteile erleben die ordnung fühlen und auch den wohlstand genießen von gothic von von gothic und ähm ja ähm gothic ist natürlich eine familiengeschichte und dementsprechend ist gothic auch immer ein eigenskript so wenn man jetzt eigenskript googelt also das wort eigenskript googelt dann findet man eigentlich gar nichts also gar nichts was jetzt was jetzt überhaupt ein eigenskript sein soll wenn ich jetzt mal englisch eintippe dann finde ich auch nichts ich könnte jetzt mal self script googeln was steht hier eine großartige art und weise unheilvolles denken warte mal übersetze ich mal eine großartige möglichkeit nicht hilfreiches denken in hilfreiches denken umzuwandeln ist die verwendung eines selbstscripts ein selbstscripts selbstscript also selbstscript und eigenskript darunter verstehe ich das identische ist etwas das sie sich selbst sagen um hilfreiche ähm schau mal da mal ran selbstscripting how do you know when you use a selfscript ähm genau also hier steht auch was zum thema eigenskript zum beispiel auf der webseite habe ich jetzt was gefunden also im deutschen also seltsamerweise im deutschen findet man gar nichts aber jetzt hier im englischen so ein bisschen was also wichtig jetzt für legend over soon ist natürlich nur dass natürlich wie gesagt gossip ist eine familiengeschichte und es ist natürlich meine persönliche eigene geschichte ja also gossip ist immer eine eigene persönliche familiengeschichte und ja wo wo sind wo ist der fundort wo ist der fundort von einer persönlichen familiengeschichte eine familiengeschichte die aber noch gar nicht die es noch gar nicht gibt ja die es noch gar nicht gibt im anfang des 16. jahrhunderts ende des 15. jahrhunderts anfang des 16. jahrhunderts wer gibt es eigentlich diese familiengeschichte der gotik gibt es noch gar nicht also jedenfalls noch nicht also jedenfalls noch nicht wirklich so und wo findet man dann diese wo findet man dann diese 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 wo ist dann der konkrete fundort der gotik und ja da gibt es jetzt natürlich keine absolute konkrete musterlösung sondern je nachdem wer halt das remaster macht der muss sich halt selber überlegen was da die die beste metaphorische darstellung ist von eigenskript hier bei legend of a zone ist es eher so dass man diesen fundort er so darstellt als dunkle höhle als ja die dunkle die dunkle höhle der menschlichen seele ja die dunkle höhle der menschlichen seele so das ist das was wir jetzt ähm ähm erkunden werden so ein bisschen vielleicht wie wie shadow man ja wie shadow man das sind shadow man das asyl oder dunkle orte in shadow man ja so so ungefähr hat man jetzt hier das eigenskript metaphorisch dargestellt in legend of a zone so jetzt geht's ähm zum erkunden eben von diesem von der metaphorischen darstellung des eigenskript und ähm ja und jetzt quasi waren wir haben wir erkundet vorher haben wir jetzt erkundet die äh toskana und eine metaphorische darstellung eben von florenz und der toskana und jetzt geht's ähm zum fundort von von gothic von dem buch ja jetzt geht's zum fundort vom buch ähm gothic also gothic und ähm was ich auf jeden fall auch noch unbedingt ansprechen muss das sind hier die ladezeiten zack geladen zack geladen also laden und speichern geht hier blitzschnell und so muss es im remaster immer sein ja also im remaster im remaster muss das la das speichern muss das speichern dauern und zwar eins eine sekunde eine sekunde für speichern und zwei sekunden oder drei sekunden fürs laden ja länger darf laden und speichern im remaster nicht dauern genau so wie jetzt die ladezeiten sind so muss das ähm so muss das im remaster die ganze zeit die ladezeiten haben also jetzt hier in diesem level hier genau also so wie jetzt hier in diesem level die ladezeiten sind und die und die speicher speicherzeiten und so weiter genau so muss im remaster das sein also jetzt quasi jetzt ist jetzt ist es so wie wenn ich spielen würde days gone ja im remaster in days gone gibt es ja auch null ladezeiten beim speichern oder beim laden und genauso muss es dann auch immer sein im remaster also das ist für mich priorität nummer eins beim remaster keine ladezeiten mehr tja macht nichts wenn ich jetzt gestorben bin weil die ladezeiten existieren nicht zack in zwei sekunden habe ich wieder geladen genau so genau so müsste sich das spiel immer spielen ja genau so müsste sich das spiel immer spielen und wie man hier auch deutlich merkt jetzt gerade auch jetzt schon man braucht in dem spiel nämlich manchmal oder auch an gewissen stellen braucht man wirklich die fackel weil ansonsten ist halt stopp dunkel man sieht halt gar nichts und ja deswegen sage ich ja die polnische mod hat eine einzige sache gut gemacht und das ist nämlich dass sie eine taste hat hier bei steuerung bei der polnischen mod steht dann hier fackel und dann kann man für die fackel hier eine taste wählen und das geht hier nicht hier muss ich immer mühsam die fackel hier im inventar suchen das ist halt das einzige wo ich sage das hat die polnische mod besser gemacht als hier das jetzt hier aber im remaster muss natürlich auch natürlich eine taste geben für die fackel weil es kann nicht sein dass ich eine fackel hier unbedingt brauche und dann immer die ganze zeit hier im inventar also das inventar möchte ich auch noch mal deutlich sagen das inventar ist heilig ich liebe ich liebe ich liebe ich abgöttisch liebe dieses inventar ja dieses inventar ist nicht unübersichtlich ja es ist genau das was ich liebe und zwar hier dieses dieses kruschen ja dieses rumkruschen hier so ein bisschen so rumsuchen und so das gehört für mich 100 prozent zum spiel spaß also das wegzunehmen ist es geht gar nicht ist komplett illegal ja das einzige was mich halt nervig finde ist halt nach der fackel zu suchen weil die fackel braucht man ja regelmäßig ne und die anderen sachen brauche ich ja nicht unbedingt regelmäßig also zum beispiel ich brauche nicht unbedingt regelmäßig hier die papiere oder ich fasse ich auch zum beispiel liebe ist zum beispiel wenn ich hier rum rumkrusche hier und rumsuche was ich am besten wähle zum beispiel um mich zu heilen will ich will ich jetzt den dran will ich den oder will ich lieber das hier oder nehme ich lieber das hier zum heilen ja also das ist das was ich absolut liebe und vor allem wenn man im inventar ist dann ist man hier auch nicht in irgendeinem externen bild sondern man ist im spiel noch drin ja ich sehe meinen protagonisten ich verliere meinen protagonisten nicht aus den augen also das inventar ist für mich eines der heiligsten sachen überhaupt an gossip 2 und wie gesagt das einzige was halt hier stört ist halt dass es keine quicktaste gibt für die fackel und wie gesagt das hat die polnische mod besser gemacht ich habe keine ahnung was jetzt passiert ist warum ist der jetzt plötzlich umgefallen so und jetzt wieder raus als fleischwanze was ein hier auch super krass irritieren kann hier an diesem raum ist dass hier die decke einstürzt und zwar hier diese christaschen oder diese spitzen steine da die fallen nämlich auf einen herab und dann dadurch nimmt man schaden das finde ich auch ein bisschen ich weiß nicht ob ich das ein bisschen übertrieben finde ja dieser würfel den das ist der würfel den man hier beim ladebildschirm immer sieht und das ist ein teleport teleport artefakt also damit kann ich dann mich rum teleportieren das heißt die laufwege fallen jetzt ab jetzt weg ab jetzt kann ich endlich ja mich rum teleportieren endlich zum beispiel zum kloster schnell teleportieren oder zum freien lager so buch das aber eins wo bin ich was ist das für ein ort bist du das immerhin auffassungsvermögen und kognitive fähigkeiten sind noch intakt du scheinst mehr glück als verstand gehabt zu haben du befindest dich in den gewölben dieser akademie falls dir das helfen sollte was ist denn passiert wie bin ich hierhin gekommen offenbar hast du jegliche warnungen in den wind geschlagen und im sumpftempel das buch einfach an dich genommen zwei erfahrene magier sie beide haben immer wieder betont dass dieses buch gefährlich ist dir erscheinen diese worte jedoch nicht relevant ich wollte nur sprich gar nicht erst weiter ich will keine rechtfertigungen und ausflüchte hören die verbleibende energie des artefakts hatte dich in einem psychisch instabilen zustand versetzt dem du allein nicht mehr gewachsen warst so so so